So, eine neue Folge. Jung und naiv im Blätterwald oder wie manche es schon gefordert haben, der entscheidende Punkt. Und wir drei Männer sind wieder da, haben uns aber weibliche Verstärkung geholt in Form von Luisa Dellert. Hallo Luisa. Hallo Thilo. Und hallo Albrecht. Hallo Hans. Hallo. Hallo Luisa. Magst du kurz sagen, was du so im richtigen Leben machst? Ja, im richtigen Leben bin ich Unternehmerin und Influencerin und beschäftige mich auf Instagram mit Politik und Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns auch so ein bisschen connected, beziehungsweise habe ich dich und Jung naiv da kennengelernt. Und ich finde Luisa ist eine wunderbare Ergänzung zu dieser Runde und wir wollen über die Themen des Jahres sprechen. Jeder von uns hat ein großes Thema mitgebracht. Mal gucken, ob wir das schaffen in der Zeit. Wir haben uns ja wieder zwei Stunden vorgenommen. Letztes Mal ist es ein bisschen länger geworden. Und Albrecht ist auch wieder da. Hallo Albrecht. Ich freue mich Thilo. Sehr schön. Alle in die Runde. Luisa, Hans, große Freude. Und Hans ist auch da. Ja, und ich möchte erstens auch nochmal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich freue, dass Luisa da ist. Ich habe auch gleich noch ein, zwei Fragen zu dir. Als allererstes noch davor grüßen wir sehr solidarisch die Volksbühne und alle Freunde der Volksbühne zu und zu gerne hätten wir eigentlich bei euch auf der Bühne gesessen mit Live-Publikum. Ihr wisst, warum das nicht geht. Wir haben das im Sinn. Geistig sind wir miteinander verbunden. Also das ist sozusagen eine virtuelle kleine Volksbühne, auf der wir hier sind. Luisa, du hast gesagt Unternehmerin und Influencerin. Wenn man ein bisschen in deiner Biografie scrollt, dann wundert man sich. Da steht dann, sie hat mal angefangen als Bürokauffrau. Dann hat sie angefangen, Sachen zu posten. Dann hat sie irgendwann mal angefangen, für ein paar Euro die ersten 4000 Follower als Fake zu kaufen. Dann war sie eine Fitnessbloggerin und auf einmal landest du in der politischen Ecke. Also das ist ein interessanter Weg. Finde ich wiederum gar nicht, weil man entwickelt sich ja immer im Leben weiter. Und damals war es ja genau die Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Bei meinem Papa im Unternehmen gearbeitet, schon mit Photovoltaik und so in Berührung gekommen. Und dann auf Instagram angemeldet. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Habe mich zu dick gefühlt, wollte Fitness machen. Und irgendwann im Leben hat man dann vielleicht auch keinen Bock mehr darauf. Und tatsächlich waren das dann immer so ganz private und persönliche Situationen, die mich dazu gebracht haben, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Deswegen ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, auf Instagram bin ich Lu. Also ich bin in keiner Schublade drin oder denke mir nicht, oh es könnte jetzt der nächste Trend sein, lass mal darüber reden. Sondern ich rede über die Themen, die mich interessieren. Und vor zwei Jahren habe ich gemerkt, okay, ich habe ein bisschen zu viel GZSZ und ein bisschen zu wenig Tagesschau geguckt. Also muss ich mal so ein bisschen was nachholen, was so politische Themen angeht. Und ich habe gemerkt, dass es meiner Community auch so geht. Und dass viele sich nicht trauen, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dass man dann denken könnte, ey, du hast ja überhaupt keinen Plan. Und ich habe überhaupt gar keine Angst, so eine Fragen zu stellen, weil Fragen stellen ist ja wichtig. Und genau, deswegen bin ich irgendwie so in dieser politischen Schiene dann auch gelandet und stelle jetzt Fragen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Anfänge. Ich habe auch überlegt, wie ich ein Format finde, wie ich einfach Fragen stellen kann, die man sonst gar nicht mehr als professioneller Journalist irgendwie stellen würde. Und dann habe ich mir ja dadurch jung und naiv ausgedacht mit dem Impetus. Also da kann ich alles fragen. Wann hast du damit angefangen eigentlich? Oh Gott, 2013? 2013. Also jetzt im Februar sind es acht Jahre. Krass. Ja siehst du, 2013 habe ich angefangen Fitness zu machen. Du hast gesagt, deine Community besitzt anzeigendes Führwort. Wie hat sich, oder hat sich deine Community in dieser Zeit verändert? Also nicht jede, geht ja den Weg von Fitness hin zu politischen, manchmal dann auch Hardcore-Themen mit. Gibt es da Wechsel in der Community, soweit du das, oder sind alle mitgegangen? Interessanterweise sind wirklich fast alle mitgegangen und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, weil ich eben erlu bin und ich schon öfter mal gehört habe, ja, du bist für mich wie so eine digitale Freundin oder digitale Schwester. Und mit der redet man ja auch trotzdem noch, auch wenn die jetzt ein bisschen andere Themen hat. Und bei vielen ist interessanterweise auch so dieser Weg derselbe gewesen, so vielleicht erst mit dem eigenen Körper beschäftigt, wenn man sich nicht gut gefühlt hat, dann kam irgendwie so gesellschaftspolitische Themen dazu. Dann ist es jetzt auch das Thema Feminismus, ja, wenn man in Runden sitzt, wo man die einzige Frau ist und man oft nicht ausreden darf, dann beschäftigt man sich auch damit. Und ja, jetzt sitze ich irgendwie hier und rede darüber und besonders viele Frauen tatsächlich auf meinem Account hören da gerne zu und sprechen da auch gerne irgendwie mit und debattieren damit. Aber merkst du, dass politische Themen andere Reaktionen hervorrufen, als wenn du über nicht politische Themen redest? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es so um das Thema Hass zum Beispiel geht oder Beleidigungen. Also früher war es so, dass ich mal beleidigt wurde, wenn es um mein Aussehen geht. Heute ist es so, wenn ich über die AfD spreche oder auch über Anti-Corona-Demos, dass das hin bis zu Morddrohungen geht und du halt voll viel Scheiß auf deinem Account hast. Also es wird persönlicher, je mehr Haltung und Werte du eigentlich im Internet zeigst und besprichst tatsächlich. Wie erklärst du dir das? Ja, wie erklär ich mir das? So ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich glaube, dass man da oft vielleicht so einen wunden Punkt trifft irgendwie bei den Menschen. Und ich sowieso das Gefühl habe, dass auf Instagram oder generell in den sozialen Medien es immer mehr so ist, dass die Leute ihre Meinung haben und diese Debattenkultur einfach nicht mehr stattfindet. Man kann keine Meinungen mehr aushalten und nicht mehr in den Raum werfen, ohne dass noch jemand eine andere Meinung zulassen kann oder aushalten darf. Und ich glaube, dass das daran ein bisschen liegt. Ich hätte nur noch einen Punkt, Albrecht Schart wird ungeduldig mit dem Schaub. Nein, überhaupt nicht. Warst du schon mal auf Instagram, Albrecht? Du wirst lachen. Ich habe so einen Account nicht. Man muss sich ja, glaube ich, anmelden. Und ich habe mir dann lustigerweise mal den Zugang über eine Kollegin verschaffen lassen. Ich bin aber auf Instagram nie gewesen. Intensiver. Da sieht man ja nur diese Oberfläche und die Bilder. Und drunter liegt es dann irgendwie so. Also so, ja, aber ich habe mir bisher noch nicht den Zugang verschaffen. Ein bisschen in dein Video mit Jens Spahn reingeguckt. Das habe ich in der Tat, das da auf Instagram, glaube ich, läuft. Oh, ja, das habe ich mir angesehen. Aber das ist... Habe ich auch sehr viel Kritik tatsächlich für einen gesteckt. Warum? Also es gab die eine Seite, die gesagt hat, ich werde bezahlt und Propaganda 1000. Und dann gab es aber auch die Seite, die gar nicht so kritisch waren, sondern die gesagt haben, hey Lu, danke, ich habe jetzt Jens Spahn nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Da dachte ich mir dann aber, das wollte ich gar nicht. Also das war so ein bisschen so, das muss ich zum Beispiel auch noch lernen, tatsächlich. Wie gehst du mit Politikern und Politikerinnen um? Und ich wollte jetzt Jens Spahn gar nicht mega sympathisch dastehen lassen. Macht nichts für mich gerne doppelt. Aber es war dann tatsächlich so. Naja, du hast ihm ja auch eine Schamoffensive ermöglicht, das muss man schon sagen. Also das ist... Das würde man schon sagen können, weil du natürlich auch... Ich finde, das ist auch typisch, du stellst ja sehr viel Fragen, was ich auch beeindruckend finde. Du lässt die Leute ja zu Wort kommen. So hat Tino ja auch, wenn du hast die Parallelen gezogen. So bist du rangegangen in gewisser Weise. Aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Politisierungsprozess, den man erlebt bei dir. Das finde ich auch wirklich sehr beeindruckend. Auch vom Persönlichen, du beschreibst das. Ich finde auch deine Brüche, die da vorkommen, sehr beeindruckend. Das hat ja auch sehr viel mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Also einem echten Schnitt, wo du sehr ehrlich beschreibst, warum das Fitnessprogramm, wenn ich so sagen darf, dir irgendwann zu wenig war. Existenziell zu wenig. Dann kam die schwere Herzoperation und andere Dinge dazu. Aber bei Jens Spahn finde ich es interessant. Ich will den Sprung jetzt nur machen, damit er nicht verschwindet. Also Jens Spahn ist natürlich dankbar gewesen, sage ich ganz ehrlich, dass du ihm diese Offerte gegeben hast, einem riesen Publikum deiner ganzen Followerschaft eine Option zu bieten, persönlich an sie heranzutreten. Das hat er glänzend gemacht, würde man sagen müssen, den Raum hast du ihm eröffnet. Und da würde man auch sagen können, vielleicht, du fragtest davor danach, warum wird man so agitiert und warum wird man so attackiert? Das glaube ich erleben wir alle. Und das liegt natürlich immer daran, in dem Maße, wie man selber Oppositionen bezieht. Und sehr klar eine Meinung, das hast du zur AfD gemacht, das tust du im Falle des Feminismus, dann wird man auch sehr stark angreifbar. Im Falle von Jens Spahn würde ich eher sagen, hast du deine eigene Meinung, wenn du sie dann hast auf dem Feld, was ich nicht hinreichend weiß, hast du sie sehr zurückgenommen. Du hast ihm eine Möglichkeit geboten, sich darzustellen und das hat meinem Eindruck nach auch die Kritik dann hervorgerufen. Ja voll, das kann man auch, das müssen wir jetzt nicht in der Runde diskutieren, aber das ist generell auch tatsächlich so ein Thema. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, ich als Influencerin werde voll oft von Politikern und Politikerinnen angefragt. Und das ist schon mal so das Erste. Was fragen die denn? Ja, ob wir zu bestimmten Themen mal einen Livestream zum Beispiel machen wollen oder uns treffen wollen und dann ein Interview dazu machen wollen, weil die ihre Themen natürlich positionieren wollen. Andererseits ist es für mich insofern natürlich auch eine Möglichkeit und Chance daran zu lernen und zu gucken, wie gehst du jetzt in Zukunft damit um. Aber dann kann sowas passieren, dass es vielleicht zu sympathisch wirkt. Aber ich muss auch sagen, also ich gucke mir auch Tilos Sachen zum Beispiel an. A, bin ich nicht Tilo und B, weiß ich manchmal nicht, ist es wirklich immer so gut, nur Kritik auszuteilen und nur kritische Fragen zu stellen oder darf man manchmal auch den Menschen dahinter so ein bisschen zeigen? Wisst ihr, was ich meine? Also darf es eine Mischung sein? Darf es das nicht sein? Da bin ich mir halt noch überhaupt nicht sicher, was ist der richtige Weg? Ich will mal, wenn ich das sagen darf, eine Parallele. Und mir kam ein Gegenbeispiel sofort in den Sinn, als ich dein Video sah. Du hast ihm eine Möglichkeit offeriert, sich selber zu darzustellen. Auch seine ganzen Probleme zu sagen, was ist das Problem in so einem Jahr mit Corona? Was sind auch die, das klassische Zitat, das man ja von ihm kennt, wir werden uns am Ende des Jahres sehr viel verzeihen müssen. Das kam und dann diese ganze Überlegung, was ist das alles, was ihn selber belastet? Das absolute Anti-Video, und ich will das gar nicht nur verteidigen, ich sage gleich warum, war das von Rezo, von Annette Bjarne. Die Zerstörung der CDU. Das war ein Video, was in maximaler, das war es ja überschrieben, die Zerstörung der CDU, in maximaler Weise attackierte, das ich übrigens auch gar nicht unproblematisch fand, im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen starke Parteien, deswegen finde ich diesen Ansatz, wir wollen mal sagen, wie die CDU zerstört sich selbst, aber es war trotzdem ein Stück, was also vehement Kontra gab. Und das umdrehen ja auch in der Situation, wo die CDU maximal angeschlagen war. Worauf willst du raus? Ich will es gerade sagen, ich finde, es gibt eine gewisse Berechtigung, um sie zu verteidigen. Es gibt eine gewisse Berechtigung, man kann auch durchaus mit Gutwill mal Politikern einen Raum geben, die in einer hochgradig, naja, ich verteidige dich jetzt mit Gutwill, sage ich ja auch so, ich habe davor die Kritik geübt, aber ich sage, du kritisierst dich jetzt selber, das ist ja berechtigt, dann müsste man sich besser vorbereitet haben, aber ich glaube, gerade wenn man in dieser Zeit, und das ist meine, das ist, finde ich, das Hochpolitische der Gegenwart, in der Politiker in einem Maß an Autorität verlieren, ist es nicht immer nur hochpolitisch, die Politiker kaputt zu machen, mal salopp gesagt. Also wir erleben doch gerade, ich will nur das Beispiel jetzt, um es mal ins Politische zu ziehen, wenn gestern eine Rede von Angela Merkel im Bundestag zu hören war, in der sich fast flehentlich an die Bevölkerung herangetreten ist und gesagt hat, befolgt bitte die Maßgaben, wir laufen in eine maximale Gesundheitskrise rein, dann habe ich gesteigert, nicht immer so ein Interesse, Parteien kaputt zu machen, das ist übrigens gerade, was die CDU anbelangt, auch ein Interesse der AfD, es gibt da erstaunliche Allianzen, also ich kann das verstehen, dass man auch versucht, einen Politiker erstmal zur Sprache zu bringen, ohne dass ich nicht sagen würde, dass es dann doch eine Steilvorlage für ihn war, das war es, ohne Frage, aber ich will nur mal deutlich machen, es gibt diese enorme Spannbreite, ich würde mir wahrscheinlich im Zweifel die Mittellage wünschen, ich würde mir ein kritischeres Herangehen in deinem Fall wünschen, aber ein Stück weit ein weniger, das nenne ich gar nicht nur kritisch, aber ein weniger zerstörerisches, im Falle Rezo beispielsweise, der nicht unbedingt immer klar vor Augen hatte, dass Parteien eine absolute Neuwendigkeit sind, es ist zu einfach heute immer nur zu sagen, wir müssen schießen gegen die Politik, das ist ja ein klassisches Motiv, vielleicht frühere aufklärerische Politik, das halte ich für verkürzt. Ich glaube, es braucht beides auf jeden Fall, oder alles, also es muss eine Mischung sein, und um das mal zum Abschluss zu bringen, wir brauchen jetzt ja auch nicht die ganze Zeit über mich reden und meine Videos, ja, also nehme ich auf jeden Fall mit und muss da bestimmt noch ein bisschen kritischer werden und irgendwo so die Mitte finden. Aber das ist einfach auch Erfahrungssache, also das lernst du mit den Jahren, guck dir mal meine Interviews vor sieben Jahren an, die sind ganz anders als heutzutage, und gleichzeitig, ich mache hier auch eine Art Mischung, ich rede ja mit Absicht, lange mit den Leuten und gerade auch biografisches Durchsprechen, da werden die automatisch sympathisch, das war ja selbst, ich erinnere mich noch bei Frauke Petry, da gab dann auch so, hast du eine Stunde mit der über ihr Leben geredet, jetzt habe ich sogar Verständnis dafür und ich finde sie irgendwie sympathisch, aber trotzdem kommt ja dann im zweiten Teil meistens die kritischen Sachen ran, also das ist dann natürlich immer eine Waage, weil man, das Ziel ist ja, dass die Leute mehr über die Person, über die Entscheider erfahren, als sie es sonst erfahren. Genau, und ich möchte noch eine Sache doch über Lou erfahren. Okay Hans, aber dann ist Schluss, wir haben ja so viele Themen hier heute auf der Agenda. Ja, aber du bist nun auch selbst Thema, das ist so. Und du warst Thema gewesen, als du in deinem, ich sag mal, in deinem Wechsel von wesentlich Fitness, rein in den politischen Aspekt eher, da gab es dann eine Situation, wo du dazu aufgerufen hast, dass Leute dich supporten sollen, dass sie für dich spenden sollen und das hat einen richtigen Shitstorm erzeugt, weil, also da gab es dann, was, diese Tussi, reicht ihr das nicht, sozusagen hier Produktwerbung zu machen, wird sie nicht da ordentlich bezahlen, muss sie jetzt noch um Spenden betteln. Erstens, wie war das Erlebnis dieses Shitstorms, das hattest du so, glaube ich, vorher auch noch nicht gehabt. Und zweitens, der Hintergrund war ja doch offenbar, dass mit dem Wechsel nicht mehr so viel Geld reinkam, dass du da auch als Influencerin nicht die Angebote hattest, Produkte zu promoten, die du dann ethisch vertretbar fandest. Also wie hängen dann Ethik, Bewusstsein, Produkt, Geld, Unterstützung zusammen? Okay, ich probiere es ganz kurz zu halten. Ich war mit Thilo, ich weiß es noch, im Zug und da haben wir mal drüber gesprochen. Da habe ich dich noch gefragt, wie ihr das macht, weil ich dachte, hey, das ist ein cooler Ansatz, damit ich, wenn ich politisch irgendwie was reißen will und mir vielleicht auch noch jemanden zur Hilfe holen möchte und über politische Themen spreche, wenn ich da unabhängig sein möchte, dann kann ich das nicht mehr machen, dass ich halt Kooperation annehme. Deswegen fand ich den Ansatz ganz cool, zu sagen, okay, liebe Community, wenn wir zusammen halt über politische Themen sprechen wollen und daraus lernen möchten, dann wäre es geil, wenn ihr mich unterstützt. Und das habe ich ja auch dementsprechend so gesagt. Und du hast schon richtig gesagt, das ist voll durch die Decke gegangen, durch alle Medien, Influencerin, bettelt im Internet um Spenden, um sich ihr Leben zu finanzieren. Das war natürlich überhaupt nicht der Plan so. Es war der Plan, daraus was aufzubauen, mir eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einzustellen, damit ich das irgendwie alles wuppen kann. Und wie du schon sagst, ich hatte mich halt dazu entschlossen, eben nicht mehr diese ganzen ständigen Rabattcodes und Produkte zu bewerben, die ich halt beworben habe, bevor ich das Thema Nachhaltigkeit als wichtig empfand. Und es war halt echt ein Problem für mich in dem Moment, weil ich mir keine Redaktion aufbauen konnte, weil ich einfach dafür das Geld nicht hatte. Und dachte, unabhängig wäre es halt noch cooler. Und ja, das ist voll nach hinten losgegangen. Mir ging es richtig schlecht, zwei Wochen von der Bildfläche verschwunden, dann hört das ja auch auf, dann haben ja alle Zeitungen ein neues Thema. Aber bis heute, muss ich sagen, traue ich mich nicht, das nochmal zu probieren, weil es als Frau immer was anderes ist, als wenn das ein Mann macht. Es ist, also es ist, glaube ich, auch nochmal so ein Frauen-Männer-Ding und weil ich eine Influencerin bin. Weil eine Influencerin im Internet dann, ja, da so eine Art Crowdfunding gemacht hat, was ja in Amerika zum Beispiel, in den USA total legitim und total normal ist. Ich glaube, wir würden auch einen Shitstorm bekommen, wenn wir in dem Bein noch Kooperationen, keine Ahnung, mit... Die hätte ich nicht mehr machen wollen. Genau. Aber wir würden auch einen Shitstorm bekommen, wenn wir es andersrum machen. Wir nur noch spenden, oder nicht nur noch spenden, sondern auch Kooperationen mit RTL oder mit der Telekom. Dann würden die Leute sagen, warum sollen wir euch noch Geld geben, wenn ihr eh von irgendeiner anderen Stelle Geld bekommt. Also, in gewisser Weise verstehe ich das auch. Ja, gut. Aber das soll es auch jetzt an der Stelle zur Person gewesen sein. Wir wollen ja über die Themen des Jahres reden und jeder hat eins mitgebracht. Mit welchem wollen wir anfangen? Also, ich bin Alterspräsident und es wurde gesagt, lass uns mal zuerst das von Hans machen. Das ist auch ein bisschen ein softes Thema. Meine Frage ist, wie verarbeiten eigentlich, es ist nun mal das Corona, ja, da führt ja kein Weg dran vorbei, wie verarbeiten Menschen unterschiedlicher Generationen die Restriktionen, die Corona und die Maßnahmen dagegen für das Leben bedeuten, an das wir uns alle mehr oder weniger seit 20, 30, je nachdem wie alt wir sind, 40 Jahren gewöhnt hatten. Mein Hintergrund, weswegen diese Frage mich beschäftigt, ist, ich bin so alt, dass ich ja eigentlich ein Nachkriegskind war, also aufgewachsen in den 50er und 60er Jahren, wo niemand im Urlaub eine Auslandsreise gemacht hat von den Leuten, die um mich rum waren. Ja, also wenn man dann mal von Hannover an die Nordsee gefahren ist, das war schon toll. Und es gab irgendwie einen in der Schule, da hatten die Eltern eine Chemiefabrik, die hatten ein Haus auf Mallorca. Das war so ungefähr, als wenn gesagt würde, denen gehört Trump Tower in New York. Und das war also eine, und die allerwenigsten Leute hatten Autos. Und also sozusagen, ich will jetzt nicht das Lied der kargen Verhältnisse singen, aber es war so, dass das eher alles ziemlich bescheidene und begrenzte Möglichkeiten der Lebensführung waren. Und dann in den 60er und 70er Jahren und dann in den 80er Jahren, da entwickelte sich Mobilität, da entwickelte sich Wohlstand, da entwickelten sich Formen des Lebens in alle Generationen. Und die Menschen, die ich heute so wahrnehme, die sagen wir jetzt mal 40 und jünger sind, die meisten von denen sind, glaube ich, aufgewachsen in Verhältnissen, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man jederzeit, wenn man das will, ins Ausland fahren oder fliegen kann. Dass man auch mal übers Wochenende, wenn man die Kohle dafür hat, mal eben den Trip nach Barcelona macht. Dass man auch innerstädtisch, dass es eine Kneipen- und Bar- und Clubszene gibt, gerade in den größeren Städten, in Hülle und Fülle, wo man sich begegnet, wo das Leben da so stattfindet. In den Sozialwissenschaften sprach man dann in den 70er, 80er Jahren davon, dass es einen neuen Sozialisationstyp, also neue Charaktereigenschaften, der sogenannte hedonistische Typ, also die ausgeprägte Selbstliebe und ein Leben, das in der jederzeit möglichen Bedürfniserfüllung stattfand. Das ist jetzt ein bisschen karikiert, aber ich glaube, das Leben der letzten Jahre und Jahrzehnte hatte für viele, gerade der jüngeren Generation, wirklich damit zu tun, das, was ich gerne möchte, kann ich auch realisieren. Ich muss zusehen, wie ich irgendwie an die Kohle rankomme, aber dann geht das. Und das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, ja, wir haben Autobahnen und da kann, im Grunde, wenn freie Strecke ist, kannst du runternageln mit 220, wenn du so willst. Und auf einmal ist Tempo 80 höchstens. Wie wird man damit fertig? Was bedeutet das? Und zwar, was bedeutet es, wenn es nicht nur jetzt mal so eine Art verlängerte Auszeit ist, sechs oder acht Wochen, sondern wir erleben das jetzt seit einem Dreivierteljahr und wir wissen noch nicht, wie lange es geht. Was bedeutet das für Menschen, die eben ganz anders aufgewachsen sind, ganz andere Standards entwickelt haben und auf einmal steht man in der Lebensführung vor so einer Wand? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und wo ich gerade von jemandem, also darüber rede ich manchmal schon mit Thilo, mich würde es aber gerne besonders von dir hören, weil du nochmal in einer ganz anderen Community und auch Alterskohorte mit drin bist. Also ist das für Menschen, das was ich als eine große Schwierigkeit oder Problematik ansehe, ist das tatsächlich eine oder gehen da alle mit relaxed um? Also ich glaube erst mal, dass das egal wie alt du bist, wirklich ein Problem für alle Menschen darstellen kann. Ich glaube aber auch, dass wir das, wir können ja heute nur mutmaßen drüber und noch nicht auf jeden Fall sagen, so ist das. Ich bin 31, viele meiner FollowerInnen sind auch ungefähr in dem Alter und da merkst du halt schon, dass den Leuten einfach die Nähe zu anderen Menschen fehlt, das Daten, wenn du Single bist, die Konzerte, die Bars, das ganze Leben, dass du halt, dass das draußen stattfindet und gleichzeitig denke ich daran, wenn es noch jüngere Menschen gibt, gibt es da halt auch nochmal total die Unterschiede. In welchen Verhältnissen wächst du auf? Weil meine Geschwister, die sind 15 und 17, die sind jetzt zwar nicht mehr so oft draußen, aber die haben drin die Möglichkeit, Playstation zu spielen, die haben Handy, die können irgendwie alle noch connecten miteinander, die schlafen dann halt mal länger, dann machen die auch mal was mit den Eltern, aber die haben die Möglichkeit, sich digital trotzdem zu treffen. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele junge Menschen, die haben eben nicht die Möglichkeit, mit einer Playstation zu spielen oder haben kein Handy zu Hause, weil sie aus ärmeren Verhältnissen kommen. Und ich glaube, das macht nochmal viel, viel mehr aus, weil da auch die Eltern nochmal ganz anders mit sich selber beschäftigt sind, als sich dann noch mit den Kindern irgendwie auseinanderzusetzen. Ich glaube das auch unbedingt zunächst mal, dass der generationelle Riss oder der Bruch einer ist, der ziemlich relativ ist, verglichen mit dem sozialen Riss, den du beschreibst. Also man kann es ja auch mal ganz konkret sagen, wir vier, die wir hier am Tisch sitzen, sind im Zweifel alle in gewisser Weise sogar Krisengewinner. Du hast eine enorme Konjunktur, im Zweifel auch mit deinem Unternehmen. Also als digitales Versandunternehmen bist du natürlich absoluter Profiteur. Ich möchte nicht wissen, was du an Weihnachten an Zusatzgewinnen hast, weil die Leute nicht mehr einkaufen können. Wir leben quasi beruflich hier noch stärker als wir im Internet. Selbst wir als Zeitschrift sind in einem Maße unberührt. Wir machen zwar seit einem Jahr Homeoffice, aber letztlich, mal ganz hart, hat sich unser Leben, würde ich behaupten, in erheblichem Maße nicht völlig veranders gestaltet. Wir haben davor schon viel gearbeitet, wir arbeiten jetzt viel, vielleicht sogar mehr, aber es hat sich ein Stück weit im harten Sinne nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich glaube, das muss man zuallererst, und ich finde, das hast du völlig zu Recht gesagt, man muss zuerst mal feststellen, dieser Riss ist einer, der geht durch die sozialen Verhältnisse. Es sind andere natürlich ganz hart getroffen worden. Auch was übrigens diese fatale Melange, dieser von uns jetzt, meine ich zu Recht, recht kritisierten Querdenker-Demos anbelangt, da laufen im Zweifel in der Tat manche auch mit, die die echte Sorgen haben, ohne dass ich denen nun es verzeihen will, dass sie mit Rechtsradikalen laufen. Aber es gibt natürlich Risse, und auch die Leute, die den ganzen Betrieb mal ganz hart gesprochen haben, aufrechterhalten müssen, aber auch ganz zu schweigen von denen, die ihre Arbeitsstellen verloren haben. Und natürlich, das finde ich, hast du ganz entscheidend gesagt, Luisa, dass natürlich diese Spaltung in dem Sinne, man merkt zum Beispiel in diesem Jahr erstmal was, noch viel stärker noch, was hinreichender, vorhandener, privater Raum bedeutet. Also wenn Menschen nicht mehr ins Offene gehen können, wo sich ja das Leben für auch, du hast, wir haben es im Vorgespräch gesagt, wie hast du so schön gesagt, ökonomisch benachteiligt, können wir sagen, sozial Schwache ist der falsche Begriff, ja, also, aber ökonomisch zu kurz, oder Benachteiligte, die plötzlich auf ihre Wohnung wieder verwiesen, wir stehen möglicherweise wieder vor einem knallharten Lockdown über die nächsten zwei, vier Wochen, da ist natürlich das ein richtig harter Riss und ein mit dem schönen Begriff, wurde ja immer genannt, des Brennglases, das sich plötzlich auf die sozialen Spaltungen zielt. Das finde ich, das muss man immer erst festhalten. Aber ich finde, eine Sache trotzdem, und darauf zieht ja deine Frage, Hans, die finde ich ungemein spannend. Wenn ich es mal positiv formuliere, Corona, würde ich schon sagen, ist das erste Mal, selbst Wolfgang Schäuble hat es ja so klar gesagt, könnten andere auch sagen, erstens ist es ein absoluter Bruch mit der Vorstellung der bundesrepublikanischen Geschichte, ich meine jetzt nicht die DDR-Geschichte, da war es immer ein Stück weit anders, aber in der Bundesrepublik sollte es immer weiter aufwärts gehen. Und wir erleben zum ersten Mal nicht nur einen Stillstand, sondern ein Zurückfahren des Ökonomischen, das ist das Erste. Und was ich ein Zweites, und das finde ich, ist auch eine generationell unwahrscheinlich spannende Frage, wir erleben plötzlich die Abhängigkeit von naturwissenschaftlichen Phänomenen, übrigens auch als ein Vorweis auf die dich ja auch so beschäftigende Klimafrage. Corona ist ja nur ein kleiner Vorschein der viel dramatischeren großen Klimafrage. Und diese, ich glaube, diese jüngere Generation, da glaube ich schon, hat Hans was Richtiges getroffen, die so stark virtuell auch groß geworden ist. Du hast gleich gesagt, die spielen Playstation. Ich hatte nie eine Playstation, ich bedauere es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe übrigens heute zum ersten Mal gehört, wie teuer diese Dinger sind übrigens. Echt, ganz schön teuer die Neue. Heute kamen die Neue Teile. Ja, ich habe es gerade heute im Radio gehört. Die Neuen, es gibt ja anscheinend immer einen Wettbewerb zwischen zwei Dingern, da sind wohl zwei Firmen da im Rennen, ihr könnt mir sofort sagen, welche. Die Dinger kosten 500 Euro. So. Aber im Zweifel hat jeder, und übrigens leider wahrscheinlich auch, das heißt leider zum Glück, kann man auch sagen, sozial gerecht, das hat wahrscheinlich fast jede Familie. So. Aber diese Tatsache, das Leben ist ein virtuelles. Es spielt sich, ich fand das übrigens früher auch schon lustig, auch gab ja immer so schön, die Piratenpartei war auch so ein Phänomen. Es ist alles virtuell. Nicht Erweckungs-, aber ein Aufwacherlebnis. Hier bricht mit Corona etwas ein, was bedeutet, hier ist nichts zu spaßen. Mit der Natur ist nichts zu spaßen. Und das ist natürlich auch ein Vorschein der Klimakrise. Also, weil du vorhin so dein Politisierungsprojekt deiner Community beschrieben hast, ich könnte mir vorstellen, dass das für viele auch ein Aufwacher ist, wo man realisiert, was ist hier eigentlich los? Das ist nicht normal, wie wir gelebt haben. Und das empfinde ich als eine aufklärerische Chance bei dieser so fatalen Entwicklung, auch gerade mit Blick auf die Klimakrise, als das Jahrhundertproblem. Ich hatte ja auch im März, da haben wir ja auch mit Jungen Live angefangen, also alles online gestreamt mit Skype und so, da hatte ich ja auch die Hoffnung, dass wir grundsätzlich mal über unser Wirtschaftssystem und so weiter reden, was ja auch mit dem Coronavirus zu tun hat. Das erlebe ich bisher noch nicht. Also zumindest im politischen Raum, dass da Oppositionsparteien, wir haben ja einige, die da den Punkt aufmachen könnten, dass sie das so grundsätzlich thematisieren. Die Hoffnung war bisher vergebens, aber ich glaube, das Umdenken passiert in den Köpfen von vielen, vielen Leuten und ich würde mir nur wünschen, dass es auch in die Öffentlichkeit gelangt. Ich meine, wir machen das mit unserer Sendung hier immer wieder, aber die meisten Menschen und die meisten Wähler sind viel älter als Luisa und ich und vielleicht eher in eurem Alter und ich glaube, da kommt das immer noch nicht so wirklich an. Da kommt die Message von unserer GroKo an, okay, nach der Krise geht es genauso weiter wie vorher. Macht euch mal keine Sorgen, wir sorgen dafür. Ich fand gerade noch interessant, was Hans sagte mit dem Reisen, dass wir es gewöhnt sind, viel zu reisen und am Wochenende um an der Mailand fliegen, zum Shoppen und so weiter. Es hat mich an meine Jugend erinnert, meine Eltern sind nie mit uns geflogen. Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden, weil das lag daran, in der DDR konnten sie auch nicht reisen. Dementsprechend auch in den 90ern ging es dann weiter auf der Mecklenburger Seenplatte und für mich war Fliegen immer total was Fremdes und ich bin, glaube ich, erst 2002 zum ersten Mal geflogen, als ich mein Austauschjahr gemacht hatte und dementsprechend ist das, was jetzt passiert, natürlich dieses Jahr enttäuschend gewesen, weil wir uns so viel vorgenommen hatten. Wir wollten so viele Auslandsreisen machen, weil letztes Jahr haben wir es nicht gemacht, weil hier wurde einer Vater und dementsprechend war das eher schlecht. Nein, das war gut. Ja, also eher schlecht im Sinne von, dass wir unsere Auslandsreisen, die wir jedes Jahr mindestens zwei gemacht haben, nicht machen konnten und diese hatten gesagt, okay, das kompensieren wir, wir fahren dann nochmal wieder in Afghanistan und so weiter und so fort. Wir wollten auch in Amerika den Wahlkampf begleiten, ist alles nichts geworden und gleichzeitig bin ich darüber sehr enttäuscht gewesen und trotzdem finde ich das völlig in Ordnung, dass es jetzt halt nicht geht und es hat ja auch einen guten Klimaeffekt. Naja, es ist ja sogar noch viel grundsätzlicher. Wenn man deine Überlegung mal ernst nimmt, dann könnte die Frage, und ich glaube, sie müsste im Raum sein, und das finde ich die entscheidende Frage. Was ist, Entschuldigung, das war der erste Mal der entscheidende Punkt, du hast es sofort gemerkt, ich habe mich aber, ihr merkt das, ich habe mir eine Mäßigung. Und wir dürfen ja auch dazwischenreden, wenn es zu lange heute ist. Du, keine Sorge, du kannst jederzeit intervenieren, ich wollte hier aber in den Richtungen spielen. Ach, was ist jetzt los? Oh, danke dir. Wer mittrinken will. Da ist wirklich Wodka drin. Wenn der entscheidende Punkt kommt, die entscheidende Frage. Oh, das ist ja nun hart. So, dann muss ich ja sehr aufpassen. Dadurch sollst du ein bisschen ge... Du meinst das mäßig. Gut, aber ich sage nur, es wäre doch schön, wenn es, und das wäre, finde ich, eine große Hoffnung, wenn diese Überlegung dieses Jahres, wir konnten nicht fliegen, wir konnten nicht so viel konsumieren, wie all die Jahre, zu der Frage gereicht, was von dem haben wir eigentlich wirklich gebraucht? Was ist von dem essentiell? Was sind, wenn du die schönen 70er-Jahre-Diskurse anschließen wolltest, was ist mit Erich Fromm gesprochen notwendig zum Sein und nicht nur zum Haben? Also was sind wahre Bedürfnisse? Und deswegen fände ich es schon einen Riesengewinn, wir haben es ja auch ganz konkret, wenn zum Beispiel die Frage jetzt im Raum ist, müssen wir weiterhin eine Luftanser riesig unterstützen? Wie gehen wir zukünftig mit Inlandflügen um, die alle nicht notwendig sind? Du hast es schön, ich habe es mir angesehen, bei dir in einem deiner Podcasts gesagt, du hast dein Leben dergestaltung früher bist du 20 Mal pro Jahr geflogen. So, war eine Selbstverständlichkeit. Da ist ja offensichtlich unabhängig von Corona auch ein Umdenken hat stattgefunden. Wenn ich auch schmunzeln muss, ich sage es dir ganz ehrlich, du hast dann so schön gesagt danach, naja, aber einmal im Jahr fliege ich dann doch noch nach Kalifornien und meine Freundin besuchen. Ja, das mache ich aber auch weiterhin. Also ich finde, da muss man dann zu stehen, auch wenn das eine Doppelmoral ist. Ja, das will ich gar nicht nur, ja, Doppelmoral, da bist du sehr hart, aber es wäre natürlich nicht mit einem ökologischen Fußabdruck, das weißt du ja auch, zu vereinbaren, weil den würdest du dir mit einem Mal USA-Flug pro Jahr schon versaut haben. Ja, voll. So, eben. Aber das ist natürlich trotzdem, finde ich, die grundsätzliche Frage. Lernen wir aus diesem Jahr, dass wir es mit einem weniger, vielleicht sogar besser, zu Wege bringen zu leben? Ja, aber das ist doch der entscheidende Punkt. Danke dir, trinkt den weniger. Ja, natürlich. Jetzt muss ich selber trinken. Weniger ist mehr. Ja, aber du hast ja gerade vorgemacht, dass sie dann trotzdem noch nach Kalifornien fliegt, solange sie aus den 20 Flügen 10 macht pro Jahr, ist doch genau schon mal was gewonnen. Ja, der ist bloß mit einem, aber sie weiß es ja selbst, sie hat ja im Zweifel ihren Fußabdruck gemessen. Du bist mit einem, du bist mit einem Flug nach Kalifornien längst drüber. Das stimmt. Ja, aber Albrecht, mit dem, was du sagst, hast du schon recht, aber damit demotivierst du ja Leute, die erstmal in das, also die, bei denen du irgendwie Verständnis für das Thema bekommen willst. Wenn du halt gleich sagst, du darfst jetzt gar nicht mehr fliegen, ich weiß auch, dass das besser ist, aber du kannst den Leuten, halt nicht gleich mit so erhobenen Zeigefinger oft kommen. Das ist beim Thema Nachhaltigkeit auch so. Du kannst nicht den Leuten sagen, von heute auf morgen sollst du dein komplettes Leben umstellen. Damit sind viele, und das ist auch ein Luxusproblem und auch oft aus einer privilegierten Blase heraus, aber damit möchten viele überfordert sein und wollen es einfach nicht. Und wenn du das ein bisschen smarter angehst, glaube ich, dass du nachhaltig auf lange Zeit und auf lange Sicht mehr davon hast. Auch wenn ich weiß, dass die Klimakrise einfach gerade da ist und dass wir viel mehr machen müssten, aber anders kriegst du es nicht hin. Naja, die Leute, ich rede ja nicht von der Allgemeinheit, ich rede ja durchaus von dir und du bist natürlich selber, du hast es ja auch gleich gesagt, absolut in dem Wissen darum, dass das einmal pro Jahr schon zu viel wäre. Ich will das mit Tino mal sehr persönlich aufnehmen. Ich finde das interessant, obwohl wir ja nun völlig unterschiedlich sozialisiert sind. Ich bin das erste Mal, und das ist auch deutlich zu sagen, das erste Mal 86 mit der Transall am Militärflugzeug der Bundeswehr geflogen. Das war überhaupt bei auch meine Eltern. Das ist interessant, das ist der Hintergrund. auch nie auf die Idee gekommen. Du warst bei der Bundeswehr? Ja, ja, habe ich dir damals in unserem wunderbaren Ding erzählt. Ich war sogar bei den Blauen Jungs. Da habe ich schön gesungen, war eine schöne Sache. Und da flog ich mit einer wackeligen Transall, noch festgeschnurrt, da flog ich zweimal. Einmal runter, glaube ich, irgendwie nach Rotenburg, ob der Tauber, meine ich, und einmal nach Kerpen. Kerpen, ich glaube, das war da, wo Schumi seine komischen Kreise drehte. Ich will sagen, meine Eltern wären auch nie auf die Idee gekommen. Das ist so interessant, das ist eine Sozialisationsgeschichte. Meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, zu fliegen, weil das war eine Nachkriegsgeneration, Jahrgang 35 und 40, da flog man nicht. Aber das waren auch andere ökonomische Verhältnisse. Also da war der Flug wahrscheinlich auch sehr viel teurer als heutzutage. Da war nicht für 19,99 Euro nach Mailand, oder? Das ist total richtig. Da gab es diese Billigflieger, auch einen Irrsinn. Es gab die Billigflieger ja jahrzehntelang überhaupt nicht. Es gab sie nicht. Aber trotzdem waren meine Eltern, die übrigens bis heute, obwohl sie immer gut verdient haben, das war eine Erziehung auch zur Sparsamkeit in dem Wissen darum, dass man anders lebte. Und dieses Generationenphänomen, das heute ist wie selbstverständlich ist, dass man eben fliegt, übrigens auch nicht nur in Europa, sondern weit in die Welt fliegt. Das ist ein Phänomen und ich fand das hochspannend, was Hans sagte. Das Hedonismus, der meinem Eindruck nach mehr noch als in den 70ern, wo die ersten Analysen hochkamen, in den 90ern voll zum Durchbruch gekommen ist. Die eigentlich hedonistische Zeit sind die 90er Jahre nach 1989. Da schien alles möglich. Ich denke immer noch Love Parade, der Hedonismus, der Narzissmus, die Selbstbespiegelung, die übrigens dann auch natürlich eine Fortsetzung im Internet in all den Auftritten gefunden hat. Eine absolute Fortsetzung. Diese narzisstische Seite, man gönnt sich alles, man lebt das aus. Friede, Freude, Eierkuchen, Posing, Sondergleichen. Da hat das Einzug gehalten und ich finde, es ist, und deswegen bin ich da so, finde ich das so wichtig, Corona könnte eine riesige Chance sein, ein Stück weit zur Besinnung zu kommen und zu fragen, ist das alles öde? Das ist der Grund, weswegen mir diese Frage so wichtig ist und auch wirklich eine Frage ist. Krisenzeiten sind politische und soziale Polarisationszeiten. Absolut. Da, solange alles sozusagen seinen Gang geht, und zwar da kann man sich beruhigt in der Mitte aufhalten, löppt schon. In Krisenzeiten wird polarisiert. Da ist ein Druck da, da entwickeln sich die einen in diese Richtung und die anderen in jene Richtung. Das, was du jetzt oder wir jetzt vielleicht alle positiv als eine Lernprovokation ansehen, die sagt, können wir nicht oder müssen wir nicht tatsächlich mit viel weniger auskommen, geht doch auch, reicht doch auch, das ist der eine Strang. Der andere Strang ist aber und vielleicht drückt der sich auch ein Stück weit aus in den, auch in den, in den sogenannten Hygiene-Demos, in den Querdenker-Demos. Das ist ja nicht nur sozusagen eine staatskritische Haltung dahinter oder eine nicht glauben wollen oder ein Narrativ suchen, was das Unerklärliche erklärbar macht, dadurch, dass ich eine Verschwörungstheorie habe, sondern vielleicht ist das auch, und das wäre jetzt meine Frage, vielleicht steckt dahinter auch eine Form von Polarisierung, dass Leute sagen, dass Menschen sagen, wenn das alles nicht mehr so läuft, wie wir es dann eben doch als Hoffnung oder als Realität gehabt haben, dann wollen wir mit dem ganzen Scheiß irgendwie nichts mehr zu tun haben. Dann entwickle ich mich in eine ganz andere Richtung. Dann ist das System schuld, was mir das verweigert. Du hast, ich weiß nicht, wie du es erlebst, du hast, fand ich, ein sehr interessantes Video auch gemacht. Du warst dann mal im Grunde als Lu und Naiv auf einer dieser Querdenker-Demos und hast dir das angeguckt, ohne dass du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt da besonders tief schon drin gewesen warst, sondern vielleicht in einer guten Naivität warst du da die Beobachterin. wie hast du das wahrgenommen, frage ich jetzt mal so offen. War das eine Form von Polarisierung, die etwas mit dieser Krisensituation zu tun hat? Also ich war zweimal da, muss man sagen, und da gab es dann schon Unterschiede. Das erste Mal war ich ja da, um einfach mal zu hören, wer sind die Menschen da vor Ort und was machen die da eigentlich, also was wollen die denn? Viele wollten ja da schon nicht mit mir reden und die, die mit mir geredet haben und ich weiß nicht, ob das jetzt so politisch korrekt ist, wenn ich das sage, aber mit denen ich dort gesprochen habe, bei denen hatte ich das Gefühl, wir kommen gar nicht auf eine Höhe, um miteinander zu sprechen, was dem Bildungsstand halt ehrlicherweise auch zum Teil anging. Also ich hatte das Gefühl, dass manche vielleicht auch manche Dinge gar nicht so verstehen konnten, die dort waren. Weißt du, was ich meine? Noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, also ich hatte da mit drei unterschiedlichsten Menschen geredet, aber alle drei Menschen konnten mir gar nicht so richtig erklären, warum sie jetzt da sind und sie haben sich die ganze Zeit widersprochen und ich konnte nicht wirklich mit ihnen in eine Konversation gehen und das nicht, weil sie das nicht wollten, sondern ich hatte das Gefühl, sie konnten mir nicht folgen in dem, was ich gesagt habe und daran habe ich jetzt in dem Moment ausgemacht, vielleicht auch ein bisschen naiv, dass da einfach unterschiedliche Menschen waren und nicht nur, aber die Menschen, die ich dort vor der Kamera hatte, einfach einen anderen Bildungsstandard hatten als ich und die sind da einfach hingegangen, weil sie sich mitreißen lassen, weil sie sich da schneller leiten lassen, wenn sie auf Instagram oder auf Telegram oder WhatsApp Nachrichten bekommen und diese Nachrichten, die Attila Hildmann dort verschickt, sind ja oft sehr verständlich, indem das nur drei Wörter sind und ein schönes Bild dazu und dann hast du das Gefühl, du verstehst das und dann hast du das Gefühl, dazu zu gehören und ich glaube, dass das bei vielen Menschen, die dort auf den Demos sind, einfach der Fall ist. Und der zweite Besuch? Der zweite Besuch, da wollte dann eigentlich so ziemlich niemand mehr mit mir reden und das Ganze war einfach schon viel aggressiver. Also da hatte ich gar nicht mehr die Möglichkeit, wirklich an die Leute ranzukommen, weil die tatsächlich nicht mehr mit mir sprechen wollten, wenn ich eine Maske aufhatte. Also das war dann... Wegen der Maske. Wegen der Maske allein schon. Ja, ja, schon. Da habe ich Kommentare bekommen, dass ich entweder meine Maske abnehmen soll oder sagen soll, woher ich komme und da bin ich auch nicht mehr lang geblieben, weil mir das dann auch ein bisschen zu spooky war. Warum hast du die Maske nicht abgenommen, um mit denen zu reden? Naja, weil ich ja zeigen möchte, dass es wichtig ist, die Maske zu tragen, dementsprechend. Und hätte ich die abgenommen, dann hätte ich denen ja auch den Gefallen getan, mich quasi, ja, auf deren Forderungen halt einzugehen. Das wollte ich ja auch nicht. Also man kann auch miteinander sprechen, wenn ich die Maske aufhabe, ich habe meine Meinung und die haben ihre Meinung. Also ich wollte natürlich auch in die Diskussion reingehen. Das meine ich ja auch mit Meinungen sagen und Meinungen aushalten. Ich finde es ja wichtig, den Menschen zuzuhören, um ihnen das Gefühl auch zu geben, hey, ich denke jetzt nicht, dass du eine Hohlbirne bist. Ich möchte aber gerne wissen, warum bist du wirklich hier? Aber wenn dann von deren Seite halt auch nichts kommt und die nicht mit dir sprechen möchten, weil du die Maske halt auflässt, dann kann ich auch nichts mehr machen. Kannst du etwas, also für mich ist das Thema ja schon, das hat Albrecht auch nochmal zurecht gesagt, durchaus die Frage, wie gehen Angehörige unterschiedlicher Generationen mit der Krise und der Provokation, die in der Krise steckt, um, kannst du dazu was sagen? Wie hast du das wahrgenommen? A, auf diesen Demos, wo du warst und dann B, vielleicht auch in deiner Community? Sind jüngere Menschen anfälliger, unanfälliger als ältere? Boah, in meiner Community ist es ja so, ich habe da wirklich nur eine Zielgruppe quasi, also nicht die ältere Generation. Von der älteren Generation kann ich jetzt nur sprechen, indem ich analog dir sage, wie es irgendwie in meinem Dorf der Fall ist und da finde ich schon, dass man vermehrt gemerkt hat, dass da Kommentare kamen wie, ja, die sind ja alle korrupt, die Politiker und Politikerinnen und die geben sich doch hier eh keine Mühe für uns und da war einfach mehr Frust da und bei den jüngeren Menschen war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, die hinterfragen, die möchten das verstehen, die wollen auch noch mal Quellenangaben haben, die wollen das noch mal doppelt gecheckt haben, die möchten aber gleichzeitig auch wissen, warum wird denn jetzt nur der eine Virologe und nicht die andere Virologin eingeladen? Also da war so ein bisschen ein anderes Feeling von, ich möchte das Ganze verstehen und trotzdem hinterfragen und bei der älteren Generation, bei mir zumindest, zum Beispiel im Dorf, war es dann eher so, dass da voll der Frust war und einfach gleich von vorne reingesagt wurde, die sind ja alle korrupt und auch tatsächlich an mich so Videos gelangt sind, die du dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen hast halt. Auf welchem Dorf wohnst du oder in welchem Dorf, wo wohnst du? Oh, gleich kriege ich, gleich kriege ich, ich wusste gar nicht, Landkreis Wolfenbüttel. Guck an, interessant, ja, ja, schön. Naja, aber ich finde diese Frage trotzdem noch mal wahnsinnig und grundsätzlich spannend, auch die Frage letztlich, welche Generationen getroffen sind. Ich finde, das ist ja auch eine Frage, die uns ungemeinisiert. Ich habe mal eine Sache mitgebracht, ich hatte die unabhängig von deiner schönen Themasetzung rausgezogen, Hans. Ich will sie mal zeigen, gerade, vielleicht kann man sie sogar ranziehen, ihr könnt es mich sonst gar nicht sehen. Halt es vor deinem Gesicht? Ich halte es mal vor das Gesicht. Ja, ach, dann kann man es sehen. Da steht drauf, hier sieht man es vielleicht. Hans kann sich es schon vorstellen. das sieht man heutzutage in Zeitungen sehr selten. Ich habe es aber extra rausgezogen. Ich nehme an, es war die FAZ, es kann aber auch die Südlichdenken, es war die FAZ. Und da steht drin, im Gedenken an zwei verlorene Generationen, und es ist ja oft jetzt das Thema, die Rede davon, dass hier eine Generation verloren geht, auch die junge Generation. Das ist ja wahr, die hat eine große Einschränkung, sie kann nicht raus. Ich nehme die schulischen Einschränkungen auch sehr ernst, wobei ich es manchmal auch schon absurd finde, wenn plötzlich die Meinung herrscht, also drei Wochen oder vier oder fünf ist kein Schulbesuch mehr möglich und plötzlich ist damit quasi eine ganze Generation verloren. Das ist also schon manchmal eine extreme Zuspitzung, Zuspitzung der Situation. Aber es ist wahr, man hat mit Einschränkungen es zu tun. Aber jetzt kommt, finde ich, der entscheidende, Entschuldigung, zwei entscheidende Punkte. In dem Fall sind es, glaube ich, berechtigte Punkte, die ich mal zu machen mir erlaube. Also es war ein Aufhörer. Du trinkst, das finde ich super, Tito, da mache ich gerne weiter. Kannst gerne auch, ich habe auch einen Glas. Ja, das ist sehr gut, mach du mal, trinke du für mich, ich finde das großartig. Du bist du, Hansi? Corona-konform, weiß ich nicht, aber kann ich mal deinen Stift haben. Aber sicher, bitte sehr. Danke. Wenn Tyler mir sogar noch einen neuen bringt. Aber super. Im Gedenken an zwei verlorene Generationen, das ist wirklich, ich finde es anrührend, nach wie vor. Friedrich Lorberg, ihr kennt das, das ist das Eiserne Kreuz, das ist das Kreuz der Gefallenen. Geboren am 15.11. 1888, gefallen am 21.1. 1917 bei Ypern, also einem der ganz großen Schlachtfelder, Soldatenfriedhof Langemark. Das ist, Langemark ist die, das sei noch vielleicht gesagt, das ist das Ereigniswesen, das war das, wo Studenten, deswegen wurde das ungemein glorifiziert. Langemark war die Schlacht, bei der gerade Studenten, Studierende, wie frenetisch, jubelnd, aufs Schlachtfeld zogen und dann tausendfach bekanntlich niederkartetscht und erschossen wurden. So, der ist quasi mit 29 Jahren gefallen. Vater des Heinrich Lorberg, Vater des Heinrich Lorberg, geboren am 14.09.1914, gefallen am 29.04., anrührend, ich bin am 28.04. zufälligerweise geboren, also 45, 45, 29.04.45, sechs Tage, Entschuldigung, 8.05. war das Kriegsende, neun Tage vorm Kriegsende, bei Oberbachern, Soldatenfriedhof Traunstein. Das ist der Vater des Dr. Reinhard Lorberg. Der hat also in Erinnerung dieser Mann, der also selber noch 43 geboren wurde, interessanterweise wohnen auf Hannover, vielleicht kennst du ihn, Reinhard Lorberg, der erinnert daran, dass zwei Generationen vor ihm, er weder seinen Vater, geschweige denn, seinen Großvater, hier kennenlernen konnte und man muss sogar noch zuspitzen, die hatten noch das Glück, diese beiden Väter, das ist ja das ganz Seltene gewesen, dass sie wenigstens Kinder in die Welt setzen konnten, unendlich viele sind als jüngere Generation quasi auf dem, in Anführungszeichen bewusst, fällt der Ehre geblieben, weggeschossen, totgeschossen, also ich will noch mal die Dimensionen zum Ausdruck bringen, also es wird oft von der Tragik gesprochen, dass diese Generation jetzt Einschränkungen zu erleiden hatte, was ja stimmt, diese Generation, gerade die Jüngere, durfte nicht mehr so raus und so weiter und so fort, aber faktisch ist das natürlich verglichen mit dem, wie im letzten Jahrhundert jüngere Generationen im wahrsten Sinne das Opfer des Lebens bringen mussten, eigentlich noch ausgesprochen, relativ, und der erste Einschränkungen überhaupt und jetzt vielleicht noch interessanter, das ist auch, man darf es nicht vergessen, die eigentlich Getroffenen in dieser Krise sind natürlich die ganzen Alten, das ist das Brutale, also die Getroffenen, die wirklichen Opfer, das muss man ja sehen, sind die Alten, die jetzt auch wieder, werden es wieder erleben, jetzt gerade in hoher Zahl in den Altenheimen zu Tode kommen, also das ist hochspannend, es ist nach wie vor so, dass natürlich auch, wenn es gerade unter den Jüngeren jetzt erstmalig so was gibt wie Einschränkungen, es ist doch ein erstmaliges, geringfügiges Erleben und es ist eigentlich, und hier verkehrt sich dann das alles und das ist so ironisch, es ist eigentlich eine Verkehrung der Situation, die auch mit der Klimakrise auf uns zukommt, weil bei der Klimakrise sind in der Tat die ganzen Jüngeren getroffen, das ist das eigentlich Ironische, also und hier leisten gewissermaßen die Jüngeren, die sich einschränken, da leisten eine solidarische, das sehe ich durchaus, eine solidarische Leistung zugunsten der Älteren, die gefährdet sind, ihr Leben zu verlieren, aber zukünftig, zukünftig geht es natürlich wirklich um die Frage, wie sind die Lebensgrundlagen der Jüngeren und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Corona so ein bisschen eine existenzielle, das soll jetzt nicht, es ist wirklich nicht spielerisch, aber es ist vielleicht wirklich so ein absolutes Aufwachen für auch eine jüngere Generation, gerade wenn es ihr gut ging, diese Exis, wir haben ja gesagt, es gibt immer den sozialen Riss, der Exis, aber viele haben doch diese, ich glaube diese existenzielle Seite in den Nachgenerationen ab 89 eigentlich gar nicht mehr so erlebt, das ist für meine, ich sage meinen Vater beispielsweise, meine Eltern beide, hatten beide ihre Eltern verloren, du hast es ja noch viel stärker, du bist Nachkriegskind, du hast doch immer erlebt, du bist quasi mit einer Generation groß geworden, wo die Eltern ja gar nicht da waren, ja, also in vielen, vielen Fällen, deine waren zum Glück beide noch da, weil du 49, aber ganz viele hatten ihre Eltern verloren, ich will damit sagen, diese Seite ist uns allen, auch mir übrigens natürlich, ist das lange, Ernsthaftigkeit ist uns irgendwo abhandengekommen und mit Corona bricht sie, glaube ich, ein Stück weit zumindest wieder auf und das ist vielleicht eine Chance. Ist das so, Luisa? Albrecht, genau, ich würde da gerne nochmal, du hast die jungen Generation angesprochen, du hast jetzt die Gegenwart und die Zukunft angesprochen, ich würde da gerne nochmal so ein bisschen anderen Gedanken mit reinbringen, also wir erwarten jetzt von der jungen Generation, so dass sie Maßnahmen einhalten sollen, dass sie eigenständig sein sollen, zu Hause jetzt Schule umzusetzen, dass sie, dass man Verständnis dafür haben soll, dass sie jetzt Meilensteine wie irgendwie Abi feiern oder Lehre oder sowas, dass sie da jetzt darauf verzichten müssten und gleichzeitig ist es aber so, auf die Zukunft gerichtet, wenn sie was zum Thema Klimakrise sagen oder beitragen möchten, haben junge Menschen und damit meine ich zum Beispiel auch 16-Jährige nicht die Möglichkeit auf politische Teilhabe, indem sie halt eben hier in Deutschland nicht wählen können und ich finde, das ist dann so irgendwie so ein Gegensatz und da hoffe ich ehrlicherweise, dass da auch vielleicht nach Corona was passiert, dass gerade junge Leute das dann auch verstehen und sagen, ja okay, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Druck machen, weil wir möchten gern mit 16 wählen. Teile ich, absolut. Also das ist so ein Ding, da klappt das so ein bisschen gegeneinander. Nein, das ist aber kein Widerspruch, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es ein großes Plus für die jüngere Generation sein kann, in Zukunft für sich zu reklamieren, wir haben tatsächlich in ganz großer Zahl, wo ich auch durchaus manche, ihr wisst das alle, auch im Parksee, die sich ja trotzdem treffen. Das machen auch Erwachsene, hinter einer verschlossenen Tür. Absolut, ganz richtig, ganz richtig, ist völlig richtig, aber umso mehr, die Jungen halten sich in allergrößter Zahl auf Rücksicht, um Rücksicht zu nehmen, auf die Älteren halten sich dann, und das erhöht meine Meinung nach natürlich die Inpflichtnahme der Älteren, ihr eigenes Lebensmodell zu hinterfragen, ganz klar. Also die, gerade die ältere Generation, das muss man ja mal sagen, die eigentliche Hauptnutznießerin der großen Aufstiegsgeschichte der Bundesrepublik, ist eigentlich die Generation Hans. Ja, natürlich. Das weißt du ja auch. Ihr habt letztlich immer in das, ihr seid in das Wohlstandswunderland, du zum Glück mit zwei Eltern, reingewachsen und es ging immer aufwärts. Und diese Generation, der es glänzend geht, oftmals, gibt es auch natürlich, aber es geht vielen glänzend, die sind natürlich zuallererst gehalten, sich wirklich fragen zu lassen, okay, jetzt haben die Jüngeren einen Solidarbeitrag im Sinne der Rücksichtnahme geleistet, wie halten wir es eigentlich in Zukunft mit den Jungen? Und das finde ich absolut richtig. Da ist die Konsum, auch übrigens die Konsumfrage, ist natürlich da am allermeisten am Platz, weil da ist das Kapital in vielen Hinsicht. Da wird es auch verbraucht. Also die Reiselustigkeit der Älteren, die das Geld ja auch erworben haben, ich will es Ihnen gar nicht neiden, das ist ja einfach zum Teil aufgrund guter Situationen mit guter Rente etc., die sind gefragt. Natürlich jetzt auch zugunsten der Jüngeren ein Stück weit auch kürzerisch. Ja, und man muss aber noch mal sagen, junge Menschen sollen jetzt solidarisch sein. Wo waren denn die vielen Erwachsenen während allen Fridays for Future Bewegungen und Aktionen, wo waren denn da die Erwachsenen solidarisch? Das sehe ich nicht ganz so. Ja, das sehe ich zum großen Teil schon so. Und da erwarte ich dann andersrum auch nach dieser Krise wieder, dass das andersrum dann auch mal mitgenommen wird. Gerade weil es auch für junge Leute jetzt so, glaube ich, enttäuschend ist zu sehen, alles klar, an die Wissenschaft kann sich jetzt gehalten werden. Da werden jetzt politische Konsequenzen rausgezogen. Und wenn es um das Thema Klimakrise geht, wo wir ja wirklich wissenschaftlich Fakten haben und Studien, die belegen, wir müssen was tun, da sagt die Politik, ja, machen wir das mal irgendwann. Also das ist doch eine Enttäuschung für die junge Generation. Was ihr gerade schön herausgearbeitet habt, von den Erwachsenen, wird in Zeiten von Corona, da erwarten die von der Jugend, Erwachsener zu sein als sie selbst. Und wenn es um das Klima geht, dann wird auf die Heranwachsenden nicht so reagiert, sondern die sind da halt noch jung, die sind naiv, wenn die wüssten, wie schwer das in der Politik alles machbar ist, dann würden sie gar nicht so auftreten. Ich glaube, dass ihr da eine ganz falsche generationelle Einheit der Erwachsenen wie der Jungen kreiert. Das ist völlig falsch. Also um es mal deutlich zu sagen, ich habe es ja am Beispiel meiner Eltern praktisch immer gedeutlich gemacht. Meine Eltern haben im Zweifel, ich sage es ganz mal zugespitzt, einen viel kleineren, in ihrem langen Leben kleineren ökologischen Fußabdruck als du. Absolut. Weil sie ganz anders gelebt haben. Und es sind ungeheuer, deswegen ist es eine ganz falsche Gegensetzung, die wir da aufmachen. Es wäre verheerend, das auch zu vertiefen. Es gibt ungeheuerlich viele Ältere, Eltern, Großeltern, die sind zwar nicht mit Fridays for Future als Jugendgeneration auf die Straße gegangen, aber die haben in hohem Maße die Bereitschaft signalisiert, tun das übrigens auch in Wahlen, du siehst es in den guten Ergebnissen der Grünen, sie haben eine große Bereitschaft zu sagen, wir wollen für unsere Enkel, für unsere Kinder die Welt bewahren. Deswegen sind wir für zu großen Einschränkungen bereit. Die haben das übrigens auch, wie wir alle übrigens, ich kann für mich übrigens reklamieren, ich habe recht früh mich mit der Öko-Frage, die hat mich übrigens politisiert, ich habe es in einem schönen Gespräch mit dir erzählen können, also in den 80er Jahren. Das hat uns politisiert, die wir grün sozialisiert sind. Deswegen habe ich mich früh damit beschäftigt, auch unsere ganze Zeit beschäftigt sich sehr lange mit, aber das tun auch übrigens viele andere in der älteren Generation, aber man muss auch das ein Stück weit exkulpierend sagen, die ganze Dramatik der Zuspitzung, der immer schnelleren Beschleunigung und der Überholung gewissermaßen der Ereignisse mit den Kipppunkten, wie sie sich rasant jetzt quasi wechselseitig befördern, das war in der ganzen Dramatik nicht so absolut absehbar. Und insofern, da müsste sich übrigens auch viele von den Jüngeren, du sagst ja selber, du bist ja auch nicht mehr 18, sag ich jetzt mal, du bist 31, du hast dich ja auch recht spät, aber du hast es dann getan, was ich großartig finde. Ich halte dich da auch für ganz wichtig, weil du die junge Generation politisierst, im positiven Sinne. Aber auch du hättest früher, ganz musstest du sagen, hättest viel früher. Aber es gibt ja viele, die viel früher anfangen. Ja, weil doch der Witz, jetzt sag ich es mal, weil der Witz für diese junge Generation, um es klar zu sagen, das ist, das trennt übrigens schon die 20-Jährigen von den 16-Jährigen, die 16-Jährigen politisieren sich jetzt eben, weil das Wissen so dramatisch ist. Weil, muss ich doch mal deutlich sagen, weil das die ganz große historische Leistung von Greta Thunberg ist. Ein solcher, man merkt, wie ein einzelner Mensch richtig Geschichte machen kann. Also das muss man schon auch alle sagen. Und die hat einen Anstoß gegeben, der historisch ist. Aber das, ich hielt es für ganz falsch, auch da zu sagen, da ist eine Riesenkluft. Nein, das ist es nicht. Man kann die Alten durchaus hochgradig mitnehmen. Und ich gehe sogar noch weiter. Es geht auch ein Riss durch die, weil man darf auch nicht von der jungen Generation sprechen, von Allgemeinheit sprechen. Im Gegenteil, du erlebst doch selber gerade in deinem Umfeld, die junge Generation, sage ich, ist ein Teil, ich sage es bewusst, ein Teil der Generation ist natürlich hochgradig, weiterhin konsumorientiert. Wir haben übrigens sogar einen hohen Anteil an Rechten in der jungen Generation, sehr rechten in der jungen Generation, die gerade im Osten hochgradig AfD wählen. Also will ich sagen, es gibt diese Generationseinheiten nicht. Es gibt sie nicht in subjektiver, in jedenfalls Überzeugungshinsicht. Das gibt es nicht. Und deswegen glaube ich, ist es falsch da, da einen Cut zu machen. Das ist im Gegenteil, man muss die Älteren stärker mitnehmen und sie, klar, man muss sie, gibt übrigens auch Parents for future längst. Es gibt ja diese Bereitschaft. Ja, aber, also ich, zwei Anmerkungen, das eine, mein Thema, finde ich, ist, haben wir jetzt ausreichend besprochen. Das soll ja kein, kein, kein Abend nur über diese Generationenfrage sein. Zum Zweiten, was ich aber als Resümee für mich daraus ziehe, ist, den Punkt finde ich ganz wichtig, den Luisa da am Ende gemacht hat, dass sie nämlich gesagt hat, wenn jetzt von der jüngeren Generation, und da ist es eine Generationenfrage, verlangt wird, dass sie sich solidarisch verhält, um alte Menschen, die Hauptrisikogruppe zu schützen. Ja, dann haben verdammt noch mal die älteren Generationen mindestens genauso die Verpflichtung, weil da geht es um unsere Zukunft. Da geht es um die Zukunft von Leuten, die heute 16 und so weiter sind. Und da darf niemand, der jetzt 70 ist, sagen, ach, meine Güte, solange ich lebe, hält das schon auch. Nein, wenn die Jungen jetzt in Vorleistung gehen, für die Risikogruppen, die Alten, dann entsteht, aus meiner Sicht, für ältere Generationen, im Hinblick auf die anderen Fragen, eine Verpflichtung zu sagen, die Generationengerechtigkeit kann keine Einbahnstraße sein. Bei dem Thema sind wir. Das war ja meine erste Rede, da sind wir doch alle einer Meinung. Und es ist ja sogar so, bei all den Texten, die ich zum Beispiel geschrieben habe, geht die Kritik interessanterweise, und da gibt es auch wiederum eine harte Generation Auseinandersetzung gegen die meistens älteren weißen Männer. Ich sage, das ist übrigens interessanterweise auch ein Fasten-Gender- oder Feminismus-Thema, die weißen Männer, ob sie Tichy, ob sie Matosek, ob sie wie auch immer heißen, die natürlich die absolute Diskreditierung der Bewegung der jungen Generation betrieben haben. Also niemand hat härter gegen Greta Thunberg geschossen, als die Tichys, die Matoseks etc. Das, weil die natürlich auch hoch egoistische Interessen verteidigen. Die Delegitimierung des eigenen Lebensstils, der ja von der jungen Generation zu Recht erhoben wird, die sagen, ihr müsst überlegen, ihr verbraucht unsere Zukunft. Die wird von denen natürlich abgewehrt, die vielleicht nur noch 10, 15, 20 Jahre zu leben haben. Also Hans, wir beide, du noch mehr, als ich, wenn du 20 Jahre älter bist, können sagen, okay, nach uns die Sinnflut in 20, 30 Jahren. Und das ist natürlich eine Haltung, die die junge Generation nicht einnehmen kann. Und da habt ihr völlig recht, ist ja meine Meinung. Da muss man die in die Pflicht nehmen. Aber ich hielte es für falsch. Man muss sich als junge Generation es nicht mit der ganzen Generation verderben, weil es gibt viele, viele, viele Sympathisanten, die der Meinung sind, sie unterstützen das, was die Jungen machen. Es gibt ja auch Sympathisanten in der Bundesregierung. Also die sagen dann, ja toll, was Fridays for Future da alles macht. Also die verbal, verbal umarmen sie sie und machen dann im Hintergrund genau das Gegenteil und sorgen dafür, dass die alten fossilen Industrien weiterleben können. Also darum ist es ja auch immer ein bisschen absurd, wenn, ich meine, du hast ja auch kein Problem damit, wenn CDU, SPD und so weiter an der Regierung sind. Eigentlich muss man da ja als Generationen-Thema ja hoffen, dass diese Parteien gar nicht mehr gewählt werden, weil die haben sich über Jahrzehnte an unsere Generation und auch die Jüngeren verraten. Richtig, und dann sind wir aber ganz kurz, dann sind wir wieder da, da gebe ich dir voll recht, dass es ja dann so sein muss, dass die Generation aber auch die Möglichkeit hat, da mitzuwählen und da entscheiden zu dürfen. Und es ist ja total logisch, dass sie es halt nicht dürfen, weil alle Schiss haben, was kommt dann dabei raus, wenn 16-Jährige jetzt auf einmal zur Wahl dürfen. Das muss man ganz klar so sagen. Das gibt ja einen guten Grund, warum die CDU sagt, nee, 16- oder 14-Jährige dürfen nicht wählen. Die wählen uns ja nicht. Was ist denn sonst die Begründung? Nach dem Corona-Jahr kann man meiner Meinung das nicht mehr anders begründen. Man erwartet dieses Jahr so viel Verantwortung von einer jungen Generation, die zeigen, dass es funktioniert. Dann könnte man eigentlich nächstes Jahr, hat man keinen Grund mehr zu sagen, ja, ihr seid zu jung. Nee, ist nicht. Man hatte es davor für mein Verständnis schon nicht, aber jetzt kommt, Entschuldigung, ich sage Ihnen einen Satz, ich sage Ihnen einen Satz, es gibt jetzt aber ein absolutes Problem bei der Sache. Erstens, radikal gedacht, und das ist das viel Entscheidendere, kannst du bei 16 Jahren gar nicht Schluss machen, um es deutlich zu sagen. Weil jeder, der hier in dieser Gesellschaft lebt, von den Emissionen der Älteren, von uns allen betroffen ist, eigentlich salopp gesagt, hätte jeder ein Wahlrecht. Und übrigens weit über Deutschland hinaus, weil wir mit unseren Emissionen permanent den Rest der Welt auch mit betreffen. Also wenn man das wirklich mal grundsätzlich gedenkt, dass Demokratie die Entscheidung, der von einer Entscheidung Betroffenen ist, über die Maßnahmen, die sie dann selber beeinflussen, dann müsste man nicht bei 16 aufhören, dann muss man sich fragen, hat nicht jeder, der geboren wird, möglicherweise ein Stellvertretender durch die Eltern wahrgenommenes Wahlrecht. Das geht also viel radikaler zu und die Frage, die zweite, die natürlich immer im Raum ist, wo machst du Schluss? Kannst du bei 16 Schluss machen? Sollen es schon die 14-Jährigen haben? Das ist ein Stück weit das Problem. Aber ich bin trotzdem ganz bei dir. Wir haben ja einen Streit mal mit Luisa Neubauer gehabt, die war ganz zurückhaltend, und du kannst dich an einen Podcast erinnern, da war sie gar nicht so entschieden. Ich habe da immer gesagt, natürlich sollte man bei 16 anfangen und solche Krisen, das war nur als historische Parallele gesagt, da hat Hans ja das Richtige gesagt, Krisen sind immer Zeiten des Umbruchs. Das Frauenwahlrecht ist nicht ohne Grund nach dem Ersten Weltkrieg durchgebrochen, weil Frauen plötzlich die entscheidende Rolle gespielt haben in der Weltkriegsproduktion und in anderen Situationen. Das heißt, das ist ein starkes Argument, finde ich absolut richtig. Sollte man drauf drängen. Es gibt übrigens auch 10 Millionen Menschen in Deutschland, die in Deutschland leben, aber kein Wahlrecht haben. Also die dürfen wir auch noch nicht vergessen. Auch richtig. Die Kinder unter 18 sind das eine und die 10 Millionen Menschen, die einen anderen Pass haben. Ist aber ein riesen anderes Thema. Genau, riesen anderes Thema. Time out. Aber die leben auch hier. Time out. Das finde ich super. Ja, das finde ich gut. Er hat ein schwarz-weißes Oberteil an. Er hat so ein bisschen Schiedsrichter hier. Ja, genau. Luisa ist dran mit ihrem Thema. Mit meinem Thema. Ich hatte zwei Themen mitgebracht und wollte gerne mit einem Thema anfangen, bei dem ich auch dieses Jahr sehr emotional geworden bin. Das ist nämlich das Thema Camp Moria. Müssen wir hier nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen erklären, was, was, genau, okay. Camp Moria, griechisches Flüchtlingslager auf Lesbos, war ursprünglich mal ausgelegt für circa 2.800 Menschen. Ich glaube, Stand März, also 2020 waren es da aber 20.000 Menschen. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich das mal kurz bildlich vorstellt. Da sind Menschen, die mussten aus ihrem Land flüchten, kommen dann in so ein Lager, da sind eigentlich 2.800 Menschen drauf ausgelegt, dann sind da 20.000 Menschen. Was das für eine Katastrophe ist, schon alleine von der Hygiene und von allem her vor Ort, was die da machen können beziehungsweise was sie nicht machen können. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Europa probiert hat, sich da wegzuducken und diesem Thema immer aus dem Weg zu gehen und die Verantwortung da überhaupt nicht zu übernehmen. Dann kam Corona, dann hatte ich auch mal mit Erik Marqua telefoniert und die meinten alle schon am Anfang von Corona, hey, wir probieren immer zu warnen, und wir sagen die ganze Zeit, Sag, wer das ist. Achso, oh, Erik Marquardt ist ein deutscher Politiker, der ist Mitglied im Europäischen Parlament in der Fraktion Grüne-EFA, sagt man, ne? Ja, ja. Genau. Und der kümmert sich ganz, ganz doll um das Thema, gerade im Camp Moria und die geflüchteten Menschen vor Ort und ist auch immer hier in Deutschland das Sprachrohr gewesen, auch für viele, ja, SchauspielerInnen oder Stars, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. So, und der hat am Anfang schon gesagt, so im, weiß ich nicht, im März, das ist eine Katastrophe hier. Die Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, Abstand zu halten. Die Leute haben keine Seife. Die Leute müssen ein Wasserhahn sich mit 1800 Menschen teilen. Das geht einfach nicht. Wenn hier Corona ausbricht, dann haben wir ein Problem. So, und es war ja dann, glaube ich, gestern, gestern vor drei Monaten hat es gebrannt im Camp. Und das, weil tatsächlich Unruhen dort ja stattgefunden haben, weil die Menschen einfach super Schiss hatten. Sie haben gehört, es gibt hier Corona-Infizierte. Was machen wir jetzt? Die waren eh schon alle emotional voll am Tiefpunkt, weil sie nicht wussten, wer kümmert sich um uns. Sie haben das Gefühl, dass sich niemand um sie kümmert. Und dann hat es ja gebrannt. So, und jetzt gab es ja dieses Übergangslager. Gibt es immer noch. Oder gibt es noch. Camp Moria 2, Karatepe. Und dort hat Erik gesagt, es ist jetzt immer noch so katastrophal. Und es wird sich immer noch nicht um die Menschen gekümmert. Und zwischendurch hat ja Horst Seehofer mal gesagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass das schnell funktioniert. Und eine EU-Kommissarin, hatte ich gelesen, hatte auch versprochen, es wird kein zweites Camp Moria geben. Und da ist eigentlich eher meine Frage an euch. Wir haben ja dann doch ein paar geflüchtete Menschen, hier in Deutschland aufgenommen, was eigentlich ein Witz ist von der Anzahl her. A, wie kann es sein, dass jetzt immer noch nichts passiert? Natürlich hat jeder, weiß ich nicht, in der EU jeder Staat irgendwie mit sich selbst zu kämpfen. Aber gerade wenn es um Grundwerte geht, dann bedeutet das doch eigentlich, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Weil diese Menschen sind gerade einfach unsichtbar und niemand kümmert sich um sie. So, warum ist das so? Was kann man hier in Deutschland tun? Und letzte Frage, gibt es eigentlich so was wie einen finanziellen Topf, der eigentlich jetzt gerade wieder dorthin geht? Weil Erik gesagt hat, Lu, es ist so, die haben da keine warmen Duschen, die haben Zelte ohne Heizungen. Das ist eine Katastrophe. So, warum sieht das optisch schon so nach einer Katastrophe aus? Wo ist das Geld? Wir waren ja vorhin beim Brennglas, das Corona auf die Gesellschaft zeichnet. Ich finde, das Camp Moria ist ein Brennglas für die europäische Flüchtlingspolitik. Europa ist sich in dem Sinne einig, das, was dort passiert, soll passieren. Das ist deren Intention. Moria soll als abschreckendes Beispiel für diejenigen gelten, die es nach Europa versuchen. Nämlich im Sinne von, wenn ihr das versucht, kommt ihr da rein, dann wird es euch vielleicht sogar noch schlechter gehen, als da, wo ihr herkommt. Und gleichzeitig wird innerhalb Europas so getan, naja, wir haben ja Werte und eigentlich müssten wir helfen, aber wir können nicht, weil die anderen auch nicht mitmachen. Das ist ja so die deutsche Argumentation, hinter der man sich versteckt. Im Sinne von, naja, wir finden auch, die sollten alle verteilt werden, aber wir können ja jetzt nicht alle aufnehmen, solange nicht alle anderen mitmachen. Das wird uns aber seit fünf Jahren gesagt. Das ist einfach eine Durchhalteparole, damit die Öffentlichkeit nicht auf die Straße geht und sagt, jetzt macht mal was anderes. Weil so kann die Bundesregierung und andere Regierungen immer wieder sagen, ja, die Ungarn und die Polen, die wollen das nicht. So, und dementsprechend ist das aber natürlich ein zynisches Spiel, auch von der Bundesregierung, weil die wollen das natürlich auch nicht. Die sind ja froh, dass es diese Blockierer gibt. Und selbst wenn Ungarn und Polen den Widerstand aufgeben würden, wenn es dann eine andere Regierung geben würde, dann würde die Flüchtlingspolitik in Europa ja nicht anders aussehen, weil alle sind sich einig, Europa muss abgeschottet werden. Und die, die es dann trotzdem noch schaffen, die werden entweder, wie Thomas de Maizière mal bei mir gesagt hat und Seehofer das ja eigentlich auch will, entweder sollen die in Afrika bleiben, dann machen wir so ein europäisches Flüchtlingscamp in Afrika, was total irre ist, oder wir machen richtig verwahrloste, katastrophale Camps, wo die Leute dann, die da hinkommen, gar nicht mehr wissen, sind wir jetzt eigentlich in einem Katastrophengebiet in unserer Heimat oder in Europa. Das ist meine These. Aber das ist doch, nur noch mal die Zwischenfrage, ist doch einfach ein Verschieben des Problems auf die nächsten Jahre. Also, man probiert das ja immer einfach weiter hinaus zu zögern und ist es dann nicht irgendwann so, dass wir, wann kommt der große Knall? Also, es ist doch auch so, wir werden doch auch irgendwann an den Punkt kommen, dass durch die Klimakrise zum Beispiel auch immer mehr Menschen nicht mehr bei sich im Land sein können. Was machen wir denn? Aber genau deshalb machen sie das, unterstelle ich denen. Also, sie wissen, dass mehr Flüchtlingsbewegungen in den nächsten Jahren auch unabhängig von Krieg und Frieden kommen wird durch die Klimaproblematik und dementsprechend muss jetzt gehandelt werden, wie können wir es schaffen, dass so wenig wie möglich kommen und die, die kommen, werden wir dann irgendwie entweder in so eine erbarmungslosen Camps stecken oder halt ein Paar verteilen. Ja, es ist ja einfach nur peinlich. Nee, das ist zynisch und menschenverachtend. Und darum sind, die Werte sind natürlich die PR-Werte der Europäischen Union. Ich meine, wir gelten ja auch als Friedensprojekt und trotzdem ist jedes zweite europäische Land in den Krieg verwickelt. Das ist in der Sache ja alles richtig, Thilo, was du sagst. Es hat bloß zweierlei Haken. Erstens ist tatsächlich nach 2015 der Versuch einer Aufnahmepolitik, die die Bundesrepublik betrieben hat, den Versuch hat sie betrieben, sie hat versucht, Umverteilung in Richtung Ungarn, in Polen etc. zu leisten, krachend gescheitert. Die Ungarn und Polen haben klipp und klar gesagt und haben in der Hinsicht übrigens leider von der großen Flüchtlingsaufnahmeoffensive ihr Kalkül betreibend ihren Profit gezogen. Sie haben nämlich gesagt, wir machen unsere Grenzen zuallererst dicht. Wir betreiben eine nationalistische Politik. Wir wollen keine Aufnahme. Das war die erste Situation. Und das ist jetzt europäisiert worden? Absolut, absolut, absolut. Wir haben uns an Ungarn und Polen Beispiel genommen. Wir sind die Festung Europa. Nur jetzt kommt der einige Haken bei der ganzen Sache, Thilo, um nicht von einem entscheidenden Punkt zu sprechen. Ach, Scheiß. Nein, ich habe ja nur... So, du hast eine meines Erachtens völlig falsche Unterstellung getätigt. Weil du nämlich gesagt hast, das wird alles so kaschierend betrieben, damit nicht die Öffentlichkeit Putz macht und die Bevölkerung auf die Straße geht. Es ist leider viel brutaler. Die deutsche Öffentlichkeit wie die europäische Öffentlichkeit hat gar kein Interesse daran, auf die Straße zu gehen. Das ist das Drama. Die Regierung macht das in dem Wissen darum, dass ein Großteil der Bevölkerung, und das ist der real exizierende Zynismus, von dem wir uns alle nicht freizeichnen können. Und das ist übrigens auch die Politisierung, die du, wenn du wirklich Politisierung mit deiner Community machen willst, betreiben kannst. Wir alle leben absolut mit dem Zynismus, dass wir sehenden Auges erleben, dass wir unseren großartigen Lebensstandard auf Kosten derer praktizieren, die in den Grenzen nicht reingelassen werden. Und da können wir uns nicht rausnehmen. Denn man muss es schon so hart sagen, diese Situation, und du hast ja das Richtige gesagt, ja, sie wird viel dramatischer werden. Wir werden natürlich durch die Umweltzerstörung Fluchtbewegungen bekommen, die dramatisch sind. Das heißt aber, wir werden sie auch, das muss man leider auch sagen, auf europäischem Boden auch nicht alleine lösen können. Diese Einsicht, glaube ich, ist auch nicht falsch. Also, das heißt, es sei denn, und das wissen leider ja dann die Regierenden doch allzu gut, Rechtspopulisten, wie sie schon 2015 gewachsen sind, wie irre, nämlich mit der AfD und nur als AfD als Einteil, würden natürlich weiter Munition bekommen, wenn wir ein noch stärkeres Problem von Aufnahme von Flüchtlingen hätten. Und darum setzen die Nicht-Rechtspopulisten das Programm der Rechtspopulisten um. In der Tat, in der Tat. Das ist aber nun leider so, weil stillschweigend, ja, Thilo, da müssen wir die Mehrheitsverhältnisse ändern. Es ist leider so, die Einsicht der Politiker, guckt doch mal an, deswegen habe ich mich an den Begriff Zerstörung der CDU so aufgehängt am Anfang. Das ist ein Jugendbegriff, ne? Nimm es nicht wortwörtlich. Riesel ist auch knapp 30, also interessant ist, was dahinter steckt. Ja, aber hat eine junge Zielgruppe. Ja, das ist aber egal. Das ist sehr egal. Du willst ja auch, wir wollen alle Aufklärung leisten und das Problem ist momentan nicht, das sage ich bewusst, momentan ist unser Problem nicht hauptsächlich, das haben wir ja auch in Disput, Thilo. Du hast ja selber nochmal gesagt, die müssen wir alle, die müssen alle weg, diese Parteien. Nein. Hab ich gar nicht. Naja, du hast gesagt, du würdest, Albrecht, du würdest dir ja weiter, SPD und CDU, würdest du weiter an der Regierung lassen. So, ich sag mal, aus realpolitischen Gründen sehe ich momentan leider gar keine Alternative und das Problem ist eher, es gibt durchaus meinem Eindruck nach, nicht nur amoralische Leute in der CDU, aber die haben ein Wissen um die Begrenztheit ihrer Optionen und die sehen sehr genau, dass das besitzstandswahrende Interesse eines Großteils der Bevölkerung hier in Deutschland ganz klar ist und das geht weit in die Mitte hinein, dass eine Grenze der Aufnahmebereitschaft existiert und das ist das Problem und das wird hier gelebt und wir haben, das ist eine absolute, du hast, wie hast du es gesagt? Nee, du hast gesagt, das ist, Thilo hat zu Recht, Menschen verachten gesagt, ich würde es Schizophrenen auch ein Stück weit nennen. Wir halten natürlich die Werte hoch, du hast völlig recht, aber wir wissen sehenden Auges, wir haben eine Festung Europa und die macht dicht, aber wir werden das nicht ändern, wenn wir zweierlei mal in meiner Meinung nach nicht besser machen, wenn wir nicht dann versuchen, wirklich in die Parteien zu gehen und deutlich zu machen, moralische Offensiven zu tätigen, dann müssen wir aber die Leute hinter uns bringen, das ist die demokratische Frage. Die müssen wir dann auch in der Art beantworten, dass die Leute die Mehrheiten anders drehen und ich glaube, es hängt in der Tat sehr an der Frage des Lebensstils, weil wenn wir da nicht dranbleiben an der Klimafrage, dann werden die Flüchtlingsbewegungen größer werden und dann wird das Elend immer dramatischer und das ist leider, das ist leider die Zukunft dieser jüngeren Generation und unserer aller Zukunft, die nächsten zehn Jahre wird diese Frage brutal werden. Das wird eine Dekade, in der uns diese Probleme in solcher Massivität bedrängen werden, auch die moralische Frage und da hast du das Rechte gesagt, Hans, das wird eine Polarisierung, eine krisenhafte Polarisierung mit sich bringen, der ich übrigens auch nicht nur positiv entgegensehe, weil das wird natürlich auf der Linken wie auf der Rechten zu massiven Zuspitzungen führen und das, man kann nur hoffen, dass in der Mitte mehr Aufklärung passiert und ein riesiges Umdenken, das ist meine eigentliche Umdenken. Hans, darf ich noch eine Sache dazu sagen und dann lasse ich, Es ist dein Thema, Rede. Das wird ja noch schwieriger, weil gerade, wenn du sagst, gerade zum Thema Klimakrise, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ist es ja auch so, ich glaube, heute ist gerade erst der UNO-Bericht rausgekommen, dass unsere Anstrengungen und das sind ja noch nicht mal Anstrengungen, die wir jetzt haben und auch die ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die andere EU-Staaten oder andere Länder vorweisen, das reicht ja alles hinten und vorne nicht Berechnungen zufolge, dass wir überhaupt bei den zwei Grad drunter bleiben. Das heißt, es müsste, ich weiß gar nicht, alles sogar dreifach so intensiv umgesetzt werden, damit wir überhaupt da bleiben und es nicht zu einer größeren Katastrophe kommt. Und das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass wir so viele Einschränkungen haben und dass sich dann, wie du sagst, ich glaube, die Fronten noch verhärten und ja, das ist so ein, wie nennt man das? Teufelskreis. Danke, danke, es ist ja so eine Art Teufelskreis halt irgendwie und dafür habe ich keine Lösung und das ist für mich aber ganz schwierig, gerade weil ich so eine junge Community hinter mir habe, was sagt man denn, was sagt man denn, was macht man denn, was kann man denn überhaupt machen? Manchmal ist man so hilflos in dieser Situation irgendwie, finde ich. Es reicht ja nicht, wenn der Gedanke zur Wirklichkeit drängt, die Wirklichkeit muss auch zum Gedanken drängen, sonst ändern sich Verhältnisse nicht. der Feudalismus, also die Herrschaft, die kleinstaatliche Herrschaft des alten Adels, der ist nicht deswegen untergegangen, weil die Feudalherren gesagt haben, ach, eigentlich haben die geknechteten Bauern leib eigenen Recht, wir beuten die aus und leben auf deren Kosten. Das war eher andersrum, dass die geknechteten und ausgebeuteten gesagt haben, wir lassen uns das nicht länger gefallen. So geht Geschichte. Also alle, oder in den seltensten Fällen sind soziale demokratische Bewegungen von oben her durch Einsicht der Besseren gekommen und beschlossen worden, sondern eigentlich immer von wesentlich durch Druck von unten her, von Seiten derer, die darunter gelitten haben. Und wenn man diesen Grundmechanismus jetzt auf dieses Thema, und da ist für mich Migration und Klima ganz eng beieinander, 20 Prozent der Menschheit verzehren, 80 Prozent der Ressourcen. Wir gehören, und zwar kollektiv, gehören wir wesentlich zu diesen 20 Prozent. Bei allen Spaltungen und sozialen Fragen und Ungerechtigkeiten, die wir innerhalb dieser Gesellschaft haben, aber als Nation und auch als modernes Europa, gehören wir zu diesen 20 Prozent. Großartiger Lebensstil, meinte Albrecht. Ja, ja, es ist im Wesentlichen, es ist im Wesentlichen. Aber was ist daran großartig, wenn wir... Es ist, ich sag, ich sag erst mal, es ist, es ist ein Fakt, dass wir, wir gehören kollektiv zu den Profiteuren dieser globalen Ungerechtigkeit. Wir befinden uns in einer Spätphase, ich weiß gar nicht, ob es die Endphase ist, aber wir befinden uns in einer späten Phase eines globalisierten, imperialistischen, kolonialistischen Systems. Die Kräfte, und dann sind wir jetzt bei, wenn man so will, bei Goethe, die Kräfte, die ich rief, werde ich hier nicht mehr los. Was wir dort produziert haben, auch an Kriegen, also die meisten Flüchtlinge auf Moria sind Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Den Krieg in Syrien hätte es auch nicht gegeben, ohne diese globalen Machtperspektiven. Was wir erleben, und da hast du völlig zu Recht darauf hingewiesen, die Klimakrise mit ihren Verwüstungen, die sie in den Ländern Afrikas um den Äquator anrichten wird, das werden Lebensräume, die nicht mehr bewohnbar sind. Diese Menschen, wenn sie nicht verrecken wollen, müssen woanders hingehen. Und die Räume, die sich dann als einzige anbieten, das dazu gehören wesentlich auch unsere europäischen Räume. Was wir jetzt erleben, diese Abschottungspolitik, und ich finde die auch, zynisch ist das richtige Wort, ist ein richtiges Wort, Empörend ist auch richtig, aber Hilflosigkeit gehört ganz genauso dazu. Was wir jetzt erleben, ist auch Ausdruck der Tatsache, dass zum Beispiel Deutschland sich 50 Jahre lang geweigert hat, zu akzeptieren, dass wir eine Einwanderungsnation sind. Was sie aber faktisch immer waren. Das heißt, es hat selbst auf einer operativen Ebene, fängt es jetzt erst allmählich an, zu sagen, ja, Migration, Wandel, Wechsel von Menschen, und zwar größerer Zahl weg von den Ländern, wo sie geboren worden sind, in andere Lebensräume. Das ist das Lebens- und Existenzmodell, in dem wir schon mittendrin sind. Wir sind aber überhaupt nicht, wir sind überhaupt nicht, so wenig wie unsere Schulen digital lernfähig sind, mehrheitlich, sind wir in der Lage, diese Form von Migration als ein sinnvolles, produktives, perspektivisches Miteinander zu begreifen. Und weil wir das nicht haben, da gibt es viel schuldhaftes Versagen, sowohl, ich sag jetzt mal, der gesamten westlichen Politik und der Lebensmodelle. Weil wir das nicht haben, kommen dann Kräfte, die sagen, oh Gott, wir wuppen das nicht, wir riegeln uns ab. Die Festung Europa, Albrecht hat das richtige Wort gemacht, es ist ein Zynismus, der zum Teil auch auf Hilflosigkeit basiert, auf selbstverschuldeter Hilflosigkeit zum Teil, was es nicht weniger entschuldbar macht, aber erklärbar macht. Was ich an dieser Frage, und da kann ich nur sagen, der Druck wird wachsen, sei es der Druck von Kriegsflüchtlingen, sei es der Druck von Klimaflüchtenden, um das mal so zu sagen, dieser Druck wird wachsen. Und wenn wir nicht lernen, und das ist wiederum jetzt auch das Recht und die Notwendigkeit einer jüngeren Generation zu sagen, das ist auch unsere Zukunft. Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wir können uns nicht nur hier als Bio-Geburtsdeutsche, als Festungsbewohner sehen, sondern wir müssen lernen, in der globalen Perspektive auch des Miteinanderlebens zu denken und zu handeln. Was ich skandalös finde, ist, dass selbst das, was unter diesen eingeschränkten Bedingungen möglich wäre, Moria, selbst das wird nicht gemacht. Und das ist, was ich sehr realistisch der jetzigen Bundesregierung vorwerfe, es gibt Angebote von westdeutschen Kommunen für über dreieinhalbtausende Flüchtende aus Moria, die aufgenommen werden sollten. Tatsächlich, es gab konkret die Angebote der Kommunen, tatsächlich aufgenommen wurde nicht mal die Hälfte oder etwa die Hälfte, weil das Bundesinnenministerium Horst Seehofer vorweg sagt, nein, das genehmigen wir nicht. Hans und das für Leute, die jetzt vielleicht auch zugucken oder auch für mich tatsächlich, die das nicht ganz nachvollziehen können, also ganz pragmatisch, man macht es oder man macht es eben nicht, weil man Angst hat, dass man dadurch die AfD wieder größer macht, kurz vor den Wahlen? Ja, es ist, also da geht es, da geht es mehrerlei miteinander. Das eine ist, das muss man jetzt auch sagen, weil Albrecht vorhin sagte, 2015 wurde ja versucht, eine andere Flüchtlingspolitik zu machen. Merkel hat sehr schnell, nachdem sie die Grenzen nicht zugemacht hat, eine große Zahl von Migranten dann in Deutschland war, hat Merkel sehr schnell gesagt, das darf sich nicht wiederholen. Das Jahr der Menschlichkeit. darf sich nicht wiederholen. Das hat sie so nicht gesagt. Ja, aber das heißt das. Nein, 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 aber so, und man kann über Merkel viel sagen, auch viel Kritisches, sie hat aber ein Gespür dafür, wo sind in gesellschaftlichen Mehrheiten Kipppunkte erreicht oder nicht. Und ich fürchte in der Tat, und das ist ein Stück weit auch die Antwort, wenn das, was mit meiner vollen moralischen Unterstützung auch, 2015 begonnen hat, wenn sich das fortgesetzt hätte, befürchte ich tatsächlich, dass wir eine AfD hätten, die nicht bei 10, 15, sondern eher bei 30 Prozent liegen würde. So, ich fürchte einfach, es ist so, weil die Ideologien, die Ängste kollektiv, weil wir auch nicht darauf vorbereitet sind, auf eine global mobile Migrationsgesellschaft, da sind wir innerlich noch nicht. Das ist ja noch viel schwieriger, als zu sagen, alle können das Internet benutzen. Und dass dann Politiker in der Tagesaktualität sagen, bevor wir diese Schleusentore für den kackbraunen Sumpf öffnen, machen wir sie lieber zu, das ist tragisch, das ist dramatisch, und trotzdem ist es dann auch wieder nachvollziehbar. Die große Frage für mich ist, wie weit müssen diese Tore zu sein, oder wie weit müssen sie geöffnet werden, damit wir wenigstens diesen Lernprozess hinkriegen. Und da würde ich sagen, wenn es Kommunen gibt in Deutschland, die sagen, wir können 3.500 flüchten, das ist jetzt eine konkrete Zahl, unterbringen, dann soll nicht die Bundesregierung sagen, nein, Flüchtlingspolitik ist Bundespolitik, wir genehmigen euch das nicht. Und das Argument zu sagen, wenn wir das machen, dann freuen sich ja die anderen Europäer, die da nicht mitmachen wollen, und sagen, ha ha ha, die doofen Deutschen, das ist ein vorgeschobenes, ein fadenscheiniges, das finde ich nicht akzeptabel. In Parenthese, übrigens leben in Ungarn wesentlich mehr geflüchtete Migranten, als in Deutschland. Es ist aber auch fadenscheinig so zu tun, als ob nur die AfD was gegen die Flüchtlinge hat. Also ich würde schon sagen, wenn es die AfD nicht gäbe, würde die Union und die SPD trotzdem so eine Art von Politik weiterführen. Aber nur so eine Art, Thiel, oder auch so krass? Also das entschuldigt das nicht, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob sie es genauso machen würden. Das wissen wir nicht, das ist Spekulation, aber ich wollte darauf hinweisen, es passiert nicht alles wegen der AfD. Wir hatten auch in den 90ern Jugoslawien-Krieg Probleme, es gab Asylpakete, die waren noch dramatischer und schlimmer als die, die wir nach 2015 bekommen haben und da gab es gar keine AfD. Und da hat die SPD und die Union auch das Grundgesetz massiv eingeschränkt. Es gibt ja noch ein viel, viel grundsätzlicheres Problem und das hat Hans nicht hinreichend, glaube ich, aufgeführt. Das ist mein Hauptvorwurf in der Richtung. Hätte sich die CDU, CSU damals nicht so völlig gespalten dargestellt, hätte also Seehofer nicht quasi frontgemacht vom ersten Tage an der Merkelschen Politik mit Worten wie Herrschaft des Unrechts gegen die Politik der Kanzlerin, gegen die eigene Regierung, der er aber dann nie das Lebewohl gesagt hat, sondern ihm gesagt hat, hier wird eine Herrschaft des Unrechts betrieben, dann wäre natürlich die Wählerschaft nicht in dem Maße zur AfD getrieben worden. Wir hätten eine ganz andere Politik gehabt, wenn Seehofer von Anfang an gesagt hätte, beispielsweise haben wir immer mal ausgemalt, der hätte gesagt, ich bin zwar anderer Ansicht, so auch was jetzt die Flucht in dem Umfang, aber wir schaffen das. Ich stehe trotzdem an der Seite der Kanzlerin. Wir können uns streiten, aber wir ziehen das gemeinsam durch. Dann wäre diese Angst vor den Flüchtlingen nicht in dem Maße groß geworden. Hätte man die AfD meinen Meinung nach klein halten können. Also bei allen Fehlern übrigens die Merkel trotzdem in kommunikativer Hinsicht gemacht. Es ist hochinteressant, dass sie sich bei der Corona-Krise viel offensiver an die Bevölkerung wandelt. Sie hat bei der Fluchtfrage vieles verkannt. Aber da hat die CDU, und das darf man nie vergessen, bis zum Punkt, wo sie sich selber fast zerstörte. Das ist ja der einige Witz, auch nochmal Riesel. Die CDU-Union, die Fraktion war bereit, erinnern wir uns, die CSU, die Spaltung der Fraktionsgemeinschaft von CDU, CSU. Also ein Irrsinn. So, das ist also auch nochmal geschichtlich sicherlich ein Faktor. Da hat die CDU, CSU selber wahnsinnig viel falsch gemacht. Aber ich sehe trotzdem ein noch viel grundsätzlicheres Problem. Hans, du hast die wunderbare Parallele gebracht zum 19. Jahrhundert. Die Wirklichkeit muss zum Gedanken drängen. Völlig richtig. Aber, um es mal deutlich zu sagen, wir kommen ja in das Jahr 1871. 18. Januar 71 ist die Gründung der ersten deutschen, nicht Demokratie, aber der deutschen Reichseinheit. Bismarck macht das Reich von oben, die erste Reichsgründung. Warum hat Bismarck überhaupt diesen Weg dann zum Deutschen Reich betrieben, auch dann mit am Schluss sogar zugeständen, dass er an die Sozialdemokratie, auch aus einer Einsicht in Notwendigkeit, dann übrigens auch Konzessionen machend, weil es eine innere Kraft in Deutschland gab, die sogar Bismarck gezwungen hat, den Sozialstaat in rudimentärer Hinsicht, aber immerhin in Deutschland einzuführen. Und das große Problem, und das ist meiner Meinung nach das einige Problem, und das ist die ganze Brutalität der Gegenwart, dass diese Flüchtlinge eben draußen gehalten werden können noch. Sie hinterfragen nicht in wählbarer Weise unsere Demokratie, weil das wäre die einige Konsequenz. Wir müssten eigentlich den Flüchtlingen auch ein Wahlrecht geben, mal da in Gedanken aufnehmen, denn die werden von unseren Emissionen betroffen. Die Emissionen, Hans hat es so wunderbar gesagt, die 20% Weltbevölkerung, die die 80% Emissionen erzeugen, die dort die Klimaveränderung erzeugen, belasten Menschen, die bei uns keinerlei Wahlrecht haben, die keinerlei Einflussmöglichkeit haben. Und das ist das eigentliche Problem. Wir haben, und deswegen glaube ich auch, ich habe doch übrigens, weil du das sagtest, Thilo, ich habe unseren Lebensstil nicht verteidigen wollen. Er ist bloß in historischer Hinsicht großartig, um es mal klar zu sagen. Ich sage es mal nochmal viel schärfer, dass hier jeder für 50 Euro nach Mallorca fliegen konnte, mit all den Emissionen, die das erzeugte, für zwei Tage. Das ist ein Lebensstandard, den man unter moralischem Gesichtspunkt in keinster Weise verteidigen kann. Er ist aber ein so ungeheuerlicher, wie ihn davor nie gegeben hat. Und das wollte ich damit sagen, aber diese anderen haben kein Wahlrecht. Und das ist vielleicht die eigentliche Ironie, die einzige Chance, dass sich meinem Eindruck nach für die Flüchtlinge etwas ändert, ist die Tatsache, dass die Klimakrise auch bei uns zuschlägt. Denn der einzige Grund, kann man es auch mal polemisch machen, warum ist Fridays for Future so in einer Zahl auf die Straße gegangen? Mal die Polemik jetzt gegen die jugendliche Bewegung. Das war nicht ein primär altruistisches Motiv, dass die gesagt hätten, da geht die dritte Welt unter, da gehen die Inseln in Afrika unter. Nein, ich werfe das Ding gar nicht vor. Aber das war das Wissen darum, dass wenn wir weiter so konsumieren, auch unsere Zukunft kaputt gemacht wird. Also nur das Wissen derer, die hier bei uns betroffen sind. Die junge Generation, gemeinsam mit den Eltern, mit den Großeltern, die sagen, wir wollen das Leben unserer Kinder bewahren. Das meine ich, ist der einzige Hebel, dass wir zu einer gerechteren Weltordnung kommen, weil das Konsumverhalten sich ändert. Des Elends in der afrikanischen Hemisphäre haben Bruchteile auch nur der jüngeren Generation ihren Lebensstil geändert. Da darf man sich auch nicht zu schön zeichnen. Das hat bisher nur kleine Teile berührt. Es kann alleine die Klimakrise in meinem Eindruck nach die Veränderung erzeugen, weil da die Jugend auch die Jugend merkt, das macht uns unser Leben kaputt. Das ist die Hoffnung vielleicht, die man, es hat auch eine zynische Seite, aber es ist so. Das ist die Hoffnung, die man haben kann. Dadurch ändert sich vielleicht was. Okay, also ich kann deinen Gedankengang verstehen und kann das nachvollziehen. Das ist aber trotzdem noch meine Frage offen. Also erstmal dauert es ja hoffentlich noch ein paar Jahre, bis wir hier krass die Klimakrise spüren. Andererseits, ja, aber ein paar Jahre, also jedes Jahr, dass jetzt dort Menschen, einfach nicht menschenwürdig behandelt werden und irgendwo in irgendwelchen Lagern ausharren müssen, ist ja ein Jahr zu viel. Ja, das meinen wir so. Deswegen nochmal zurück, einfach ganz pragmatisch, was muss denn jetzt passieren, dass wir reden immer, egal ob hier oder in irgendwelchen Talkshows, es wird immer nur geredet, was könnte man machen. Und dann vergehen wieder Monate und wieder Monate. Und diesen Menschen wird einfach vor Ort nicht geholfen. und das ist für mich ganz schwer nachzuvollziehen, dass wir nur über etwas reden und diese Menschen, die haben ja ein Recht auf ein ganz normales Leben, wie wir es haben. Wir sind ja arschprivilegiert. So, die würden sich schon freuen, wenn sie überhaupt eine warme Jacke hätten oder ein warmes Zelt. Was genau muss passieren? Das, ich, was ist die Lösung? Du musst deine Leute, um es ganz klar zu sagen, du musst deine Leute derartig zu politischen, zu einem Animal Soziale im globalen Sinne oder zum Homopolitikus machen, dass die Leute die richtigen Parteien wählen, die diese Botschaft umsetzen. Ja, meine Leute haben aber nicht alle die politische Teilhabe, über die wir schon gesprochen haben. Naja, du hast ja auch Leute, du sagst es ja zu Recht, du sprichst ja nicht nur mit den 16-Jährigen. Nee, aber viele auch. Nein, ich glaube wirklich, dieser Politisierungsprozess. Aber warum schiebst du jetzt die Verantwortung auf ihre Kommunikation? Kann ich dir ja auch sagen. Ich mache seit Jahren, seit 17 Jahren, mache ich in meinem kleinen, ich zu Recht deswegen auch hier, ich sage jetzt, die Frage mal zu dich zurück, an dich zurück, Antilo. Es ist schön, die Parteien zu dissen. Wir müssen es auch den Leuten, die uns hier hören, sagen. Sie müssen dann die richtigen Parteien wählen. Sie müssen die Leute erreichen. Sie müssen die Grundfrage, wie human wollen wir leben? Aber gegen Rezos Zerstörung bist du dann auch. Weil der hat doch quasi aufgezeigt, wie die CDU mit ihrer allmöglichen Hinhaltetaktik-Politik. Ja, ich bin nicht für eine Zerstörung, weil das ist nicht das, ich sage dir auch warum. Weil ich momentan das Problem sehe, dass neben all diesen Problemen, wir eine gewaltige Autoritätskrise der Politik insgesamt haben. Und ich würde mir eher vorstellen, dass man diese Parteien meinetwegen sogar übernimmt, in Anführungszeichen, oder sie agitiert. Habe ich auch kein Problem. Ich sage auch mal, geht mit 10.000 Leuten in die CDU rein. Genau, das hat man mit der FDP hier in Berlin mal versucht. Und ändert sie von hinten. Ändert sie, genau. Da sind wir ja sogar einer Meinung. Aber das meine ich ist das Projekt. Daneben kann man tausend Sachen machen. Man kann sagen, okay, wir müssen zum Beispiel konkret, weil du konkret fragst. Natürlich kann man auch versuchen, wir unterstützen jetzt NGOs, die sagen so, wir versuchen auf allen Wegen jetzt das da wenigstens vor Ort konkret, das gibt es ja auch, versuchen Abhilfe zu schaffen. Das Gegenteil passiert übrigens, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bedauere es doch alles. Da sind wir doch alle einer Meinung. Aber ich will nur sagen, es führt ja nichts dazu, sich klagend an die Brust zu schlagen, sondern man muss auch die politischen Verhältnisse wirklich ins Visier nehmen. Da bin ich ja vollkommen bei dir. Aber Luisa hat ja quasi mit Camp Moria ein Symptom der EU-Flüchtlings- und Klimapolitik angesprochen. Aber wir reden da jetzt über grundsätzliche Sachen. Wir reden über die Frage. Es bringt ja jetzt ja nichts, angenommen, wir würden eine Regierung haben, die sagt mit einer europäischen Regierung, wir räumen Moria, so wie es passieren soll. Erik Markwart weiß ja auch immer wieder darauf hin. Und dann? Ja, ich frage, dann kommt irgendwann wieder ein neues. Es wird immer so sein. Es wird auch übrigens, es wird auch nach Moria und wir dürfen uns auch das nicht, ich sage es nochmal viel deutlicher, wir sehen Moria. Wir müssen auch darum denken, dass es noch ganz viele andere gibt. Das meine ich. Wir sehen doch die klimatischen. Wir haben Abschiebegefängnisse in Deutschland. Ja, das mag auch so sein. Wir haben vor allem auch Situationen in Libyen. Das ist es ja. Wir können uns alles, wo quasi der Condensanitär, also im bösen, zynischen Sinne, mit den Meeren um Europa gezogen wird, wir können uns Land für Land angucken, um zu sehen, wo das Elend ausgelagert wird, externalisiert wird. Genauso wie wir unsere CO2-Emissionen externalisieren und den Rest der Welt mit unserem Müll und all dem Behelligen. Und da glaube ich, ist im Kern, finde ich, die eigentliche Frage. Und das finde ich so interessant. Wir hatten, Hans führt ja immer wieder zum Thema irgendwie auch zurück, mit dem Generationsthema. In den 70er Jahren gab es eine große Debatte, übrigens gerade in der jungen Generation, die du ja ansprichst. Was ist denn das gute Leben? Diese Konsumfrage und die Frage, wie wollen wir eigentlich leben, war eine, die die Generation, diese jungen Generation, zutiefst berührt hat. Erich Fromm, die ganze Lektüre. Und ich glaube, das ist schon auch die Möglichkeit, weil du ja fragst, was kann man machen, sie dahingehend zu politisieren. Und du machst es ja auch auf deinem Wege, dass man fragt, was brauchen wir eigentlich? Wo müssen wir Schluss machen? Wo müssen wir unser Leben reduzieren, damit andere überhaupt nur überleben können? Das ist, glaube ich, die aufklärerische Arbeit, die wir alle auf unsere Weise ja wohl auch machen. Da würde ich gar keinem von uns einen Vorwurf machen. Aber es ist der Autoritätsverlust von einzelnen Parteien, den du beklagst, offenbar, nicht gerechtfertigt? Ja, man kann es nachvollziehen. Wenn Union und SPD das eine sagen und das andere machen, dann haben sie doch das alles verdient. Ja, du musst dich, absolut richtig, nur, das ist nochmal ein ganz anderes Klass. Ich sag dir auch warum. Ich sag dir auch warum. Erstens, weil ich keinerlei Alternative erstmal sehe. Wir haben ja das Thema Ökologie noch gar nicht angefasst. Wir kommen jetzt quasi schon in ein neues Thema. Ich weiß nicht, Hans guck gleich auf die Uhr. Das müsste man dann diskutieren. Weil das ist die eigentlich große Frage schon fast mit Blick, das können wir ja auch machen. Wir können ja das Thema gleich aufnehmen. Geht ja auch ein bisschen in Tilos Richtung mit der Frage, was ist mit den Parteien. Ich entscheide Luisa schon, ob wir mit dem Thema sprechen. Ja, ich will ja gar nicht, ich will doch gar nichts, nein, du hast es ja aufgemacht, das fast. Die Frage ist doch, wer setzt diese Politik dann um? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und wenn ich dieses Jahr auch vielleicht nur jetzt mit Blick darauf resümieren darf, dann nehme ich wahr, dass wir mit den Attacken, denkt mal an die Attacken, wir haben noch nicht drüber gesprochen, müssen wir heute auch nicht machen. Der Querdenker, des anarchischen Potenzials, du bist ja sogar hingegangen, du hast sie ja angesehen, die Absage an das System als solches, damit überhaupt an Volksparteien, das kommt so stark aus einem Teil der Bevölkerung, die gar nicht mal nur radikal rechts ist, das kommt genauso diffus aus der Bevölkerung. Aber darf man denen so viel aufmerksam machen? Also ist das so ein großer, ist das wirklich so ein großer Teil? Also das frage ich mich, oh, upsie, das frage ich mich tatsächlich immer, ist es wirklich der Rede, der Rede wert schon, aber darf man die wirklich so groß machen oder ist das eher ein kleiner Teil? Und man muss sich jetzt nicht Gedanken darüber machen, ob das jetzt die Gesellschaft komplett spaltet. Weißt du, wie groß die großen Apo-Demonstrationen der 68er waren? Das hat Ströbele mir mal gesagt. 5.000 Leute. Die großen, die riesen Demonstrationen am Kudamm und so weiter hier in Berlin oder in Frankfurt, das waren 5.000 bis maximal 10.000 Leute. Lächerlich von der Zahl her. Und trotzdem haben sie gesellschaftliche und auch politische Veränderungsprozesse in Bewegung gesetzt, weil, da bin ich wieder bei dem Satz, weil sie Ausdruck einer Wirklichkeit waren, die zum Gedanken und zur Tat drängte. Die haben zum Ausdruck gebracht, wo etwas faul ist, im Staat und in der Gesellschaft. Sie waren, wenn man so will, Fieberthermometer. Das Fieberthermometer ist nicht die Krankheit, sondern das Fieberthermometer zeigt Krankheit an. Und ich glaube, insofern würde ich das, was man bei den Querdenkern auch in dieser Schichtigkeit sieht, sehen wollen als Indikatoren für Verhältnisse, wo bei uns die Institutionen von Politik und Gesellschaft mit diesen Herausforderungen, die dramatische sind, nicht sinnvoll fertig werden. Und weil das so ist, muss man es ernst nehmen, nicht wegen der Leute da, sondern wegen der Verhältnisse und Ungeklärtheiten, die sich in diesen Demonstrationen artikulieren. Das ist das, was ich wichtig und wesentlich und auch bedenklich finde. Das ist eine naive Frage an euch. Wir haben ohne Frage eine konservative Regierung seit über zehn Jahren. Wenn 250.000 Leute gegen TTIP auf die Straße gehen, wenn 250.000 Schüler und Schülerinnen in ganz Deutschland kollektiv auf die Straße gehen, dann wird da entweder mit dem Achselzucken oder verbal geklatscht, aber dann nicht gehandelt oder nicht ausreichend gehandelt. Aber wenn 50.000 kollektiv Querdenker oder Nazis, Pegida und so weiter auf die Straße gehen, dann wird gehandelt. Du hast ja vorhin selber gesagt, unsere konservative Regierung übernimmt rechtspopulistische Forderungen, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Das kommt doch quasi, wenn der Protest von rechts kommt und Querdenken ordne ich am Ende so ein, da sagt die Regierung doch, ist doch gar nicht schlecht. Ja, das sehe ich bei Querdenken gerade ganz und gar nichts. Ja, aber das hatten wir doch bei Pegida und so weiter, das hatten wir bei den Anschlägen in den 90ern. Erstmal muss man, erst mal finde ich das... Es kommt halt auch darauf an, wo der Protest herkommt. Ja, das ist, du bist immer, das macht dich ja auch provokativ und interessant und in dieser klaren Zuordnung sehr stark in einem Schwarz-Weiß-Bild. Erstmal würde ich Folgendes feststellen, Hans hat zu Recht mal, jetzt nehmen wir es mal auf, die Parallele zu 68 stark gemacht. Und die 68er waren natürlich auch eine absolute Medienrevolte. Das waren Könner in der Hinsicht. Und das darf man nie verkennen. Die Radikalisierung eines Protestes. Das erleben wir natürlich auch bei, mehr noch bei der, bei der, bei der Querdenker-Kiste. Übrigens, da kann man natürlich jetzt fast schon verschwörungstheoretisch werden. Ich will das nicht, dann noch deine Ideen ausbauen, die von einer Regierung gut meint in die Nähe des Bundestages gelassen werden. Das ist ja schon grotesk gewesen, gewissermaßen. Ich halte es für Idiotie, oder auch Naivität. Die dann aber tatsächlich Anstalten machen, den Reichstag zu stürmen, was natürlich Bilder erzeugt, die eine ungeheure Ausstrahlung haben. Das geht natürlich in medialer Fertigkeit schon in Richtung der 68er, die noch aus viel weniger eine ungeheure mediale Wirkung gemacht haben. Und in der Tat, man muss es ja auch da nochmal über deutlicher machen, deswegen finde ich deine Parallele, ich komme aber gleich noch auf deine, Tito, aber bei Hans finde ich es fast gefährlich, wenn du sagst 68 mit Querdenken. Du hast es ja auch relativiert, du willst es nicht auf die Querdenker beziehen, du willst das Dilemma des Staates als solches als hinterfragbar oder als ein Symptom ist begreifen. 68 war natürlich wirklich etwas faul im Staate Dänemark, zutiefst. Diese Revolte der 68er gegen einen immer noch hochautoritären Staat, gegen eine hochgradig autoritäre Demokratie, Tod von Benno Ohnesorg, erschossen von einem Polizisten, heute wissen wir es gleichermaßen, Stasi-Mann wie hochautoritärer in einer noch stark nationalzialistisch geprägten Polizei. Das war, und dann die Beteiligung am Vietnamkrieg, da gab es ein zutiefst moralisches Aufbegehren, das dann ja in der Umsetzung auch mit Willy Brandt eine Kanalisierung erfahren hat. Also die Republik war reif dafür, das dann auch demokratisch umzusetzen. Aber in der Tat, die Medien haben sich ja auf die 68er gestürzt. Man darf gar nicht vergessen, der Stern hat noch im Jahr 69 wirklich getitelt, kommt jetzt die Revolution. Also das ist, ob der Tatsache, dass es 10.000 waren, war das irre. Das waren natürlich aber auch Lieblinge ein Stück weit der Medien. Heute sehe ich es bei der Sache anders. Ich glaube tatsächlich, und das finde ich gefährlich, es gibt ein in der Tat zu großes mediales Reagieren auf die Querdenker, teile ich. Die Medien haben aber auch Selbstlogiken, die dann auch aufsatteln. Aber du siehst auch wirklich eine enorme Verunsicherung der starken Politik, also der nicht mehr starken Politik. Da ist nichts mehr da. Wir können das mal müssen, deswegen plädiere ich ja dafür, das mal richtig mal durchzugehen, vielleicht mal an einem ganzen Abend. Also guck dir doch, wir müssen uns die Parteien nur mal durchgucken, was an Autorität da noch da ist. Und dieser Autoritätsverlust, der dann manifest wird, auch in so einem Bild wie diesem Flaggenmäher, das da den Reichstag hochstürmt, untergründig dann auch befeuert von allen möglichen Querdenker-Demonstrationen, die auch von der Polizei übrigens gar nicht mehr richtig regulierbar sind zum Teil. Auch in der Lage, wo in den ganzen Situationen, in den Kommunen, die Polizei ja auch an Grenzen kommt, bei der Auflösung von Zusammenkünften und so weiter, da wird eine Idee von Autoritätsverlust des Staates erzeugt, den finde ich problematisch. Das ist ein Jenseits dieser ganzen Debatte, wo gehen die Parteien hin, meine ich ein echtes Problem. Was meinst du mit Autorität? Ja, jetzt kommt's. Wir werden um eine, ich mach's mal ganz konkret, was ich mir ausmale, mit Blick auf das nächste Jahr. Aber wir werden in diesem Land auch grüne Veränderungen in dem von uns allen gewünschten Sinne, Gerechtigkeitsveränderungen, wir werden die nicht bekommen, ohne eine Regierung, die eine Autorität hat. Und wenn wir uns vielleicht alle vorstellen, dass wahrscheinlich, können wir mal länger drüber diskutieren, das reiß ich jetzt nur mal an, aber ich will gar nicht jetzt das in Farbspiele umsetzen, aber stellen wir uns vor, das sollte im Herbst nächsten Jahres in eine bessere, von uns vielleicht allen gewünschte Richtung gehen, dann glaube ich, wir brauchen eine Regierung mit Parteien, die eine Autorität haben. Denn sonst werden wir diese bürgerlichen... Was wäre denn deine Gewünschte? Ja, das will ich jetzt gar nicht, da komme ich mit Tino gleich ins nächste Duell. Aber sag doch mal, also sprichst du das Spiel, wir gehen ja die ganze Zeit alles drumherum. ich mach's dann ganz konkret, natürlich schwarz-grün, selbstverständlich schwarz-grün und am besten, und ich sag's sogar sehr deutlich, mit am besten, mit dem stärksten CDU, CSU, Protagonisten in dieser Regierung. Ich könnte es noch deutlicher formulieren, das ist vielleicht schon klar geworden. Irgendeiner, der mit S anfängt. Einer, der mit S anfängt. Also einer, der die Frauenquote sehr gut findet, ja. Das ist für mich, ich sag mal, da können wir uns auch noch mal gerne drüber streiten, das ist für mich in dem Zusammenhang, ich sag bewusst nur in dem Zusammenhang, ein vielleicht nicht so... Das findet er übrigens, genau, findet er neuerdings sogar sehr interessant und das ist ja mehr, das ist auch in der Hohre, das ist halt das Fishing, aber ist vielleicht noch nicht mehr Albrecht findet, dass ein Wandel vorherrscht, wenn die Regierungspartei, die seit 15 Jahren an der Macht ist, weiterhin an der Macht bleibt. Ja Tido, du musst mir bloß, jetzt kommt der, wir reden ja mal länger und vielleicht ernsthaft darüber, wir müssen uns doch fragen, was oder wir kommen gleich, da können wir dann auch Pause machen. Aber das ist doch eh noch ein Thema, oder? Das wäre ja gespürt. Dann haben wir gleich die Überleitung, ich mach Schluss, wir machen, Hans, du bist ja auch immer, dann haben wir das dritte Thema und gehen rüber. Luisa entscheidet. Also wir waren jetzt eh schon bei anderen Themen, ich würde aber auch gerne dann nochmal, also tatsächlich eher nicht mehr in Moria, sondern nochmal in das Querdenker-Thema einsteigen, weil wir haben jetzt ja darüber gesprochen, ja Vertrauen in die Politik und so geht auch weg, aber also ich finde, es hat auch so ein bisschen auch noch damit zu tun, wie kommunizieren eigentlich die Medien und wie medienkompetent sind die Menschen und Bürgerinnen und Bürger und darüber könnten wir vielleicht nach der Pause, Pipipause oder auch nochmal sprechen. Ich würde auch sagen, wir sollten jetzt eine Lüftungspause machen und wir sind hier. Knie beugen? Ich soll Knie beugen machen? Die Kanzlerin hat gesagt, wenn es kalt wird, bei den Lüftungspausen Knie beugen und in die Hände klatschen. Wir schmeißen jetzt unsere Luftreiniger an, machen Fenster auf und sind in 5 bis 10 Minuten wieder da. 10 Minuten. Bis gleich. Super. 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 Vielen Dank. 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 Und die ist noch nicht von anderen unabhängigen Wissenschaftlerinnen irgendwie überprüft worden, sondern die wurde jetzt hier erstmal zur Verfügung gestellt, weil wir gerade die Daten schnell brauchen und uns austauschen wollen unter Forschern und Forscherinnen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein Punkt, den man ansprechen muss, der Unterschied zwischen einer vorläufigen Studie und einer fertiggestellten Studie. Und unter diesem Zeitdruck, unter dem wir gerade hier in der Pandemie halt einfach sind und auch forschen, ist es halt nicht möglich, da immer ganz sauber zu arbeiten und noch zu kontrollieren, wo gehen diese unabhängigen Studien jetzt hin. So, das heißt ja, dass dann so Leute wie Michael Ballweg von Querdenker 711 da bewusst sowas nutzt und weiß, okay, das ist jetzt noch keine fertige Information, hört sich aber ganz gut an, um die verbreiten zu können, damit man den Leuten ein bisschen Angst macht oder zeigt, hey, okay, guck mal, da läuft was falsch. Also muss man ja über die Leute nochmal sprechen und gleichzeitig aber auch sagen, die Medien tragen ja auch Verantwortung, dass wenn die zum Beispiel Studien veröffentlichen oder über Dinge berichten, dass wirklich nochmal mehr darauf hingewiesen wird, hier reden wir jetzt über Studie A, B, da ist die hergekommen, hier über eine fertiggestellte Studie. Also das fehlt mir manchmal noch, das sind so zwei Aspekte, die ich nochmal mit reinbringen wollte. Ja, da hast du sicher recht. Ich meine, generell ist die Frage ja die, was ist das Material, über das diskutiert wird? Ich glaube ohnehin, dass diese, man kann es ja vielleicht noch viel grundsätzlicher formulieren, dass diese Frage auch nach der Wahrheit der Fakten, die erhoben werden, eine riesige Rolle gespielt hat. Das geht weit noch über diese konkreten Studien hinaus. Also die Hinterfragung von Wahrheitsansprüchen ist, glaube ich, eine Riesenthematik. Die können wir hier vielleicht sogar nur anreißen, aber in der Debatte um Corona, was steckt dahinter? Ja, ist das wahr, was vorgebracht würde? Also die ganze Fake-Debatte. Hier, wir haben so schön, dementsprechend auch gleich unsere schöne Maske als Jahresendgabe kreiert. Halt es in die Kamera. Achso, entschuldige, ja, ich bin da, siehst du mal, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, gibt Fakes. Keine Chance. Ich meine, diese Frage, wem kann man trauen? Wo kommt was her? Das führt natürlich immer wieder zu der Notwendigkeit, du musst genau ausweisen, wo etwas herkommt. Das war ja deine Frage. Kann man, man muss dem Publikum auch deutlich an die Hand geben, das kommt da und daher. Weil das ist für mich auch ein riesiges Phänomen dieses Jahres. Ich glaube, dass Misstrauen, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es jemals so groß war, und übrigens von hochgradig auch interessierten Seiten aufgebaut wurde. Also Misstrauen gegen Studien, gegen die ganze, wenn man da denkt, die ganze Debatte, wer bestimmt die Diskurse? Ist das jetzt eine Virologendiktatur? Es schoss ja also ungeheuer dieses Misstrauen ins Kraut. Und da hast du sicher recht, wenn man da nicht klar sagt, das kommt da und daher, das sind die Quellen, leistet man dem immer Vorschub. Ja, und man muss ja nochmal sagen, dass es ja meiner Meinung nach, glaube ich, in der Wissenschaft eigentlich ganz gut ist, wenn nicht immer alles gleich ganz klar ist, sondern man da gegenseitig so ein bisschen debattieren kann und dran forschen kann und auch sagen kann, ja, da waren wir noch nicht an dem Endpunkt und da können wir nochmal weiter dran forschen. Und das wird ja aber oft in den Telegram-Gruppen und in den Querdenker-Veranstaltungen oder Bubbles ja genau anders ausgelegt. Und da wird gesagt, hier, guck mal, die haben keinen Plan davon und erzählen uns jetzt hier irgendeinen Blödsinn, weil die uns anlügen wollen und die Regierung korrupt ist und die wahrscheinlich noch dafür bezahlt. Weißt du, also das muss man den Leuten beibringen. Das heißt, die Medienkompetenz ist einmal wichtig und wir müssen Menschen mehr dafür sensibilisieren, was sie lesen und woher diese ganzen Infos und Quellen kommen. Ich bin da völlig bei Luisa. Es ist aber nicht nur Medienkompetenz das Problem, sondern auch ein Zeichen unserer jahrzehntelangen Bildungsmisere. Offenbar haben viele Leute und nicht nur wir, die sich noch gut an die Schulzeit erinnern können, offenbar wurden nicht gut unterrichtet, wie Wissenschaft funktioniert. Und dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Februar natürlich andere sind als jetzt im Dezember. Und dass sich Wissenschaft immer, also da gibt es ja nicht die Wahrheit, sondern es gibt immer wieder neue Studien, neue Experimente, neue Erkenntnisse und dann gibt es da ein Update, da gibt es da keine abschließende Wahrheit. Und die Rattenfänger, wie ich sie mal nenne, nutzen ja diese Bildungsmisere aber auch aus. Da wird dann eine Studie, die vielleicht einen anderen Fokus hat oder auch ein gegenteiliges Ergebnis, wird dann als Wahrheit verkauft. Also da wird Studien, eine Studie mit Tatsachen gleichgesetzt. Und das ist natürlich Gaga. Und dann kommt natürlich hinzu, warum gehen die Leute auf die Straße. Das ist natürlich nicht nur wegen der Corona-Einschränkung und ob sie jetzt an Corona und dem Virus und an die Gefährlichkeit glauben, sondern das haben wir auch bei Pegida Kollektiv gesehen, da steckt ja auch was anderes hinter. Zum Beispiel die ökonomische Situation. Also wenn es den Leuten grundsätzlich besser ginge, dann würde, glaube ich, auch die Unzufriedenheit sich nicht so ausdrücken und dann würden die Rattenfänger auch nicht so ein leichtes Spiel haben. Ja, es gibt einen soziologischen Grundbegriff, der heißt Anomie. Der ist 150 Jahre alt. Und Anomie bedeutet gesellschaftliche Verhältnisse, in denen alte Regeln nicht mehr gelten und neue, gültige noch nicht gefunden sind. Durchaus eine Situation, in der wir im Moment stecken. Und in der Anomie-Forschung, als dieser Begriff geprägt wurde von Emil Dürkheim, einem der Gründungsväter der Soziologie, der hat diesen Begriff entwickelt, weil er sich mit Selbstmorden beschäftigt hat. Er hat nämlich festgestellt, dass in bestimmten gesellschaftlichen, sozialen Situationen die Selbstmordrate dramatisch hochgeht. Und das waren genau solche anomische Situationen. Das bedeutet, Menschen haben es nicht ausgehalten, diesen Zustand der Regellosigkeit. Und das Interessante war, die Selbstmorde sind nicht nur bei denen hochgegangen, wo man sagen könnte, das sind jetzt die Opfer dieser unsicheren Verhältnisse, weil es denen schlecht geht. Nein, es war auch bei denen, denen es gut ging. Natürlich. Ja, also auch bei denen, weil du eben sagtest, wenn es den Leuten besser ginge, wären sie nicht so anfällig für Rattenfänger. Nein, auch bei denen, denen es gut ging, die haben, und nicht schlechter ging in den unsicheren Situationen, die haben die Unsicherheit nicht ausgehalten. Und zwar haben sie sie bis hin zum Suizid nicht ausgehalten. Ich sage das, weil ich glaube, wir Menschen brauchen individuell wie kollektiv Sicherheit, um überhaupt existieren zu können. Sicherheit ist sozusagen ein Grundbegriff. In jeder Hinsicht, das fängt bei den Steinzeitmenschen an, sie mussten die Sicherheit haben, das Gefühl von Sicherheit, das, was wir hier tun, sichert unser Überleben. Das geht bis rein ins Sexualverhalten. Warum sind Männer abgefahren auf Frauen mit gebärfreudigen Becken, wie man das so nannte, und großen Brüsten? Weil das eine Form von Sicherheitssymbolik war für die Aufzucht des Nachwuchses. Ähnliches Phänomen, warum stehen Frauen nach wie vor relativ häufig auf großgewachsene Männer mit breiten Schultern? Auch das appelliert an Sicherheitsgefühle. So ein Typ verleiht dir Sicherheit. Und das sind Steinzeitmechanismen, die in uns drin sind. Und in diesen, ich bin da gleich fertig, in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir im Moment leben, diesen anomischen, wo viele alte Sicherheiten, auch die Sicherheit des Lebens, es wird alles im Moment durch Corona massivst infrage gestellt. Das ist eine Verunsicherung aller tiefsten Ausmaßes. Wo finden Menschen dann Sicherheit, wenn dann welche kommen und sagen, die sind schuld. Die sind schuld. Es ist dieser Milliardär, der seine Milliarden dafür einsetzt, um euch alle zwangsimpfen zu lassen, um die Weltherrschaft. Das verleiht ein Gefühl von Sicherheit. So waren ja auch Religionen damals. Auch Religionen haben zum Teil diese Funktionen gehabt. Und deswegen ist es so wichtig, da bin ich völlig bei dir, Luisa, dass wir lernen müssen, den falschen Sicherheitsversprechen zu misstrauen, beziehungsweise kritisch gegenüberzustehen zu stehen und zu fragen, womit begründen die das eigentlich? Ist das begründbar? Viele der Studien, die von den Rechtspopulisten oder Verschwörungstheoretikern oder so weiter, von den Thesen, die da verbreitet werden, das sind häufig genug Fragmente, Fragmente von irgendwelchen Studien, Sätze aus dem Zusammenhang gerissen, die da zwar drinstehen, aber komplett aus dem Kontext gerissen werden. Was wir lernen müssen, ist nicht nur zu sagen, ich glaube der Regierung nicht alles, was sie sagt, das ist auch richtig, aber auch bei denen, die sagen, so, jetzt wach mal auf, das ist die Wahrheit und Gates hat doch das gemacht und Drosten kriegt von daher Geld und so, da zu sagen, ich höre das, wo ist der Beleg dafür, wodurch ist das bewiesen? Und dann sind wir bei den Punkten, die du ansprichst, dass du sagst, eine Studie, die preprint ist, also noch vor der Überprüfung und vor der Veröffentlichung, hat einen anderen Charakter, sie ist vorläufig. Diese Unterschiede müssen wir lernen, das ist Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit und die fängt in Schulen an und hört bei Erwachsenen nicht auf. Ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, wir haben uns jetzt gar nicht widersprochen und ich bin da auch vollkommen bei dir, dass da natürlich auch Leute mitmarschieren, ob nur Pegida oder Querdenken, denen es gut geht. Das ist ja, AfD-Wähler sind ja in der Regel gut bürgerliche Leute, die im Schnitt mehr verdienen als der Durchschnittsbürger. Und das ist aber natürlich auch ein Zeichen, die Bürgerlichen, also denen es gut geht, die haben Angst, in solchen unsrigen Zeiten den Status Quo zu verlieren. Also ihre Situation, mir geht es besser als 80 Prozent des Restes. Oh Gott, wenn jetzt hier neue ökonomische Verhältnisse kommen oder die Grünen oder die Linken irgendwas besser machen wollen, dann verliere ich meine Privilegien. Und da, und das haben wir, das ist die Historie, da kennst du dich noch besser aus, das ist ja auch ein Teil, warum Nazis gewählt wurden, warum Rechte gewählt werden, weil die dann sagen, nein, wir haben zwar keine Alternative für die Zukunft, aber wir sagen, wir haben die Alternative, wie es früher war. Und dass die Zeit früher eigentlich ein viel schlimmerer war. Es sind retardierende Sicherheitsversprechen. Es wird dir versprochen, ich sorge dafür, dass es wieder so sicher wird, wie es angeblich in früheren Zeiten mal war. Was es häufig genug gar nicht war. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die, ich will nicht sagen autoritär sind, aber Autoritäten mögen, die jetzt sehen, okay, Merkel, Spahn und andere Autoritäten in unserer Regierung, die wissen auch nicht weiter. Wir sind in einer Pandemie, die es vorher noch nicht gab. Dementsprechend erodiert ihre Autorität, wie Albrecht sagen würde. Und dann suchen sie sich andere Autoritäten. Ken Jebsen, Attila und so weiter und so fort. Die treten autoritär auf, die sagen, so ist es. Und das ist natürlich dann attraktiv. Und gleichzeitig, das ist natürlich in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, das Problem, unsere nicht konservative Opposition, und da sehe ich die Grünen dazu, die Linken. Meinetwegen sogar die FDP, wenn sie eine andere programmatische und auch personelle Aufstellung hätten. Die bieten ja keine andere Alternative an. Das ist für mich das große Problem. Darauf warte ich, habe ich am Anfang gesagt, seit neun Monaten. Aber warum? Ja, das ist natürlich, das müssen wir, können wir gleich nochmal besprechen. Aber ich finde, das ist ein großer oder ein entscheidender Grund, es gibt keine Alternative zu diesem jetzigen System. Im Sinne von, okay, wir müssen einen anderen Kapitalismus, wir müssen ein anderes ökonomisches System, damit wir mit dem Klimaschutz, mit dem Klima klarkommen, damit wir verhindern, dass Afrika unbewohnbar ist. Und das ist für mich das große Ding. Also, die Leute suchen nach einer Alternative, finden sie aber nur bei den Rechten. Wo ist die Linke? Ach du Scheiße. Sehr schön, Thilo. Ich habe da entscheidender Punkt gesagt. Du bist angefixt, du bist angefixt und vielleicht nehme ich jetzt den Ball mal so auf und komme. Wir waren bei den Querdenken noch, ne? Das ist ja mein Thema, es ist ganz einfach. Ja, aber Luisa entscheidet ja, ob wir damit durch sind. Bitte sehr, dann bin ich ganz, wenn Luisa den Ball freigibt, dann würde ich sagen, es schließt genau mein Thema an. Ja, das ist nochmal eine letzte Sache, vielleicht einfach mit ins Rennen geben, weil es ja noch eigentlich relativ aktuell ist, dass man, also Querdenken wird ja jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg tatsächlich vom Verfassungsschutz beobachtet. Also das heißt schon, das ist ja jetzt schon nochmal eine andere Nummer. Und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass es nicht irgendwie einfach so eine Telegram-Gruppe ist, sondern dass es da schon Gründe gibt, dass das beobachtet wird. Das wollte ich einfach nochmal so mit auch reinwerfen. Muss man ja auch mal lobend erwähnen, dass der Verfassungsschutz auch mal nach rechts guckt. Achso, und da wollte ich tatsächlich nochmal was fragen, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Der Verfassungsschutz darf erst, also es war jetzt die ganze Zeit die Rede davon, jetzt darf man auch V-Männer oder V-Personen einsetzen und jetzt darf man auch sich ein Telegram-Account erstellen und, und, und. Hätten Sie das vorher gemacht, wäre das natürlich nicht, also... Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sobald eine Partei oder eine Bewegung ein Beobachtungsfall ist, dann dürfen auch V-Männer eingesetzt werden. Ja, also ein Verdachtsfall. Das ist, glaube ich, der... Haben Sie sie zum Beobachtungs- oder Verdachtsfall? Ich kenne die genaue Terminologie gar nicht, aber es ist eben, der Status muss erreicht sein, indem man sagt, Sie sind jetzt quasi der offiziellen, ob es verobert, Beobachtung, wahrscheinlich ist es so, der Verdacht muss existieren, dann ist die Beobachtung zulässig und dann kannst du auch tatsächlich mit V-Leuten agieren. Verstehe ich von der Logik her. Darum beobachten Sie auch immer noch die Linken und Ende-Gelände, damit Sie Leute einschleusen können. Das hat ja keinen wirklichen Grund, warum die Linken oder Ende-Gelände vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen. Ich wüsste nicht, dass Sie bei der... Die Logik her ist es halt für mich nicht so ganz verständlich, weil ich setze doch eigentlich V-Männer, setze ich ja ein, ohne dass es die Person weiß. Jetzt schreibt die Zeitung schon mal, hallo Querdenker, jetzt kann es sein, dass V-Männer eingeschröst werden. Das ist ja eigentlich total, also... Ja gut, aber es ist eine Demokratie, das gehört dazu. Ja, ja, weiß ich, verstehe ich, aber also an sich ist ja auch eher kontraproduktiv. Jein, es ist, wenn du so willst, ist es im engeren Sinne kontraproduktiv, weil der Geheimdienst, der sich ein Stück weit selbst das Visier lüftet, ist ja nicht mehr so geheim. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, zur Demokratie gehört das Prinzip Transparenz, so weit es nur irgendwie geht. Und dazu gehört dann auch zu sagen, Achtung, das ist jetzt ein Beobachtungsfall, deswegen sind wir legitimiert, da auch interne Quellen auszuwerten. Da wird jetzt nicht gesagt, übrigens Herr Müller ist V-Mann und so und so, die arbeiten weiter im Verborgenen, aber es ist ein Stück weit, und ich finde das im Prinzip richtig, zu sagen, dass diese Geheimdienste nicht komplett willkürlich arbeiten dürfen, sondern dass sie gebunden sind, zumindestens an die Erklärung und auch Öffentlichmachung von einem Status, der erreicht sein muss, damit das überhaupt gemacht werden darf. Es gehört ja auch zum Rechtsstaatsprinzip, dass Beweise, die illegal erworben werden, nicht in einem Verfahren benutzt werden können. Und wenn die illegalerweise beobachtet werden würden und das irgendwie zu einem Prozess kommt. Ja, macht für mich auch Sinn, also verstehen tue ich schon irgendwo, Punkt. Ja, es sind zwei verschiedene Ebenen von Logik. Ja, Albrecht, ich möchte jetzt super gerne den Ball zuspielen, eine Frage habe ich auch noch an Thilo. Aber du blätterst ja auch gerade, ne? Du sagst, Verfassungsschutz sollte eigentlich nicht gerade Leute aus dem Danni oder Linke beobachten, warum nicht? Ja, weil sie nicht verfassungsgefährdend agieren. Das Ding ist, das ist das Thema Danni, ne? Ich bin da so mega emotional. Also was ist denn dann, also wie müssten sie denn agieren, dass sie beobachtet werden? Beziehungsweise was ist denn die Begründung, dass jetzt Leute zum Beispiel aus dem Danni beobachtet werden? Also die Begründung bei Ende Gelände ist, dass sie Konzerne, zum Beispiel RWE und so weiter, blockieren bei ihrer Arbeit. Ach, sowas schon. Und dass sie antikapitalistisch seien, das ist der Grund des Berliner Verfassungsschutzes. Nur ist es natürlich System Change. Okay. Und das Kuriose ist ja, dass es eigentlich absurd ist, weil Kapitalismus ist ja nicht in unserem Grundgesetz festgehalten. Du darfst natürlich antikapitalistisch sein oder sagen, ich würde hier gerne einen Sozialismus haben oder eine andere Art von ökonomisches System. Darum ist es absurd, ich halte das für falsch, dass die beobachtet werden. Zeigt aber auch, wie der Verfassungsschutz tickt. Wir haben, der ist natürlich immer noch sehr konservativ. Okay, verstanden. Okay, dann kann ich da, gehe ich mit dir d'accord. Die Links von denen sind, sollen natürlich dann auch beobachtet werden. Okay. Und ich meine, die wehren sich ja immer am allermeisten, wenn es denn wirklich um AfD und so weiter gibt. Ja, jetzt muss man, naja, jetzt muss man aber auch sagen, in der Verfassung steht auch nicht drin, dass man nicht nationalistisch sein darf. Das erlaubt die Verfassung auch. Also das ist eine, das ist keine ganz einfache Situation. Ja, aber darum wird die AfD ja nicht beobachtet, weil sie nationalistisch erwiert, sondern weil sie Teile der Verfassung ablehnen. Ja, genau. Und deswegen, das ist das Kriterium Verfassungsschutz und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, die Kriterien für die Einsätze und die Aktivitäten des Verfassungsschutzes müssen ein Mindestmaß von Transparenz haben. Sonst wird, sonst sind wir bei der geheimen Staatspolizei und das unterscheidet, ist jetzt ein komischer Begriff, den Geheimdienst im demokratischen Staat vom Geheimdienst in der Diktatur. Ja, du solltest übrigens, weil du staatstragend hier, wir sein wollen von Nachrichtendiensten sprechen, bitte. Ja, die Bundesregierung spricht von Nachrichtendiensten. Geheimdienst ist ja ein bisschen doof. Die geheimen Nachrichtendienste. Und ich will jetzt auch gar nicht so, dass wir unsere Geheimdienste so sehr verteidigen, da steckt jede Menge Mist drin. Und es gibt ja auch relevante politische Parteien, die die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordern. Das ist löblich, in Anführungszeichen. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Fass. Man muss es leider sagen, dass so sehr die Linkspartei den Verfassungsschutz abschaffen will, was gewaltige Implikationen hat. Man muss dem Verfassungsschutz zugutehalten, dass die ganze Krise der AfD in nicht unerheblichem Umfang dem Umstand geschuldet ist, dass die Partei große Sorge hat, dass sie vom Verfassungsschutz sogar in Gänze beobachtet wird. Also die gewissermaßen, die Einäugigkeit, die auch du, Thiel, ja sehr schnell unterstellst, wird jedenfalls durch die Tatsache, dass die AfD als Flügel möglicherweise in Gänze eines Tages beleuchtet, durchleuchtet wird, zumindest relativiert und ich halte die Forderung nach einer Abschaffung. Das kann man lange diskutieren vor dem Hintergrund und das ist ja der einige Punkt. Vor dem Hintergrund und vielleicht führt das auch zu der eigentlichen, ja, Entschuldige, der eigentliche, ich habe der eigentliche. Das war nicht der entscheidende, aber gut, das geht jetzt auch durch. Aber vielleicht darf ich dann doch überleiten zu meinem Thema. Wenn es euch recht, darf ich jetzt so wieder, weil ich jetzt schließe, ich will euch nicht, ich will das nicht aufdrängen, aber ich glaube, es schließt an. Ich wollte nochmal die Anekdote reinbringen, Ramelow als linker Ministerpräsident, ich weiß noch, als ich im Interview ihn dann darauf angesprochen habe, ob die Linken in Thüringen immer noch die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordern, hat er so getan, dazu sage ich jetzt erstmal nichts, fragt er mal unsere Parteivorsitzende. Ich bin der Ministerpräsident. Also wenn es hart auf hart kommt, fordern die Linken das auch nicht, aber ich will nur an NSU und so weiter erinnern, da hat der Verfassungsschutz drin gesteckt und es gibt, ich fordere das ja nicht, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es politische, relevante Parteien gibt, die den fordern und das sollte man jetzt nicht so leicht. Das kann man ja fordern, die Frage ist ja nur. Und der Verfassungsschutz wurde ja in den letzten Jahren jetzt sogar gepimpt. Also die haben noch mehr Befugnisse, sie können uns, sie sollen jetzt bald unsere WhatsApp-Nachrichten auslesen können, Telegram und so weiter und so fort. Also die werden ja noch gestärkt. Aber Leute, wir waren ja jetzt auch gerade beim Thema Thüringen und dann können wir das ja mit Sachsen-Anhalt verbinden oder vergleichen und dann sind wir schon bei der CDU. Vielleicht wollen wir das. Ihr wollt gerade eine Überleitung finden. War die okay? Das war eine geile Zusammenfassung. Nee, aber ist ja nicht mein Thema. Wollen wir jetzt nicht darüber reden? Nein, mein Thema war ja das andere. Wir können doch meinetwegen gleich über die CDU sprechen. Das ist mir alles recht. Was hattest du für ein Thema? Das war Tilos Thema. Mein Thema war ja, deswegen hätte ich an dich sehr gut anschließen können. Ja, mach doch. Dann mache ich das gerne auch. Aber wir können das Thema nachher in die parteipolitische Ebene ja auch nochmal ziehen. Ich bringe das nochmal rein später. Mach das durchaus. Das schaffen wir alle. Aber ich sage, mein Thema ist eins, was quasi direkt anschließt. Das Thema geht in die Richtung und vielleicht ist das sogar mit der Verfassungsschutzbrücke wunderbar aufzunehmen. Weil immer wieder bei uns Thilo und uns beiden kommt das ja quasi paradigmatisch zur Austragung. Also, ich wollte darüber diskutieren und schließe genauer an, an dieses Phänomen einer Wut in diesem Lande. Einer Wut, die eins jedenfalls nicht ist. Und das unterscheidet sich schon mal von der Wut, auch die sehr stark in der Pegida-Diskussion zum Ausdruck kam. Die Pegida-Wut war eine, die absolut den harten Staat gefordert hat. Gegen offene Grenzen, regider Staat, grenzendicht und so weiter und so fort. Diese Wut in diesem Land und in diesem Jahr ist weit, weit anarchischer. Und das finde ich das Interessante. Diese Kombination von Querdenkern, die eine Menge von beispielsweise Impfgegnern verbinden. Antroposophen aus dem Süddeutschen. Wir haben einen schönen Text von Michael Blume im aktuellen Heft, einem sehr klugen Beobachter aus Württemberg, Religionswissenschaftler, der feststellt und zu Recht sagt, es ist nicht auch die klassische Ost-West-Unterscheidung, sondern es zieht sich eine anti-autoritäre Strömung quasi von Süddeutschland bis nach Sachsen. Anti, man kann es sogar hart sagen, anti-etatistischer Art, die also eigentlich, und das sehe ich als ein neues Phänomen an, die eigentlich sagt, der Staat, diese Verschwörung, wir haben es ja schon beschrieben, Bill Gates an der Spitze, der die Strippen zieht, an denen gleichermaßen Frau Merkel, Herr Drosten, Herr Spahn steckt. Dieser große Verschwörungszusammenhang ist für mich ein absolut interessantes neues Phänomen und zwar dergestalt, dass er einerseits hoch anti-autoritär irgendwo auch ist, da sind hoch anarchische, die Anthroposophen sind ja eine staatskritische Strömung, eine auch aufgesetzte oder eine aufgebaute philosophische Strömung, die immer mit Misstrauen gegen andere Wahrheiten zu Felde zieht, hier gegen eine staatliche, eigentlich das, was Hans so schön sagte, der Staat als der Hort der Sicherheit, der Staat war ja das Versprechen von Sicherheit und das wird alles plötzlich in Abrede gestellt und es flüchten sich Leute, die man noch vor kurzem für vernünftig gehalten hatte, flüchten sich plötzlich in die Arme von Ken Jebsen, der mit seinem Video ein ungeheures, vielleicht das mediale Ereignis schlechthin, du kennst es sicherlich auch, ein halbstündiges Video mit dem Slogan Artikel 20 Absatz 4. Das war noch Anfang. Das war am Anfang, aber es hat ungemein eingeschlagen. Es ist in einer Breite aufgenommen worden, von Leuten, die bis dato gute Bürger waren und die sagten, also eigentlich geht doch hier alles im Staat mit rechten Dingen zu, aber die plötzlich der Meinung waren, hier ist etwas grundschief, wir haben ein Recht zum Widerstand unter Artikel 20, wir müssen gegen diese Unrechtsregierung Merkel, müssen wir zu Felde ziehen. Das hat enorm Anschluss. Der Hildmann ist ja nur die Spitze des, also dass man einem Mann wie, ich sag mal, auch da ein Phänomen, das ist ja nicht nur ein Mediewende, du hast recht, es ist ein Teil der Mediewende, aber dass man einem veganen Koch, dem davor zugute gehalten wurde, dass er vielleicht ein paar Millionen über seine veganen Kochbücher verdient hat, sei ihm unbenommen, dass das plötzlich eine Autorität war und Ken Jebsen noch in ganz anderem Maße, die man sich gesucht hat, weil offensichtlich der Staat solche Autoritätsverluste erlitten hat und darüber eine Wut zustande gekommen ist, die dann ja auch allen Studien oder allem, was von der Regierung vorgebracht wurde, in suchender Weise, Abstand, dass das in der Lage ist, staatliche Autorität, staatliches Sicherheitsversprechen so zu unterminieren, das halte ich, ich sag sogar deutlich, ich halte es auch ein Stück weit für ein gefährliches Phänomen, weil man plötzlich Pseudo-Autoritäten, Ken Jebsen, also ein Verschwörungstheoretiker vor dem Herrn mit, ich will gar nicht seine antisemitischen Verirrungen noch auffinden, sie werden anstelle einer Regierung gestellt, und das ist so interessant, unter der über 75 Jahre, wir haben ja interessanterweise auch 75 Jahre Nachkriegszeit, lustigerweise, Hans ist im Jahre 1949, dem Gründungsjahr von Bundesrepublik und DDR geboren, also gute 70 Jahre, gute 70 Jahre. Unter denen hatte diese Bevölkerung eigentlich wenig zu leiden, und plötzlich ist man bereit zu sagen, eigentlich steckt eine riesige Verschwörung zusammen hinter dieser Regierung, und das finde ich ein erstaunliches Phänomen, wenn eine frei flottierende Wut, die sich in ungeheuer Radikalität gegen diese Regierung manifestierte, und das halte ich für hoch erstaunlich, und auch, ich gebe es ja zu, wir haben ja darüber gesprochen, als ein echtes Problem, weil ich glaube, jedes Land, jede Regierung braucht ein Stück weit Autorität, die sie handlungsfähig macht, und das habe ich in diesem Jahr in einem Maße als untergraben und in Abrede gestellt gesehen, wie ich es davor so nicht erlebt habe. Okay, genau, Bundes würde ich zum Teil unterschreiben, und würde auch vielleicht gerne einmal einen Punkt sagen, bei dem ich glaube, woran es zum Teil liegen könnte, ist, und ich nenne es jetzt Community-Management, bei mir auf Instagram wäre das jetzt Community-Management, das Community-Management der Bundesregierung, weil ich glaube eben, in solchen Zeiten wie diesem Jahr zählt eben nicht nur Autorität, sondern auch Empathie, und Community-Management hat in dem Sinne auch was mit Sprache, Kommunikation zu tun. Und wenn ich mir mal die Videos von Ken Jebsen oder Attila angucke und anhöre vor allem, dann ist das eine ganz andere Art und Weise, wie da mit mir kommuniziert wird, vielleicht da, ich verstehe vielleicht Dinge, die ich eigentlich gar nicht verstehen möchte, auf eine logische Art und Weise, und man muss ja auch sagen, dass immer wieder die Menschen sagen, hey, ich würde gerne verstehen, warum ich zu Hause bleiben muss, aber mir wird es ja nicht erklärt, mir werden die Maßnahmen nicht erklärt. Und ich glaube, das alles zusammen spielt auf jeden Fall eine Rolle, die man nicht unterschätzen darf, und man muss halt auch sich einfach überlegen, Zeiten ändern sich zu früher, Kommunikation verändert sich, Sprache verändert sich, und irgendwo muss man das auch angleichen. Und also ich habe, du hattest vorhin von der Rede von Merkel gesprochen, das ist jetzt das erste Mal für mich gewesen, dass ich sage, okay, da habe ich irgendwie so ein bisschen Empathie und auch so eine emotionale Ebene greifbar mitbekommen, die ich mir hätte schon früher eigentlich gewünscht. Und ich kann mir vorstellen, dass es da ehrlicherweise vielen so geht. Und auch wenn du den Namen, wir wollten ja den Namen nicht aussprechen, CSU nur S sagen, bei Söder finde ich zumindest, dass der ein gutes Community-Management, was die Ansprachen und die Kommunikation zu den Bürgerinnen und Bürgern angeht, das, setz mal Merkel neben Söder, also da denkst du dir, Merkel, die sagt einen Satz und dann kommt Söder und der erklärt das und probiert die Maßnahmen irgendwie greifbar zu machen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Söder ist ja auch der Typus, der in dieser Pandemie ungemeine Autorität gewonnen hat. Das ist doch evident. Du lachst immer, Tito, ich meine, ich gebe ja nur wieder, was die Umfragen hergeben und was letztlich die Wahrnehmung der Bevölkerung ist. Ja, das glaube ich aber auch. Das ist natürlich evident. Ich spreche auch mit Leuten, selbst aus der Sozialdemokratie, die würden sich die Finger lecken, wenn sie einen Typus von dieser Art haben. Man muss ihn deswegen nicht mögen. Ich bin, nur um es mal deutlich zu machen, ich halte Söder für einen ungemeinen Klug. Ich würde übrigens den Begriff Rattenfänger sehr, sehr zögerlich. Das wollte ich auch nochmal anmerken. Du hast vorhin den Begriff Rattenfänger zweimal benutzt. Man muss immer sehr aufpassen. Du hast doch zweimal von Rattenfängern gesprochen. Ich habe von Attila und... Aber da haben wir von den Querdenkern gesprochen. Das spielt doch keine Rolle. Der Begriff Rattenfänger ist deshalb ein Problem, weil man die Menschen, die man fangen will, als Ratten bezeichnet. Da sollte man aufpassen. Deswegen ist der Begriff mir ein Stück weit sehr, sehr unangenehm. Das darf man nie vergessen. Gut point. Das ist kein Banale. Ihr seid ja alle sprachsensibel in hohem Maße. Das sollte man im Blick haben. Rattenfänger ist ein nicht ganz einfacher Begriff. Weil wir bei Entmenschlichungen von Personen, die uns alle nicht gefallen, sollte man sehr aufpassen. Aber bei Söder ist es leider so, und das muss ich nicht nur schätzen, weil ich den Mann wirklich als einen Versuchsfall auch betrachte, wie man es schafft, in der Tat, wie du sagst, und zwar interessanterweise mit einer sehr starken Autoritären. Der versucht durchaus autoritär zu sprechen. Das wird ihm ja auch sehr angeklärt, ungemein gut. Aber er ist auch in durchaus gewissem Maße autoritär. Er sagt zum Beispiel, wenn er sagt, wir müssen, wie sagt er, nicht die Handfesseln stärker anziehen, wir müssen aber die Dings anziehen. Also ihm wird ja sofort vorgeworfen, dass er manchmal zu harte Begriffe benutzt. Das ist aber interessant. Er kriegt natürlich, hat enorme Autoritätsgewinne, ob man ihm das nun glaubt, was er plötzlich alles sagt. Wie du so spöttisch auch sagtest, ob er nun wirklich für die Frauenquote ist, etc. Das weiß ich alles gar nicht, aber ich sehe, dass er übrigens auch möglicherweise durchaus lernfähig ist, weil er auch weiß, die ökologische Frage ist eine irrsinnige Frage. Er nimmt das alles in sein Port-P auf. Portfolio. Entschuldige, genau, Portfolio. Ich danke dir, Hans. In sein Portfolio auf. Ist also von daher eine Catch-all-Partei für sich selbst. Ich nenne ihn in der Tat, das kann man opportunistisch nennen. Die Frage ist nur, ob man der Meinung ist, jemand braucht auch eine kluge Politik, die ihn in die Lage versetzt, viele Stimmen zu akkumulieren, um dann vielleicht eine richtige Politik durchzuführen. Also das ist seine Strategie. Aber ich frage dich Folgendes. Die gestrige Merkel-Rede war als solche enorm. Aber auch im März, das ist doch bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob du die Ansprache von Merkel im März gesehen hast. Bestimmt. Die war hoch bemerkenswert. War es eine der ersten? Das war die allererste. Das war eine Ansprache, die sie als erste Fernsehansprache an die Bevölkerung gehalten hat. Die war sogar, ich mach's mal in einem televisionären Bild, sie war ein regelrechter Straßenfeger, wird man sagen müssen. Weil man messbarerweise feststellen konnte, an dem Tag, an dem Merkel an die Bevölkerung gerichtet gesprochen hat. Absolut empathisch. Mir sogar manchmal, ehrlich gesagt, sogar sag ich zu empathisch. Nämlich hoch antiautoritär. Sie hat immer gesagt, ich bitte die Bevölkerung, nehmen Sie Rücksicht, sehen Sie es ernst. Diese Krise ist dramatisch. Ich kann nur dankbar sein, übrigens auch bei ihrer gestrigen Rede wieder, hoch antiautoritär, hat sie immer nur daran ersucht, dass die Bevölkerung als Mahnerin und Warnerin, Aufforderin, dass sie endlich das versucht umzusetzen, was geboten ist, nämlich rigide Kontaktvermeidung. Das ist schon ein bemerkenswerter Umschlag. Und den rechne ich übrigens auch als ein Teil ihres Erfolges an. Also Merkel hat für mein Verständnis, das hat sie übrigens aus der Flüchtlingskrise absolut auch gelernt. Wir haben es ja auch vorhin schon mal diskutiert. Die hat den Stinten in den Hebel umgelegt. Und deswegen sind ihre Werte auch, glaube ich, auch deshalb nicht die schlechtesten. Sie liegt ja auch da mit ungemein über allen anderen. Sie hat ja, auch das interessant, sie hat bemerkenswerterweise recht behalten. Sie hat ja auch sehr früh gewarnt, wie schnell die Zahlen wieder regelrecht explodieren können. Das Grundproblem ist für mich aber ein anderes. Es ist ja, wir müssen eben auch da wieder aufpassen, dass wir nicht zu schwarz-weiß malen. Das Grundproblem jetzt auch wieder, der entscheidende Punkt. Ja, nein, aber ich will nur, es ist ja nicht so. Du hast vorhin zu Recht gemahnt, wir kaprizieren uns meistens, ich sag's mal so, auf leicht die 20% hart Zweifelnden. 80% derer haben, glaube ich, enormen Zuspruch zu Merkel in ganz hohem Maße. Und ob es einem gefällt oder nicht, sei dahingestellt, auch ein Stück weit zu Markus Söder. Aber diese 20%, und das finde ich bemerkenswert, sind übrigens permanent angeschossen und angespitzt von der Bild-Zeitung, die der größte Anti-Regierungsagitator während der ganzen Regierungszeit war. Absolut, das ist erstaunlich. Also die Bild-Zeitung hat geschossen gegen jede politische Maßnahme. Diese Bewegung wurde natürlich immer dadurch befördert, dass die Maßnahmen nicht hinreichend gegriffen haben. Und ich befürchte auch, dass, wenn die Krise ja weitergehen wird in den nächsten drei, vier Monaten, ist natürlich immer der Vorbehalt, obwohl gerade beispielsweise die Bild-Zeitung lange Zeit gesagt hat, wir machen viel zu viel. Und auch die ganzen Corona-Leugner ja gesagt haben, es gibt ja gar keine Seuche. Dass sie jetzt den Spiels umdrehen und sagen die ganze Zeit, ja, ihr habt wieder nichts gemacht, es passiert nichts. Und darin steckt ein erstaunliches, ja, den Staat oder die Autorität des Staates erodierendes Momentum. Und das finde ich bemerkenswert neu. Und ich führe das auch, weil wir vorhin die Diskussion ganz am Anfang geführt hatten. Wir hatten ja die Debatte um die Frage, Hans hat seine erste Frage, wo kommt diese ich-bezogene, diese anti-etatistische Gesellschaft eigentlich her, die hedonistische Gesellschaft. Ich sehe in dieser antistaatlichen Haltung auch Ausdruck einer hochgradig individualisierten Gesellschaft seit den 90er Jahren, meinem Eindruck vor allem, ja, there is no society, there are only individuals and families. Es spielt der Staat eigentlich keine Rolle. Ich entfalte mich selbst. Es gibt da ein Grundgefühl, ganz bewusst auf sich zu fokussieren und dem Staat, seiner Autorität auch ziemlich leichtfertig abzureden. Und deswegen nehme ich diese 20% ernst. Deswegen sage ich, das ist für mich ein entstaunlich neues Phänomen. Und das ist auch eine Folge jahrzehntelange neoliberaler Politik. Ja, es ist eine ganz grundsätzlich, völlig richtig. Es ist eine lange, lange Strömung, absolut. Eine lange Strömung, die interessanterweise von den Parteien durchaus mitbetrieben wurde. Absolut. Man lässt die Gesellschaft... Ich wollte jetzt kein Stichwort geben. Ich wollte nur mal vielleicht sagen, wir können ja mal das Autoritäre oder die Autoritäten problematisieren. Ich meine, wir haben mit Hans und ich in der Bundespressekonferenz immer wieder darauf hingewiesen, dass wir, dass die Verordnungen und die Politik in Zeiten von Corona im Grunde von den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung bestimmt werden. Findest du es nicht besser, also auch in Sachen Autorität, wenn der Bundestag zum Beispiel, also die gewählten Volksvertreter, die meisten Sachen nicht hätten bestimmen sollen? Naja, das erste Problem bei der Sache ist die, dass wir eine ganz andere Aufgabenteilung in der Frage der Corona-Pandemie hatten. Wir hatten die Aufgabenteilung, dass die Länder alle zur Durchsetzung der Maßnahmen verantwortlich sind. Also, die ganze Anfrage, dass die Parlamente auch der Bundestag zu wenig entschieden hat, die ich übrigens nur zum Teil als richtig ansehe, der Bundestag hat in vielen, vielen Fällen dann doch Maßgaben erlassen. Diese Vorstellung, man gibt alles an Spahn ab, das war sehr schnell eine Illusion. Man hat sehr bald dann doch wieder parlamentarische Debatten gemacht. Es wurde, glaube ich, mal gezählt, es waren dann trotzdem 70 Sitzungen, die auch zu Corona gelaufen sind. Aber der entscheidende Punkt, entschuldige, ist da noch mal ein anderer, weil tatsächlich die Länder sehr oft parlamentarisch debattieren und entscheiden mussten. Man kann das, ich empfinde es auch durchaus als zu wenig. Aber die Länderparlamente haben ja auch nichts entschieden. Das haben dann die Ministerpräsidenten entschieden. Ich sage nur, das ist wichtig, dass man denen erstmal klar hat, dass trotzdem die Länder in dem Falle ob der Ausführungskompetenz und Notwendigkeit dort auch debattieren mussten. Das fand natürlich zum Teil zu wenig statt. Das verteile ich. Trotzdem ist diese Generalkritik ja, vielleicht ein Stück weit Entparlamentisierung, aber keine Gewaltenteilung. Bemerkenswert geht das an den Realitäten vorbei. Wir haben ja sogar eine ganz neue... Hab ich doch gar nicht gesagt, dass es keine Gewaltenteilung gibt. Nein, aber das war die Stoßrichtung aber. Also Leute, ich nehme ja nur mal, ich radikalise, du hast das nicht gesagt. Aber die Stoßrichtung ging ja dann dahin, das Parlament war abgemeldet, so und dann... Ja, aber wenn wir eine Konstellation haben, wo 17 Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin was entscheiden, dann ist es natürlich automatisch, weil wir in einer Demokratie leben, die einen gehen in die Richtung, weil die anderen taktisch in die andere Richtung gegangen sind. Das haben wir am Anfang mit Laschet und Söder gemerkt. Laschet war dann eher so der Lockerer, Lockerer, da wollte der Locker-Politiker sein, war aber auch ein Wahlkampfmanöver und Söder hat sich entschieden, okay, ich bin dann hier der Anti-Lockerer. Aber du siehst doch zum Beispiel gerade, ja, das war nur eine ganz persönliche... Das sind ja auch eine strategische Entscheidung und auch opportunistische Entscheidungen. Darum finde ich es immer... Ich habe ja kein Problem damit mit politischen Autoritäten, wenn die sich natürlich und konsequent und auch nachhaltig entwickelt hätten, aber das kann man doch bei, gerade bei unseren CDU-Ländern nicht sagen. Kann ich da mal was fragen dazwischen? Ist es, also ich gehe da mit dir zum Teil d'accord und würde aber gleichzeitig fragen, ist das nicht eine Mischung, also einmal aus der Sache, die du gesagt hast und andererseits, dass man auch wirklich nochmal drauf guckt, halt, es war ja Ländersache, bei Söder sah es halt ganz anders aus, der musste ja vielleicht auch viel... Na nee, stimmt nicht, Laschet hätte auch schon härter... Ja, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. War dumm. Ja, aber das ist trotzdem, deine Frage ist berechtigt. Ich sage es mal so. Ja, aber bei den beiden, also wenn du die beiden Länder jetzt vergleichst miteinander, ist es eigentlich nicht berechtigt. Nein, aber in dem Sinne, man muss es doch, diese Unterstellung, nur mal als Beispiel, die ein Stück weit bei Thilo mitschwingt, Opportunismus in der Positionierung und auch dann sogar, man könnte es sogar noch deutlicher sagen, parteipolitisches Agieren. Ich nehme es mal weg von dem Fall Söder-Laschet, da könnte man auch viel zu sagen. Ich halte es eben von Söder für taktisch, übrigens hoch raffiniert und natürlich immer, ja, aber taktisch auch richtig. Er hat ganz klar erkannt, muss man ganz einfach zu sagen, Söder hat klar erkannt, übrigens auch durchaus inhaltlich begründet, weil er in Bayern irre Werte hatte. War ja so, er hatte ja das Problem, dass die ganzen Ischgl-Urlauber am Anfang nach Bayern zurückkamen. Das heißt, er war gehalten, auch da inhaltlich begründet, harte Maßnahmen zu ergreifen. Er hat aber vor allem das Entscheidende erkannt. Er hat zusätzlich erkannt, dass er wusste, ich muss mein Image, ja, des Ehrgeizlings, des Taktikers, des Opportunisten, das muss ich abbauen. Darumgegen muss ich optieren und ich mache mich zum ernsthaften Regierungschef eines Landes, zum Landesvater, nur dadurch, dass ich den Sorgenden ausgebe. Das hat er wunderbar erkannt und er zieht das durch. Das ist eine sehr kluge taktische Verhaltensweise. Laschet hat leider sein Image, des Lachsen, der rheinischen Frohnatur, weil er sich absetzen wollte, weil er anders optieren wollte, vollkommen gestärkt. Er hat gewissermaßen seine Schwäche gestärkt. Wohingegen Söder, da gebe ich dir vollkommen recht, ich darf Söder in seiner Cleveness nie unterschätzen, natürlich auch sofort erkannt hat, das stärkt mein Image. Hat er wunderbar geschafft. Diese Diskussion, nee, da hacke ich jetzt ein, diese Diskussion, die du führst, die auf den Phänomen, die du ansprichst, ganz richtig ist, ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum Staats- und Politikerautorität flirten geht. Ich vergleiche es mal, wenn ein Schiff im Sturm ist. Bei ruhiger See kann ein wunderbar eleganter Operettenoffizier auf der Brücke stehen und das Steuerruder bedienen. Wenn die See rau ist und es gefährlich wird, dann willst du da oben, und zwar will das die Mannschaft wie auch die Passagiere, die wollen, dass da oben jemand am Ruder steht, der oder die weiß, was sie tun. Das ist die Autorität, die gefordert wird. Die Autorität der Kompetenz, die nichts mit Performance oder nur in zweiter oder dritter Linie mit Performance zu tun hat, sondern die Baut, die zum Ausdruck bringt, reale fachliche Handlungskompetenz in der Bewältigung dieser Krise. Das, und so wie du es jetzt diskutierst, auch den Autoritätsgewinn, den ein Söder hat, ja, den Autoritätsverlust, den ein Laschet hat, den relativen Autoritätsgewinn, den eine Merkel hat, das waren alles keine Autoritätsgewinne in der Art und Weise, dass man den Eindruck hatte, ah, die wissen jetzt tatsächlich, was zu tun ist in dieser Krise, sondern es waren, wenn überhaupt, Autoritätsgewinne in der B-Note, in der Performance-Note. Das sagst du, das sagst du, Hans, das habe ich verstanden. Das ist bloß leider meinem Eindruck nach, ich bin jetzt ein bisschen spöttisch, die Betrachtung des Durchblickers, den du jetzt generierst, den wir uns erklären können, wir können uns beide sagen, der Söder hatte unterliegend andere Motive, offensichtlich ist seine Strategie in der Bevölkerung auf ungeheuren Anklang gefallen. Das heißt, diese Trennung von Autoritätsgewinn durch Performance, das ist ja auch ein hochspannendes Thema für dich, als jemand, der auch an solchen, Luisa, der an solchen Fragen arbeitet, wie authentisch tritt jemand auf? Ja, das ist Community-Management. Community-Management. Diese Frage, Management, die kriege ich meine völlig richtig. Das ist quasi Übersetzung, die Community in dem Falle ist die Bevölkerung. So, und das ist interessanterweise offensichtlich einem Söder gelungen und das ist hoch bemerkenswert. Ich will ein Beispiel dafür geben. Ein Beispiel. Der Laschet war in dem Augenblick noch mehr durch, nachdem er schon davor gewaltige Klopper sich geleistet hat, als die Sache mit Tönnies oben gelaufen ist. War natürlich ein Vorfall, bei dem man auch sagen kann, okay, ist in seinem Beritt, er hat sich da nicht autoritär gegenüber dem Tönnies durchgesetzt. Pech. Was ist dem Söder passiert? Warum autoritär durchsetzen? Es gab geltende Gesetze, die nicht eingehalten wurden. Was hat das mit Autorität? Noch viel besser. Du bist der Jurist, wunderbar. Du sagst es noch viel klarer. Hat er nicht gemacht. Noch viel schöner. Also klar. Hat Karl-Josef Laumann selbst gesagt. Ist doch richtig, ich gebe dir doch nur recht. Ich habe es jetzt ein bisschen laxer formuliert. Er hat jedenfalls nicht da ein Stück weit hart. Aber die Juristin ist mal so, als ob du eine harte Hand forderst. Du forderst durchaus, die Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, verlangt in dieser Land eine ziemlich harte Hand. Wir werden das übrigens noch viel härter erleben. So, der Söder hingegen, das ist bemerkenswert, hat mit seiner komischen Situation sämtliche deutschen Touristen auf bayerischem Boden testen zu wollen. Die Testergebnisse sind über Wochen nicht rausgegangen. Wochen. Der hat getestet. Ein viel, für mein Verständnis, ist eigentlich viel größerer Klopper, den er sich damit geleistet hat. Ja, aber der war gar nicht publikgroß. Der war hochgradig publik, aber es hat ihm, aber es hat ihm keins der Weise, absolut, das ist meine Rede. Sein Community Management war bis dato schon so gut, dass er ein Image aufgebaut hatte, das ihm einen riesigen Fehler total verziehen hat. Und das ist eine erstaunliche Sache. Er hat eine Performance und er hat eine Stabilität des Auftretens davor gehabt, die ihm einen solchen Brecher, hat übrigens natürlich auch ganz clever die Verantwortung an seine Gesundheitsministerin abgelagert, das lief alles auch sehr, hat doch noch generös gesagt, ich lasse es. Ja, das ist aber... Machen Opportunisten so, ne? Ja, das machen, ich will das doch gar nicht in Abrede stellen. Aber du lobst ihn die ganze Zeit hier. Ja, natürlich. Jetzt kommt noch mal der Punkt, Thilo. Guck mal, der Unterschied zwischen uns beiden ist immer der, du bist der Purist, als, ich sag mal, jetzt würde Max Weber wahrscheinlich wirklich mit der Unterscheidung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik bei uns ganz gut operieren können. Du stellst dir vor, in gewisser Weise, ich brauche den heiligen Politiker, am besten noch in der Linkspartei verortet, der uns dieses Land in den Sonnenuntergang führt. Die Krux ist die, dieses Land wird einen Politiker brauchen, der nicht ganz dumm sein muss, bei dem ich übrigens auch nicht in Abrede stellen will, dass der Opportunismus, nicht durchaus, weil er ein kluger Mann sein könnte, und Söder ist, glaube ich, ein ziemlich cleverer Mann, zu einer Überzeugung gerinnen könnte, ich werde wahrscheinlich mit Schwarz-Grün sogar eine grüne Politik machen müssen. Aber jeder Politiker muss zunächst einmal auch versuchen, die Position glaubhaft zu machen, überhaupt an die Macht zu kommen. Das ist das Problem. Und deswegen, das ist nicht nur, der Opportunismus ist mir als Begriff zu viel zu weich. Jeder Politiker, der überhaupt in der Volkspartei Politik macht, muss so opportunistisch sein, dass er reellerweise versucht, an die Macht zu kommen. Übrigens auch jede Politikerin. Entschuldige, absolut. Frau Baerbock zum Beispiel. Vielleicht ist Frau Baerbock eine Zeit, die wird ja schon als neue Merkel verkauft, die wird das auch durchaus, wir könnten genauso die, würdest du ja genauso drauf kloppen, die Grünen können wir sofort, du würdest die sofort als opportunistische Partei bezeichnen. Ist ja klar, würdest du ja tun. Weil du puristisch sagst, ja, die waren alle von ihren grübigen Glaubensüberzeugungen sind sie weg. Ich finde es natürlich völlig richtig, was sie machen. Können wir uns als nächstes Punkt drüber streiten. Aber mit deiner Position wirst du natürlich nie zu irgendeinem Politiker kommen, der in der... Haltung ist egal, Hauptsache. Du wirst nie zu einem... Nein, das ist nicht der Punkt. Du musst bloß diese Haltung überzeugend... Scheiße. Überzeugend durchhalten. Das ist der entscheidende Punkt. Du musst... So, und damit... Ja? Aber... Entschuldige, jetzt muss ich mal laufen. Ja, gut. Naja, ich möchte gerne meinen, den Gedanken noch zu Ende führen. Du hast mit all dem Recht, was du sagst. Klar. Und die Söders und andere sind diejenigen, die ihre Autorität, und ich sage es jetzt nochmal, im Sinne von Community Management, im Sinne auch von Performance, gewinnen sie eine Autorität bei einem relevanten Teil der Bevölkerung. Die sagen, jawohl, der oder die macht das gut, kann ich nachvollziehen, überzeugt mich. Wir stellen uns ja aber die Frage, woher kommt denn dieses und 20 Prozent einer Bevölkerung, das ist keine geringe Zahl. Nein, hast du recht. Das sind 15 Millionen Menschen in Deutschland. Und das waren, vor einem Jahr waren es nicht 15 Millionen Menschen. Woher kommt die Skepsis und die Ablehnung und auch der Antietatismus bei denen? Und da hätte ich die These, es hat schon auch damit zu tun, dass denen ein Stück weit die Frage mindestens da ist, ist diese autoritätserzeugende Performance, ist die eigentlich wirklich inhaltlich fundiert? Und da habe ich vorhin gesagt, das ist sie eigentlich nicht. Wir reden in der Bundespressekonferenz relativ häufig auch mit Jens Spahn, wenn er da ist und so weiter, und wenn man den fragt. Der gibt zu, und seine Sprecher müssen es auch zugeben, dass sehr häufig das, was sozusagen, und Jens Spahn ist auch einer, der auf der Performance-Ebene schon eine Form von Autorität, unter den Ministern ist er einer, der Autorität auf dieser Ebene produziert. Aber fachlich hat er keine Ahnung. Fachlich ist das häufig einfach nicht fundiert. Kann es im Moment vielleicht auch gar nicht sein, weil Wissenschaft sich in ihren Erkenntnissen bei diesem immer noch relativ neuen Virus permanent verändert. So, und die große Krux ist, Spahn kann jetzt aber auch schlecht sagen, obwohl er es sagen müsste, liebe Leute, das, was ich heute sage, gründet sich auf dem Erkenntnisstand von gestern, der ein Vorläufiger ist, und morgen sieht es vielleicht ganz anders aus. Das müsste er aber eigentlich machen, um zu sagen, ja, meine Autorität beruht darauf, dass ich tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen mich positioniere und auch offen zugebe, wo ich etwas nicht weiß. Das ist aber in unserem System und auch in unserer medialen Gesellschaft, wo von Politikern auch immer Führung verlangt wird, in dem Sinne, ihr sollt gefälligst wissen, wo es lang geht. Das ist im Moment vielleicht eine unerfüllbare Forderung, weil die Verhältnisse so sind, und deswegen haben wir Autoritätslücken, die nicht so recht geschlossen werden können und die dann bei einem Teil der Bevölkerung Autoritätsskepsis erzeugen, weil diese Autorität als Fundament nicht vorhanden ist. Das ist so eine Art Bermuda-Dreieck, in dem Autorität, die ich für nötig halte, als natürliche und fachliche Autorität, nicht als die Autorität des Amtes als solche, sondern als fachliche Autorität, in diesem Bermuda-Dreieck verschwindet die zurzeit. Bei Spahn, ich habe wieder eine andere... Luisa, hast du nicht gesehen, weil ich hier so zart eingehaut habe. Nein, ich habe das gar nicht. Bitte, bitte, bitte. Ich fand, du hast das richtig schön beschrieben oder finde, du hast das richtig schön beschrieben und genau das ist ja das, was ich meine mit der Kommunikation. Das fehlt, auch mal zu sagen, Leute, ich weiß es gerade nicht zu 100% und es kann sein, dass ich jetzt auch vielleicht einen Fehler mache, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ich glaube allerdings auch, dass jetzt brauchen sie damit auch nicht mehr in der Pandemie anfangen, weil jetzt hätten wir dann das Problem, wenn jetzt ein Jens Spahn sagt, keine Ahnung, ob das klappt oder könnte auch ein Fehler sein, dann gehen doch sicherlich alle Querdenker da voll drauf und sagen, siehste, haben wir doch gesagt, oder? Also würde man denn jetzt einen Politiker oder einer Politikerin ab, also das abnehmen und dann Vertrauen wieder entwickeln, wenn sie jetzt in dieser Situation der Pandemie sagen, ja, könnte es sein, dass wir einen Fehler machen? Ja, Spahn hat das doch, das will ich ergänzend sagen, Spahn hat das doch mehr gesagt als jeder andere Politiker davor. Wenn Spahn sagte, wir werden uns am Ende der Pandemie eine Menge zu verzeihen haben und dann sogar später sagte, was ich für eine sehr gefährliche Aussage hielt, das war jedenfalls in der Kommunikation ganz schwierig, als er sagte, mit dem Wissensstand von heute würden wir keine Schulen mehr schließen und würden wir keine Supermärkte mehr schließen. Damit hat er ja sogar eingeräumt, dass man immer mehr lernt und damit ein Stück weit auch Entscheidungen revidieren muss. Das war für ihn auch der Versuch, ganz strategisch, das ist ganz klar, Glaubwürdigkeitsgewinne auf die Weise zu erzielen, dass er sagte, so, ich weiß, dass ich fehlbar bin, macht sich übrigens auch menschlicher dadurch. Spahn hat mal den schönen Satz gesagt, kennt ihr ja alle, nach der letzten CDU-Kampagne sagte er so schön, bekannt bin ich jetzt, als er das letzte Mal kanierte, beliebt muss ich jetzt noch werden. Wisst ihr, Albrechts, sorry, ich muss die Eimerung kurz unterbrechen, weil gerade mal, weißt du, was sich anstrengend an dieser ganzen Unterhaltung finde, für Menschen, die sich noch nicht so gut mit Politik auskennen, dass dadurch auch wieder so das Vertrauen flöten geht, weil wir jetzt die ganze Zeit halt immer wieder hören, dass alles so berechnend ist und dass man Politik wirklich nur macht, weil man hier und da nochmal eine Stimme mehr haben will, also weißt du, was ich meine? Nö, nö. Kann es nicht aber auch einfach sein, dass Jens Spahn das gesagt hat, weil er es wirklich so meint oder hat er das jetzt wirklich so gemacht, weil das wieder Taktik war? Naja, ich sag jetzt mal sogar noch viel deutlicher, das ist gut, dass du die Frage so aufwirfst. Ich würde einem Politiker gar nichts Böses wollen, wenn er zum Teil immer auch, gerade und Spahn hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er eigentlich Bundeskanzler werden will, das ist ganz klar, so das ist sein Ziel, er hat Gesundheitsminister als eine Etappe auf dem Weg, das steht schon in seiner Abiturzeitung, da hat er auch nie ein Hehl draus gemacht, werfe ich ihm auch nicht vor, er ist ein Machtpolitiker und übrigens war er der Machtpolitiker, der alles mögliche versuchte, lange vor der Corona-Krise, also derjenige, der jedes Fass aufmachte und immer wieder neue Vorschläge machte, einfach um Aktivismus zu zeigen, das war ja vor allem vor Corona, Corona hat ihn ja gezwungen, dann an einer langen Linie oder einem langen Stück zu arbeiten, ich werfe ihm das gar nicht vor, weil ein Politiker ein Stück weit auch mit im Kopf haben muss, die Performance, deswegen sage ich auch bei Söder, das ist nun mal, ich gebe es dir aber zu, innerend ist es natürlich eine Kritik, gebe ich schon zu, also man könnte sich auch den Politiker vorstellen, der einfach nur der reinen Sachlichkeit halber an seiner Sache arbeitet, aber das wird man bei einem Politiker, der vielleicht noch mehr werden will und das ist sowohl bei Spahn der Fall, ich glaube auch bei Söder allemal, muss man im Blick auch haben, dass sie das auch machen müssen, weil die Brutalität besteht doch darin, der Politiker, und deswegen habe ich da viel mehr Verständnis auch dafür, oder Verständnis im positiven Sinne, dass ich verstehe, warum sie so agieren, es ist ein so brutales Geschäft, man kann es so deutlich sagen, am Schluss geht jeder als Sieger, als Verlierer vom Feld, am Schluss wirst du in die Wüste geschickt, weil du am Schluss eine riesige Niederlage kriegst, irgendwann wirst du weg, Merkel wird es schaffen, als wahrscheinlich sogar, weil sie es so clever gemacht hat, noch, wenn alle jammern, die Lotsin geht von Bord, aber du musst ein Stück weit natürlich, das muss man den Leuten auch erklären, ich bin da absolut dagegen, deswegen, Thilo hat ja immer den puristischen Part, Thilo würde es genauso sehen, Nein, die Politik ist auch ein Stück weit der Wille zur Macht, um von da aus die Politik betreiben zu können, die man will, das unterstelle ich dem Spahn durchaus, ich unterstelle ihm übrigens trotzdem manchmal auch sehr viel mehr Berechnung, vielleicht in manchen Punkten, da glaube ich nicht, dass vieles, oder manches im gesundheitspolitischen Feld nicht immer nur von Überzeugung getrieben war, da sehe ich vieles, was bei ihm eher auf ganz andere Tendenzen, aber ich unterstelle ihm schon, dass er manches, und gerade in der Corona-Krise, das wollte er machen, um die Bevölkerung zu schützen, das glaube ich, also, aber trotzdem wird er immer im Blick haben, wie verkaufe ich das auch, das gehört zum Politiker, und das muss man den Leuten, weißt du, das ist vielleicht der Punkt, die Aufklärung muss ein Stück weit auch darin bestehen, deiner Community dann reinweilen, so ist Politik, aber muss Politik so immer sein, oder wenn es eine neue Generation, ja, aber ich denke mir immer so, kann es nicht eine neue Generation geben, die anders an die Sache rangeht, die nicht so machtbesessen ist, und was ist negativ am Begriff der Macht, du sagst ja jetzt auch Machtbesessen, oder was ist für dich Macht, es ist ja offensichtlich, du hast ein negatives Verhältnis dazu, warum? in diesem Sinne würde ich Macht damit vergleichen, dass ein Politiker quasi seine Position und seine, ja, seine Position dafür ausnutzt, so weit zu kommen, wie er kann, um dann das umzusetzen, was er will, was natürlich ja auch legitim einerseits ist, aber in erster Linie dann an sich denkt, und ich denke, ich habe so ein, was heißt Problem damit, aber ich kann mir vorstellen, dass eine andere Generation Politiker und Politikerinnen, die jetzt so kommen, erstmal in erster Linie nicht daran denken, oh, jetzt möchte ich unbedingt in der Position sein, und dann kann ich noch auf die Veranstaltung und das umsetzen, und dann kann ich hier noch gute Kontakte pflegen, sondern die wirklich von Herzen erstmal an der Sache dran sind, Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören, um das dann umzusetzen. Jetzt sage ich dir was, mit der ganzen, mit dem ganzen Rucksack meiner 70 Jahre, ich habe Politiker kennengelernt, bei ihrem Einstieg in die Politik, als 20-Jährige und so weiter, manche von denen sind ziemlich weit gekommen, einer ist Bundeskanzler geworden, die waren zu Beginn ihrer politischen Karriere, und das weiß ich, weil ich, und das ist nicht nur einer, sondern ich habe da viele kennengelernt, auch in ganz unterschiedlichen Parteien, das waren in allererster Linie Menschen, die sich engagiert haben, weil sie gesagt haben, ich finde, Gesellschaft hat hier diese und jene Defizite, und das muss geändert werden, und ich hänge mich da rein, weil ich an dieser Änderung mitarbeiten will. Das war sozusagen die Eingangsmotivation, wie die allermeisten Fußballstars, wo du heute sagen kannst, was wird denen für, was sind das für Arschlöcher, was werden denen für Millionen und Milliarden hinterhergeschmissen, die haben alle angefangen aus Lust am Fußball, als kleine Jungs. Das ist die sozusagen, das ist die Genetik von Fußballern, von überhaupt Leistungssportlern, ich kenne keinen Leistungssportler, und du vielleicht auch nicht, der nicht mindestens am Anfang aus Lust am Sport da reingegangen ist. Ob diese Lust am Sport sich dann irgendwann durch die Veränderung der Verhältnisse und Rolle sozusagen zurücktritt gegen andere Wirkfaktoren, ist eine zweite Sache. Aber erst mal ist sie da. Und deswegen, wenn du Verhältnisse verändern willst, in aller Regel musst du das machen, gegen bestehende Kräfte. Und du kommst nur in die Position, etwas zu verändern, wenn du, Achtung, die Macht dazu hast. Macht ist die Voraussetzung für Änderung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Deswegen, ist alles gut, ich finde das hochspannend. Deswegen bin ich sehr dafür, den Begriff der Macht nicht von vornherein zu diskreditieren, sondern Macht hat im ursprünglichen Sinne des Wortes, bedeutet es die Fähigkeit, das Vermögen, die Position, etwas zu ändern. Ohne Macht gibt es keine Veränderung gegen bestehende Kräfte, die überwunden werden müssen. So, und weswegen Macht in so negativer Weise, gerade bei jungen Leuten häufig konnotiert wird, hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass beobachtet wird, zu Recht oder zu Unrecht, mal so, mal so, dass sich etwas verselbstständigt, dass nicht mehr man den Eindruck hat, hier agiert jemand, um in eine Machtposition zu kommen, um etwas zum Guten oder Richtigen zu bewirken, sondern hier wird die Machtposition zum individuellen Selbstzweck. Und das gibt es. Das gibt es zuhauf. Oder Macht in dem Sinne, dass nichts verändert wird. Ja, auch das Nichtsveränder, also die, so. Und die große Frage jetzt, weil du vorhin sagtest, Medienkompetenz und politische Aufklärung, die große Aufgabe besteht eigentlich darin, also ein Wahrnehmungs- und ein Bewertungsinstrumentarium zu entwickeln, wo ich lerne zu unterscheiden, wo habe ich hier es mit jemandem zu tun, einer Person oder auch einer Organisation, da geht es nur um die verselbstständigte Macht, möglicherweise dann auch zum eigenen Vorteil. Und wo ist es eine Notwendigkeit, hier hart einzusteigen, um in die Position zu kommen, um Dinge verändern zu können. Beides ist Macht. Das eine ist ein korrumpierter, ein zu Recht kritikwürdiger Begriff von Macht. Das andere ist die notwendige Voraussetzung für Politik, das unterscheiden zu können. Und wie schätzt du dann das Verhältnis ein von PolitikerInnen, die jetzt zum Beispiel in der Regierung oder im Bundestag sitzen, von diesen beiden Machtverhältnissen? Hans wurde gefragt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich fließe da wunderbar an, weil man kann es ja mal konkretisieren. Den Mann, den Hans gemeint hat, der dem Namen Söder sehr ähnlich ist, ist nämlich Schröder. Es ist kein Zufall, dass die Namen sich vielleicht so ähnlich sind, beziehungsweise dass die Parallelen so evidenzen. Und das ist ein Stück weit, ich teile ja alles, was er gesagt hat. Bloß, und du hast genau die Frage aufgehoben, ich glaube, leider muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass der große Anteil von Machtwillen, der dann letztlich dazu befähigt, die Macht wirklich zu entlangen, immens ist, bei allen Kanzlern, die wir gehabt haben. Also, ich fange nicht bei Adenauer an, da ist die Lage vielleicht nochmal anders. Ich fange mal mit Kohl an. Kohl nur als erstes. Ein ungeheurer Machtmensch, eine Machtmaschine. Der hatte auch nicht unbedingt Veränderungen, obwohl er sie gemacht hat. Er hat die große Veränderung der CDU geleistet. Er hat die CDU zur eigentlichen Volkspartei gemacht, sie auch modernisiert. Und er war ein großer Europäer, nebenbei gesagt. Er war später ein großer Europäer. Ja, genau, man darf das auch nicht klein halten, aber er wollte an die Macht. Er hat in einer Brutalität die Macht gesucht. Schröder, du magst ja recht haben, aber du hast, glaube ich, das Entscheidende gesagt. Schröder, hoch bemerkenswert übrigens, wenn man die Schröder, die Vita, und du kennst sie ja im Zweifel noch besser als ich, aber Schröder hat sich übrigens alle Parteien angeguckt damals. Der hat in den 60er-Jahren sich selbst die NPD angeguckt und überlegt. Der wollte natürlich, der wollte Macht. Der hat immer gesagt, ich wollte die ganze Grütze auf den Teller. Schröder kommt aus kleinsten Verhältnissen. Der hat erkannt, dass ihm der Rechtsanwaltsmuf, ich finde das übrigens durchaus sehr bewundernswert, der Mann hat sich hochgeschafft wie ein Irrer. Der hat erkannt, ich will was werden. Ich ziehe das in der Partei durch. Da war ein solcher Machtwille, der und spätestens die Agenda 2010 hat es gezeigt, seine ganze Partei, beziehungsweise seine Wählerschaft hinter sich gelassen hat. Also auch da wird man das Phänomen erleben. Und das ist aber auch so interessant. Er hat damit natürlich, wir würden im Zweifel alle sagen, er hat vieles zum Falschen verändert mit der Agenda. Er hat vor allem seine Partei kaputt gemacht. Er hat die Linkspartei mit erzeugt, Lafontaine dagegen gehalten und so weiter. So, dieser Typus Schröder zeigt auch, dass am Schluss, und Merkel sei als Letzte gesagt, Merkel genauso. Merkel ist in allererster Hinsicht eine absolut entschiedene Machtpolitikerin gewesen, die Strategie und Cleverness, wie Merkel den Kohl abgeschossen hat, das legendäre FAZ-Stück, ihr Aufsatz in der FAZ als Generalsekretärin. Und damit Schäuble, der noch Parteivorsitzender war, in Schatten gestellt hat. Merkel hat auch einen ungeheuren Willen zur Macht gehabt. Deswegen hat sie ja auch alle anderen, kann man feministisch hochreiten, weggebissen, kein Mann. Ich halte das für eine ungeheure Leistung. Das ist vielleicht sogar die allergrößte Leistung. Ja, in der deutschen Parteiengeschichte der Bundesrepublik die größte Leistung. Also rein machtstrategisch, rein machtstrategisch. Eine Frau in einer völlig fremden Partei, eine Ostdeutsche, die geschiedene Frau aus dem Osten, so hat der Stoiber immer spöttisch gesagt, schafft es, alle Männer von der Macht fernzuhalten. Also ein ungeheurer Wille zur Macht gehört dazu. Aber jetzt ist das Interessante. Bei Merkel würden wir sagen, naja, du bist es, Tino, du hast es vorhin so stark gemacht. Ich würde es vielleicht gar nicht so stark machen, wie du es. Sie hat den großen humanistischen Akt von 2015 erreicht. Sie hat mit ihrer Macht, für viele Punkte würdest du sagen, ich auch, die hat nur nachrollend sich angepasst, die hat dann den Kernstoffausstieg gemacht, als es nicht mehr ging. Sie hat ja reaktiv meistens Politik gemacht, aber sie hat einmal... Wenn sie spontan reagieren muss, entscheiden sie sich meistens für das Richtige. Na, das weiß ich nicht, ob es alles... Aber sie hat es dann jedenfalls nicht sehr gut durchgesetzt, sonst hätten wir heute weder das gespaltene Deutschland... Wenn sie das besser gemacht hätte, hätten wir auch nicht so ein gespaltenes Europa. Sie hat auch 2015, meine ich, nicht sehr gut gemanagt. Das sehe ich anders. Aber ich glaube, das würde sie heute übrigens genauso sehen. Sie würde sagen, ich hätte vielleicht mehr auf die kleineren Staaten eingehen müssen, hätte Kohle übrigens wesentlich besser gemacht. Also ich will damit sagen, die Macht, du musst einen ungeheuren Machtwillen haben. Und deswegen, weil ihr so mich fragtet auf meine Naivität, natürlich ist der Söder ein absoluter Schröder-Nachfolger. Söder hat einen Machtwillen wie kein anderer in diesem Lande. Und die große Frage ist, und da ist die eigentliche Wette für mein Verständnis, ist dieser Mann so lernfähig? Vielleicht ist er sogar, ich male es mir aus, vielleicht ist er sogar in der Lage, vom Saulus, ich will es mal ganz groß, fast biblisch, wir kommen ja in Richtung Weihnachten, vom Saulus zum Paulus zu werden, ist er in der Lage, vielleicht derjenige zu sein, der Schröder in brutaler Weise gegen seine eigene Partei war. Schröder war nämlich, das ist ja die fatale Situation, Schröder, nur Schröder konnte die Agenda 2010 machen, was wir sehr bedauern, weil nämlich er gegen die SPD, aber in dem Wissen darum, dass die CDU das begeistert mitmachen würde, er konnte das machen. Die CDU, wenn die das versucht hätte, hätte sie quasi das ganze Land gegen sie gehabt. Man kann die Hoffnung haben, ich könnte mich als naiv geißeln, aber mit dem alten Satz, only Nixon could go to China, nur ein Konservativer kann etwas Linkes vielleicht in diesem Lande machen, weil er die Autorität hat, die Bürgerlichen mitzunehmen. Das ist eine naive Hoffnung. Aber ich sehe nicht, dass die Linke, die in ihrem absolut desolaten Zustand überhaupt nicht in der Lage ist, das Land zu regieren, geschweige denn, gegen eine bürgerliche Verlangs, wenn man mir mal vorstellt, eine Linke müsste in diesem Land mit Rot-Rot-Grün, die Regierungsvorstellung ist allein bei 40% schon arithmetisch absurd, aber auch wenn sie macht strategisch. Ich möchte das mal erleben, dass eine solche Regierung in der Lage wäre, eine grüne Politik zu machen. Halte ich für absolut illusionär. Mit Ramelow ging das. Ja, aber Ramelow ist ja nun ein Landespolitiker und der ist nur noch nicht mal in der Linkspartei. Das war Schröder auch. Ja, aber Ramelow ist nun mal nicht das, ich hätte das sehr gutiert. Wir kriegen ja von der Linkspartei eine andere Spitze. Da wird in Zukunft eine Marx-21-Trotz-Kistin von Frau Wissler, die noch überhaupt nicht regieren will. Das muss man sich bewusst machen. Die ist in einem halben Jahr Parteivorsitzende. Aber ist der Versuch das nicht wert? Wir wissen ja nicht, was passiert. Sie werden ja noch nicht mal gewählt. Das ist ja das Problem. Und die Grünen... Ja, weil Leute wie du die ganze Zeit sagen, die können es ja eh nicht. Das sage ich schon leider seit sieben Jahren. Da habe ich mein letztes Buch zugeschrieben und leider fühle ich mich Jahr für Jahr in bestätigt. Das ist deswegen, ich kann mir zwar immer wieder von dir sagen lassen, Tilo, die Welt ist schön, gibt doch... Das ist leider in all diesen Situationen. Diese Konstellation, das müssten wir uns genauer angucken, ist vielleicht jetzt nicht der Punkt, aber wir können ja auch übergehen zum nächsten Thema. Ich habe leider die Sorge, und da sind wir an einem Punkt. Eigentlich ist das Luz der Punktjob im Moment. Nein, ich bin doch bei der... Also eigentlich war ich noch mal bei einer Frage, die du mir immer noch nicht richtig beantwortet hast. Wieso denn? Du hast doch wieder eine Machtfrage. Ja, aber ich wollte es wirklich so prozentual mal sehen. Ja, das ist prozentual. Ich sage dir mal ganz klar auf Schröder. Ja, dann sage ich es dir auf Schröder. Ich kann es dir gerne sagen. Bei Schröder sage ich dir, 80% Macht würde 20% Inhalt. Nein, ich glaube, du hast es falsch... Oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ging mir tatsächlich eher... Ich habe es nicht verstanden. Es ging mir eher darum, Hans hatte zwei Machtdefinitionen ja aufgezeigt. Und ich wollte wissen, aktuell, wie sieht es eigentlich im Bundestag aus mit allen PolitikerInnen? Nur mal so Pi mal Daumen. Ihr setzt euch jeden Tag mit dem Thema auseinander. Welche Machtdefinition überwiegt im Bundestag? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß schon was. Das war einfach meine Frage. Kommt auf die Partei an, würde ich sagen. Also bei der Union, Hauptsache an der Macht. Hast du den Eindruck, jetzt mal spöttisch gefragt, hast du den Eindruck, dass der gute Kevin plötzlich Olaf Scholz so absolut lieb und innig hat, einfach deshalb, weil er plötzlich der Meinung wäre, dass Olaf Scholz ein ganz wackerer Sozialdemokrat geworden wäre? Nein, natürlich nicht. Der macht er halt überhaupt... Wenn du mir eine Frage stellst, dann muss ich sie ja beantworten. Ja, okay, Entschuldigung. Es kann ja auch genau andersrum sein, dass er machtbewusst ist und deshalb Olaf jetzt hier unterschätzt. Und davor das Spiel, dieses Anti-Olaf, Anti-Groko-Spiel, dass das unauthentisch und falsch war. Naja, das glaube ich nun gerade nicht. Ich glaube, dass... Ich sag doch einfach nur, das kann sein. Du bist dir auf einmal wieder sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber du musst ja irgendein... Dann sagst du, ist er ja immer unauthentisch in deiner Wahrnehmung geworden. Das kannst du sagen. Ich glaube bloß trotzdem, dass er davor ein wackerer Jungsozialist durchaus war. Ich nehme mich... Übrigens glaube ich, dass das zum Teil immer noch ist. Aber natürlich steht die ganze Sozialdemokratie ungeachtet ihrer Einstellung geschlossen hinter Olaf Scholz, weil sie weiß, wir haben nur noch eine Patrone. Können wir mir ein positives Beispiel mal aus dieser Debatte so mit rausgeben? Es ist nicht nur negativ. Ja genau, haben wir mal ein, zwei positive Beispiele. Warum reden wir die ganze Zeit über Köpfe? Nein, es geht ja mir um die systemische Frage. Ich will das gar nicht als negativ zeigen. Ich finde das richtig, dass die hinter Olaf Scholz steht, um es deutlich zu machen. Das ist nicht negativ. Stehen Sie doch nicht. Die haben den doch nicht gewählt als Parteivorsitzender. Aber die Partei wurde nicht gewählt, Albrecht. Die Partei wurde nicht gefragt. Das ist ein Vorstandsbeschluss. Ja, aber die Partei hat leider auch die Einsicht, dass mit Frau Esken und Herr Walter Boyanz kein Blumentopf zu gewinnen ist. Nee, das war Esken und Boyanz, die die Einsicht hatten, dass sie keine guten Kanzlerkandidaten wären. Dementsprechend haben sie Olaf aufgestellt. Hast du den Eindruck, dass die noch irgendwie... Olaf wurde nicht von der Partei aufgestellt. Ja, aber ist doch richtig. Aber die ganze Partei hat doch erkannt und das muss auch Kevin eines Tages wahrscheinlich ganz klammheimlich eingestehen, dass es so schön es vielleicht war, Olaf Scholz als Parteivorsitzender zu verhindern. Was ich übrigens gut verstehe, weil die Nominierung von Scholz war auch nicht sehr klug. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, also alles ist klüger als Olaf Scholz aufzustellen. Ja, das zeige ich ja sogar. Aber Sie hätten aber als Kanzlerkandidaten... Ja, natürlich. Also einen Technokraten, der inhaltlich nicht unterscheidbar ist von einem CDUler. Ich würde gerne diese Frage beantworten. Na gut, dann beantworte du die Frage. Aber ich frage dir nur eine Frage, die soll mir Thilo dann mal beantworten. Die letzte Frage, die ich noch habe an dich, Thilo. Die entscheidend. Nein, die Frage für mich wäre immer bei der ganzen Geschichte, bei mir endet das immer in dem großen Wünsch dir was. Und ich hätte gerne mal die Antwort auf die Figuren, die du glaubst, wählbar wären in diesem Lande. Wir sind doch die Köpfe egal. Wenn wir Parteien an der Regierung hätten, die das, was unsere Generation, Luisas und die Generation noch nach uns, die uns am meisten helfen würden, wenn die an die Macht kommen, dann ist mir doch erst mal egal, welcher Kopf da an der Macht ist. Du bist aber ein kleiner Ausschnitt der Generation, Thilo. Das ist auch schon der Grundfehler. Wir haben ja drüber gesprochen. Es gibt nicht die Generation. Nachweislich so, dass seit 30, 40 Jahren die CDU, über die wir jetzt die ganze Zeit reden mit ihren Köpfen, nicht das macht, was die Nachfolgegeneration brauchen. Trotzdem wird sie noch immer von einem erheblichen Teil der Generation gewählt. Ja, und das ist das Problem. Ja, das magst du als Problem. Das Problem ist einfach in der Demokratie nicht, dass das du als Problem ansiehst. Und das ist die Krux vielleicht bei der Geschichte. Wird offensichtlich vom Rest der Generation als das Problem angesehen. Du kannst die Problemdefinition haben. Die ist wahrscheinlich so meiner sogar recht ähnlich. Du musst aber dann diese Problemdefinition dem Rest der Generation beibringen, um deutlich zu machen, die ganze Generation, das ist unser Problem. Das versuchen wir ja. Ja, das versuchen wir wacker. Aber ich sage ja, mit wem willst du es denn machen? Das ist für mich das Problem. Das ist zweitrangig, würde ich sagen. Nö, so ganz zweitrangig. Jetzt möchte ich erst mal die Frage von Lu beantworten. Kann man das gewichten in Prozenten? Kann man nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sagen könnte, von den 700 Bundestagsabgeordneten sind 80 Prozent. Und die negativen Machtpolitiker und 20 Prozent die positiven. Weil diese unterschiedlichen Definitionen von Macht gehen in aller Regel durch die Personen hindurch. Und es verändert sich auch noch situativ und von der Rolle und Position her, in der jemand ist. Zum Beispiel jemand, bei dem dieser, ich sage jetzt mal, Macht um der Gestaltung fehlen relativ ausgeprägt war, war Marco Bülow als eine Einzelperson. Da kann man sagen, der Prozentsatz, der sagt, mir geht es jetzt nicht um die persönliche Karriere, sondern ich will die politische Macht, weil ich die und die inhaltlichen Veränderungen sehe, war relativ hoch. Er ist nun aber vielleicht auch aus genau diesen Gründen eben nicht mehr in seiner Partei, sondern jetzt in der... Ist er fraktionslos? Ist er ein Pirat? Er hat sich... Entschuldige, Spaßpartei. Er ist fraktionslos und Mitglied der Partei. Ja, der Partei, die Partei. Also Bülow ist sozusagen so eine Figur. Es gab ein Stück weit, war allerdings sehr tricky, war Ströbele bei den Grünen auch so jemand, der das aber auch sehr geschickt taktisch gespielt hat. Ströbele hat gesagt, ich bin gegen Militäreinsätze, wusste aber auch, so unter Rot-Grün, wusste aber auch, wenn meine Position sich durchsetzt, dann ist diese Koalition am Ende. Deswegen hat er genau ausgerechnet, wie viele Gegenstimmen aus unserer Partei kann die Koalition verkraften, ohne dass sie platzt. Und dann hat er dafür gesorgt, dass er als strahlender grüner Held dagegen stimmen konnte. Und andere Grüne, die inhaltlich auf genau der gleichen Linie waren, die mussten dafür stimmen oder sich enthalten, damit die Koalition nicht platzt. Das heißt also, das ist so wie ein Schinken, der ist von Fettäderchen durchzogen. Und der Speck hat mehr Fett als Fleisch. In ähnlicher Weise sind diese Machtanteile in dem, was wir als politische Handlungskörper, nenne ich jetzt mal, so haben. Ob das Parlament ist, und das geht nicht nur Bundestag, das sind Landtage genauso, das geht bis runter in Stadt- und manchmal Stadtteilparlamente, in Ministerien sowieso. Und je stärker du da jemand in Führungspositionen A kommt, desto nötiger sind diese robusten Machtanteile auf die Person bezogen. Und je weniger jemand diese Genetik, diese Genstruktur hat, desto geringer sind die Chancen, da hochzukommen. Und deswegen ist wieder an dem Punkt, wenn Generationen und politische Strömungen der Meinung sind, es muss mehr von dem guten Machttypus geben, dann muss man zum einen sich überlegen, gehe ich selbst in solche Organisationen mit rein und versuche selbst zu jemandem zu sein oder welche zu befördern, denen ich das unterstelle. Oder mindestens bei der Wahl, ich versuche mir Kandidaten und Parteien anzugucken und sage, manchmal ist es welches, ist das geringere Übel. Aber diese Differenzierungsfähigkeit musst du schlicht und einfach haben. Und ein allerletztes noch zu der Frage Inhalte und Person oder Kopf. Das ist wie mit dem Gedanken und der Tat. Politische Ideen und Positionen und Inhalte brauchen immer Menschen, die sie vertreten. Fridays for Future hätte es ohne Greta Thunberg nicht gegeben. Nicht gegeben. Diese Bewegung wäre nie entstanden. Wenn es ein Beispiel für die Bedeutung einer Person, einer symbolischen Person zur Repräsentanz und Ausbreitung von Inhalten und Bewegung gibt, jenseits auch des etablierten Politikbetriebs, dann ist Greta Thunberg das beste Beispiel dafür. Das heißt also, die Debatte, lass uns nicht über Köpfe reden, sondern über Inhalte, das ist eine Debatte, die finde ich, eher rückwärts geworden. Ja, aber Greta ist ja durch ihre Inhalte das geworden, was sie ist. Exakt, aber die Bewegung wäre nicht in diese Breite und Bedeutung gegangen, wenn es nicht wieder diese Person gegeben hat. Das heißt, es geht um eine Dialektik. Eine Person, die Ahnung hat, wovon es geht. Ja, da sind wir wieder bei dem Autoritätsbegriff, der inhaltlich fundiert ist. Es geht, und der dann auch noch in der Performance glaubhaft ist, was sie ist. Das heißt, es geht um eine Dialektik von Person und Inhalt. Aber Greta hat keine Macht, Hans. Sie hat durchaus Macht, und zwar hat sie mehr Macht als mancher Landespolitiker, weil sie die Macht hat, politischen Druck zu erzeugen, der dann auch Politiker, die formal in Handlungspositionen sind, unter Druck setzt. Das ist auch eine Form von Macht, jenseits des institutionellen Rahmens. Diese Macht hat sie. Ja. Absolut. Luisa Neubauer auch, das weiß sie ja auch ganz genau. Deswegen ist ja die Möglichkeit... Influencer, Entschuldigung, Influencer und drinnen haben solche Macht auch. Enorm, absolut. Alle, die eine gewisse Reichweite... Guckt euch das Phänomen RISO an, was der für eine ungeheure Möglichkeit... Ist übrigens auch, ich sag's bewusst, und vielleicht auch wieder provokativ, ist eben auch ein Moment, gerade am Beispiel RISO hat man's total gesehen, was die Politik ungeheuer unter Druck setzt. Und ihre Autorität, die wie gesagt ohnehin angeknackt ist, aus vielen Gründen, nochmal stark in Abrede stellt. Was nicht schlechtes ist. Nee, also ich finde es auch ganz erfrischend. Erfrischend ist für mich nicht der taugliche Begriff. Ich sag nur einfach, das Problem ist einfach viel grundsätzlicher. Das Problem ist eben, und das eine ist immer so interessant, deswegen ist das, Hans hat es ja zu Recht gesagt, es gibt diesen schönen Satz, ich nehm's auf, Habeck hat doch so schön jetzt auch einen schönen, seinen weichen Machtbegriff. Habeck wieder ein schönes, Macht kommt von Machen. So, da hat er recht. Ganz banal. Man muss... Oder mit Max Weber muss man sagen, Macht bedeutet in der klassischen Definition von Weber, du musst einen anderen, oder kannst mit Macht bedeutet, einen anderen zu einem Handeln veranlassen zu können. Das kann ein guter Politiker, und der Einzige übrigens, das fiel mir noch ein, weil diese Reihung von mir vollständig war, wenn wir nur die großen Kanzler uns angucken, Adenauer war auch ein ungeheurer Machtmensch. Der Einzige aber, den wir wirklich, und das muss man immer wieder betonen, den wir ausnehmen müssen, du wirst sofort auch an ihn denken, ist Willy Brandt. Willy Brandt war eine Verkörperung genau dessen, was du auch meintest. Die Überzeugung, und das hat ihn so zu einer ungeheuren Ausnahmefigur natürlich auch für die Sozialdemokratie gemacht, die absolute Glaubwürdigkeit ist eben auch vor dem Hintergrund, gerade vor einer Woche war es ein großer Kniefall, du hast es mitbekommen, nicht vor 50 Jahren in Warschau. Das wäre ein Symbol, meine ich. Aber das gibt es, aber das, jetzt finde ich nur das Interessante, das gibt es natürlich, die Leute müssen, und das finde ich, ist jetzt auch ein bisschen die Stoßrichtung gegen, nicht deine Generation, aber gegen die Jüngeren, gegen die Riesos. Man könnte den Satz von Habeck auch mal anders wenden. Macht kommt von machen. Ihr müsst halt auch machen. Und ich finde diese Partei, ja, ihr macht alles mögliche, das finde ich ja auch toll, ihr macht, du sitzt da und machst ein kluges Podcast und so weiter und alles mögliche, aber es muss natürlich auch in den Parteien, es muss diese Figur, die ihr für glaubhaft haltet, und du bist beispielsweise, du bist für viele Leute eine Identifikationsfigur, du könntest dir jetzt auch sagen, du bist klug, du bist eloquent, du kannst Leute erreichen, an euch alle ist die Frage gerichtet, du hast es am Anfang, bevor wir ja vorsparen, auch gefragt, ihr seid alle aufgefordert zu sagen, wir gestalten uns an dem Machen dieses Staates. Aber ich habe im Moment noch keine Partei, also ich würde mich... Du wirst ja nie eine finden, die dich, ja, du wirst, mir ging das, jedem von uns ging das so, wir wüssten... In welcher Partei bist du denn, Albrecht? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich war lange bei den Grünen, ich bin auch, wäre wahrscheinlich heute noch qua Überzeugung, ich könnte auch vieles dazu sagen, ich schätze die SPD trotzdem sehr, aber ich war lange bei den Grünen, ich bin aus den Grünen, bei den Grünen nur ausgetreten, weil ich Journalist wurde. So, ich bin von meiner Überzeugung, die, wie ihr merkt, eine zum Teil sehr konservative ist, durchaus links. Ich mache da gar keine Unterschiede, weil grünes Denken heute sehr bedeutet, Umverteilung zu leisten, gerade auch in ökologischer, in klimapolitischer Hinsicht, gerade was Emissionen anbelangt. Ich wäre heute immer noch bei den Grünen, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, das musst du nicht qua Parteibuch demonstrieren, aber von den Positionen, ohne dass ich jetzt, sag ich deutlich, ohne dass ich bei den Grünen, das ist ja immer euer Problem, so genau wüsste ich, manche Positionen wird man nie teilen, das sagen dann viele eurer Generationen, ich kann mich ja zu keiner Partei so richtig bekennen, das wird man auch nie so können, man muss auch bei Parteien immer Kompromisse machen, aber überhaupt zu sagen, ich gehe, das ist zum Beispiel ein ganz entscheidendes Phänomen zu der, ich will das nur so sagen, das letzte ist wirklich Theoretik, zur Ära Willy Brandt, weil das ist ein Riesenproblem. In der Ära Willy Brandts haben sich Leute, eine ganze Kohorte, eine Generation, aber auch die Älteren von Günter Grass etc., das Ganze, es gab ein sogenanntes Wahlkontor, das waren Leute, die haben extra gesagt, als Intellektuelle, ich stehe hinter diesem Mann und nicht nur hinter diesem Mann, sondern ich stehe hinter der SPD, die machten Partei und Wahlkampf für den. Heute sagt, wieso, ich bin nochmal spöttisch, zerstört die CDU, aber die Positionierung zu sagen, ja, ich stehe beispielsweise hinter den Grünen, läge doch bei dir wahnsinnig nah, du hast sicherlich auch in mancher Hinsicht so. Ich würde sowas aber nie aussprechen, also erstmal ab, also, nee, für dich ist kein Problem tatsächlich, also für mich finde ich, ist es kein Problem, wenn ich eine Partei hätte, würde ich das nicht aussprechen, weil ich würde so viele junge Menschen damit beeinflussen, ohne dass die sich ein eigenes Bild davon machen. Ich finde, fände das eher verantwortungslos, wenn ich jetzt sage, hallo Leute, ich bin in der Partei und also, weiß nicht, das dazu und dann hast du gerade was von Kompromissen gesagt und ja, ich glaube auch, wenn es jetzt zum Beispiel eine schwarz-grüne Koalition geben würde, dann wäre es so, dass die Grünen da auf jeden Fall aufweichen, in Kompromisse eingehen, aber wo, also wo gehen sie Kompromisse ein und das ist ja dann auch das Thema und in wie weit gehen sie Kompromisse ein und in wie weit bleiben sie noch das, was sie mal waren oder gesagt haben zu sein, also Kompromisse, ja, aber bis zu welchem Punkt und wo und wenn du dann sagst, ja deine Generation, ja meine Generation möchte auch noch, dass die nächsten Generationen leben und dann geht es ja wieder um das Zukunftsthema und das Zukunftsthema ist ja das Thema, was, wo die Grünen die ganze Zeit sagen, ja, wir sind für euch da, wir sind für euch da, nur da bin ich mir nicht sicher, wie soll das funktionieren und in wie weit kann man da Kompromisse eingehen und trotzdem noch dafür da sein. Das ist der entscheidende Punkt übrigens, Albrecht. Ja, aber jetzt, jetzt trinkst du an. Genau, du übernimmst ja, du übernimmst ja, du trinke mal, so, jetzt, ja, aber das ist in keinster Weise, das ist eben in keinster Weise der entscheidende Punkt, um diese schöne Begrifflichkeit aufzunehmen, weil, und das ist die Einsicht erstmal, glaube ich, die man haben muss oder auch die Bescheidenheit, du wirst in einem Land wie dem unsrigen, bei dem ich unterstelle, dass die Grünen vielleicht, ich sag's mal, ich wage mich, ich lehne mich heute weit aus dem Fenster, bei einer guten, ihr habt ja meinen Favoriten gehört, bei einer guten CDU-Kandidatur, dem man, der vielleicht am meisten Prozente kriegen wird, würde ich sagen, die Grünen wären schon stark, wenn sie 20, sehr stark, sag ich mal, glaube ich, sie wären sehr stark, wenn sie mit 20 Prozent in einer Regierung, ob unter Söder aber jedenfalls Schwarz-Grün einziehen würden, das wiese aber immer noch, sie wären der kleinere Koalitionspartner und das bedeutet im Zweifel, ich kann dir zum Beispiel sogar ganz genau sagen, auf welchem Feld, knallharte Kompromisse, ich will es dir am Beispiel der Jamaika-Koalition verdeutlichen, was haben die Grünen machen müssen, deswegen, das wird für die Grünen knallhart, die Grünen mussten im Fall der Jamaika-Koalition sich knallhart entscheiden, in der Frage, sind wir für eine Aufnahme der Flüchtlinge, denn damals gab es schon die Lager in der griechischen Grenze, oder sind wir für eine entschiedene Klimapolitik und da weiß ich, dass viele der Grünen, übrigens ob Frauen oder Männer, egal, geheult haben, weil sie Konzessionen an die CDU machen mussten und sagen mussten, wir nehmen diesen Minimalprozentsatz von tausend Leuten, Hans hat die Zahl genannt, das war eine ganz kleine Zahl von ich glaube tausend, die können wir reinnehmen, alle anderen müssen da bleiben, weil wir sonst unsere Umweltpolitik nicht durchsetzen müssen, das ist die brutale Wirklichkeit, aber so ist Politik, die Problematik ist nur, wenn du dich raushältst, dann wirst du dabei saubere Hände behalten, du wirst genau wie Thilo immer gegen die Politik schießen können und sagen mal, ich stelle mir das alles wunderbar schön vor, du wirst dich aber nicht in die Bredouille geben, dass das genau leider Politik in einem Land, wo die Mehrheitsverhältnisse nicht die deinen sind, sein wird, das ist das Problem, das ist die Brutalität von Politik und da kann man sagen, ich bin dann raus, da bleibe ich sauber, das ist die Position übrigens immer der Linkspartei gewesen, die damit wunderbar fährt, das ist auch kein Thema. Das war auch die Position der Apo, die nicht unerfolgreich war. Ja, das ist ja richtig, aber die Apo, bloß die Linkspartei steht bei 10% und wenn sie die mal kriegt, so die Apo hat ja dann interessanterweise, das ist das Interessante, aus den Apo ist die grüne Partei vor herausgegangen, die haben ein Grund, das ist eine Entwicklung, die Apo hat lernen müssen, dass diese Bundesrepublik eben nicht die schlechteste ist, die wir je hatten, sondern die musste eines Tages Politik machen, die hat diese Politik gemacht und sie hat mit der grünen Partei, wie ich meine, das Land nicht zum schlechteren verändert. Und die Apo ist dann auch nicht in die SPD oder CDU gegangen, in hohem Maße, in ungeheurer Zahlen, Thilo, unterhalb der Grünen. Ja. Ja, ist doch richtig. Also das wäre ja auch eine Option. Du hast dir recht, du hast dir recht. Darf ich kurz aussagen? Ja, bitte. Es gibt ja auch Menschen, die die Politik verfolgen, die politisch interessiert sind, ob nun Luisa als Influencerin oder ganz normale Leute, die einen Job haben oder was anderes machen, die sehen, ja, wenn ich da mit meiner Überzeugung reingehe. Hast du gerade gesagt, Leute, die einen Job haben? Die einen anderen Job haben, außer von Politik. Entschuldigung? I blame it on the vodka. Du kannst alle, genau, du hast die Entschuldigung für alle. Das ist richtig. Die sehen dann einfach nur, wenn ich mit meiner Haltung und ich, keine Ahnung, ich bin doch radikaler Klimaschützer, wenn ich da hochkommen will und das entscheiden will in Landesregierungen oder Landesparlamenten oder Bundesparlamenten, dann muss ich mich anpassen und dann werde ich geschliffen, wie sagte Precht so schön, dann wirst du am Ende, aus einem Diamanten wird dann irgendwas anderes. Ich komme jetzt nicht auf die... Der Beruf heißt aber Diamantenschleifer. Ach so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Du musst dich dann so sehr anpassen mit deinen Haltungen und deinen inhaltlichen Punkten, dass du am Ende so wie jeder andere bist und austauschbar. Das ist die Frage. Das ist es eben. Das ist wirklich die große Frage. Wir haben das Beispiel Willy Brandt gebracht. Wir könnten viele andere überzeugende und beeindruckende Politiker bringen. Die sind nicht alle rund geschliffen worden. Und das ist eben die große, meines Erachtens der große Fehlschuss. Aber ich gebe dir in einem Punkt vollkommen recht. Ich will das aufnehmen. Natürlich, und die Frage wird ja aufkommen, ist dort Platz für eine weitere Klimaliste? Ich sage leider, nicht mal leider, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, im Sinne der Grünen sage ich vielleicht nicht schlecht, es wird aber kein Platz da sein. Die Grünen werden das Öko-Thema so lange besetzen, dass diese Vorstellung, man macht da eine andere Partei, ziemlich ausgeschlossen ist. Die werden erst gefährlich für die Grünen, wenn sie in der Regierung sind und nicht das machen. Dann warte ich auf Luisa. Wir machen ja nochmal hier so ein Röntgen. Dann warte ich auf die Rezos. Jetzt sage ich, und jetzt kommt für mich der, ich wiederhole es nicht. Nein, 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 nein. Ich sage es. Impliziert gilt auch. Du kannst schon so. Es ist nämlich so, und das ist der einige Krux, und das geht nicht gegen dich. Es geht nicht gegen dich. Partei zu werden, ist so anstrengend. ist so kollektivistisch, ist so, und zwar immer mit Kompromissen. Jetzt schon im Gründungsprozess, guckt euch mal, ich gebe das nur mal als, Hans war vielleicht beobachtend sogar dabei, die Bilder der 70er Jahre an, als die ganzen K-Gruppen, diese K-Gruppen waren alles Sektierer-Parteien, die aus der APO erwachsen sind. Der ganze Formalismus, das ist der ganzen, sag ich mal, eurer Generation, das verstehe ich übrigens auch, die wie du Unabhängigkeit, ihr könnt unabhängig so viel beeinflussen. Warum sollte Rezo sich die Mühe unterziehen, zu sagen, weißt du was, ich werde jetzt ein kleines Licht in der Partei. Das ist für eure Führungsfiguren, die ihr medial so viel schaffen könnt, sowas von unattraktiv. Diesen, wie heißt das schön, nicht mal eine Ochsen-Tour, das ist mit Stimmzetteln, sich als einer von wenigen zu machen, das wird eure, jedenfalls die Lichter, die haben da gar kein Interesse daran. Das verstehe ich übrigens auch. Aber es ist ein Jammer, weil damit natürlich der Weg in die Parteien für vielleicht die besten, interessantesten Leute gar nicht attraktiv ist. Das macht man anders. Du bist natürlich politisch hochrelevant, wie deine ganze umrandende Corona, die Corona, die Licht, aber das ist ein Problem für die Parteien, weil die Tour in Parteien so ungeheuer anstrengend ist. Es gibt so ein schönes Zitat, das an der Stelle wirklich erwähnt, da sagte mal einer, also wisst ihr was, warum, was ein Politiker sein bedeutet, du musst von sieben Tagen in der Woche an fünfen Bier mit Leuten trinken, mit dem du im Zweifel sonst nicht eine Stunde oder eine Viertelstunde zusammenstehen wolltest. So ist das. Du musst raus, das ist, und das ist eine Ochsen-Tour. Und ich sehe, ich sehe das gerade bei den Leuten, die es bei euch ganz anders machen können, die Bereitschaft muss man erst mal aufbringen. Aber ist das nicht auch etwas, was sich, also dieses Rausgehen, da meinst du ja wirklich unterwegs zu sein, an den Leuten ran sein, oder? Also meinst du nicht, dass sich das auch in den nächsten Jahren durch die Digitalisierung, dadurch, dass sich jetzt alle PolitikerInnen die Reichweite auf Instagram und anderen sozialen Medien aufbauen, das wird sich verändern. Da gehe ich ganz stark von aus. Und das sehen ja Markus Söder, Christian Lindner, all die, die ihre Social Media Teams jetzt so krass aufstocken, die wissen, dass sie das brauchen, um in den nächsten Wahlen einfach präsent zu sein. Und ich meine, wir reden jetzt davon, dass die junge Generation, wer immer das sein soll, sagen wir mal Beispiel Luisa, ist es so schlau, in die Grünen einzutreten oder bei den Linken? Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, wir sind ja, der Staat funktioniert ja auch anders, Luisa könnte ja auch sagen, ich stelle mich in meinem Wahlkreis als unabhängige Kandidatin auf und könnte sich wählen lassen, wenn sie einen guten Wahlkampf macht, da braucht sie gar keine Parteien. Also immer so zu tun, das implizierst du ja, die ganzen Influencer und InfluencerInnen sollen einfach in die Parteien gehen, die sie mögen, nee, sie können theoretisch auch ihr eigenes Ding fahren, weil sie die Reichweite haben und weil sie die Leute mit ihren eigenen Inhalten, die dann nicht automatisch die gleichen sind, wie die Partei, der sie angehören, weil dann würde Luisa automatisch irgendwelche grüne Politik verteidigen müssen, die sie vielleicht gar nicht gut findet, den Weg gibt es ja auch. Den gibt es in der Tat, da bist du alleine, da bist du alleine in einem Parlament ohne Fraktionsstatus, bist du ein Marco Bülow, der sich dann irgendwann, so, ja, das muss man sich ja bewusst machen. Jetzt machst du wieder ein Strohmann auf, dass Luisa die Einzige wäre, die in einem Wahlkreis antritt. Nein, ich rede ja davon, ich rede ja davon in zehn Jahren. Lass mal in zehn Jahren sie genauso viele Reichweite, Follower haben, wie die gesamte grüne Partei. Da wäre sie doch, das wäre doch dumm, quasi dann Teil einer Partei zu werden, wenn man das selber sich treu bleiben kann und trotzdem im Parlament Teil der Sache ist. Wie 50 oder 100 oder 500 andere, die sich aufstellen. Das ist ja nicht falsch, aber jetzt lass dir Folgendes doch mal auch durch den Kopf gehen. Was hat sie davon, wenn sie alleine, das ist doch der Witz. Wie viel kann ich denn erreichen? Was kannst du erreichen? Eine Partei ist eine Zusammensetzung. Ja, alleine im Bundestag nichts, aber wenn 100 andere oder 500 andere das aufmachen, dann ist jeder individuell, das ist aber der Punkt. Wenn Ruiso in Dortmund antritt. Ja, aber wir haben doch eine Partei, wir haben doch nicht ohne Grund eine Parteiendemokratie und Parteiendemokratie bedeutet, das ist auch... Im Bundestag, im Grunde steht nicht dran, dass nur Parteien in den Bundestag einzigen können. Nein, das steht ja nicht drin, aber ich wüsste noch nicht mal, das ist aber... Sie können als Direktkandidatin antreten. Ich auch, Hans auch, du auch. Das weiß ich nicht mal, das bin doch nicht mal ganz sicher, ehrlich gesagt. Natürlich. Ob es auf Bundesebene, ja meinetwegen auch das, aber es gibt gute Gründe, deswegen muss ich das doch bewusst machen. Es gibt ja auch da übrigens eine gestandene Bundesverfassungsgerechtsprechung. Leibholz und alle die großen Verfassungstheoretiker, die gesagt haben, die Parteien, ich will nicht sagen, sind schlechthin konstituierend, aber sie haben für unsere Demokratie eine ungeheure Bedeutung, auch übrigens in der Machtfrage und das finde ich noch viel relevanter. Das will ich doch gar nicht absprechen, aber sie haben nicht die einzige... Nein, aber Thilo, lass dir doch bewusst machen, was will sie denn im Bundestag machen? Sie muss doch, du hast die Frage ja selber aufgeworfen. Viel, was möchte ich im Bundestag... Also letztendlich, wenn ich im Bundestag wäre, würde ich ja gerne was durchsetzen oder etwas verändern. Genau, das war ja sogar deine und da brauchst du, jetzt sag ich es mal, als überzeugende Person, die du bist, brauchst du mehr als dich selbst. Du brauchst eine Partei. Das ist doch der Witz. Du brauchst letztlich eine Partei, um deinen Willen in einer Partei zum Mehrheitswillen zu machen, damit die Partei mit ihrem Fraktionsstatus dich überhaupt nur reden lässt. Guck doch mal Frau Petry an. Die sitzt da allein im Bundestag, das arme Würstchen, so und hat überhaupt... Aber nach der Logik Albrecht hat Frau Baerbock auch keine Macht. Die ist in der Opposition und kann auch nichts ändern. Sie hat eine Menge Macht. Sie wird auch nicht mehr lange in der Opposition sitzen. Sie weiß ganz genau, warum sie in die Grünen gegangen ist. Sie weiß auch, warum sie Parteivorsitzende geworden ist und sie hat die Partei auf ihre Linie hinter sich gebracht und das ist die Kunst des guten Politikers. Ja, aber das ist doch der Witz. Du brauchst... Und das ist eigentlich der springende Punkt, nicht mal der entscheidende. Du brauchst in jeder Hinsicht Mehrheiten. Das meine ich nur. Du brauchst Mehrheiten. Entschuldige, Thilo. Wir trinken ja noch gemeinsam. Du brauchst Mehrheiten. Die musst du erst in der Partei organisieren, dann musst du sie anschließend in der Bevölkerung organisieren und dann kannst du in dem Land was wuppen. Ja, und Luisa könnte in ihrem Wahlkreis eine Mehrheit organisieren, dass sie gewählt wird und dann ist sie die Vertreterin in ihrem Wahlkreis und wie hundert andere auch. Aber dann bleibt sie doch trotzdem alleine. Sie bliebe erst mal alleine. Ja, du kannst das ja so sehen. Was sagt denn Luisa selbst dazu? Das ist jetzt nur so eine Diskussion. Die könnt ihr ja noch mal später austragen dann erst mal, oder? Wir können das alles später. Wir freuen uns, wenn du am Tisch bist. Es wird ja jetzt erst mal nicht der Fall sein. Nächstes Jahr, so wollten wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie nächstes Jahr das so ausgehen könnte oder sind wir jetzt schon zu weit? Wir haben das Thema noch. Wir können noch gerne fortsetzen, wenn du das nennst. Das ist jetzt dann Thilos Part. Jetzt kann Thilo seine Konstellation... Ja, wir sind schon längst drin. Wir sind eigentlich auch voll drin. Ja, würde ich auch. Gut, dann stellen wir fest, wir haben einen schleichenden, einen eleganten, schleichenden Übergang. Nicht Exit, sondern Übergang. Thilo. Jetzt will ich schon fast vergessen, was mein Thema war. Wie halten wir es mit der CDU? Ach so. Ist die CDU der Hort des Bösen und des Reaktionären in diesem Land? Ja, das kann passieren. Also ich meine, lass Friedrich Merz jetzt Parteivorsitzender werden. Ich meine, es gibt jetzt keine seriöse Voraussage, wer das jetzt wird. Und Friedrich Merz tut seit Monaten das, was zum Beispiel rechte CDUler in Sachsen-Anhalt sich wünschen. er sympathisiert mit der AfD und dementsprechend fände ich es schwierig, wenn die CDU natürlich unter Friedrich Merz wieder in der Regierung kommt. Und das ist ja Stand jetzt so oder so wahrscheinlich, ob sie jetzt mit der SPD koalieren, ob sie mit den Grünen koalieren. Die Grünen haben ja schon deutlich gemacht, ist ihnen egal, wer der CDU-Vorsitzende ist und Kanzlerkandidat, sie gehen so oder so mit der CDU zusammen, wenn sie es können oder wenn sie es müssen. Wofür Habeck ja sagt, er würde am liebsten mit der SPD regieren, was natürlich ein totales Hingespinst ist. Er sagt das ja nur, damit er nicht sagen muss, ich will nicht mit Rot-Rot-Grün und dementsprechend das, was er als Zwang bezeichnet, mit der CDU zu koalieren, das ist ja eigentlich das Ziel der Grünen. Und mir macht nur Sorgen, wenn es zu Schwarz-Grün kommt, unter einem Kanzler Merz, dann werden wir uns ganz, ganz schnell Frau Merkel zurückwünschen. Und wir haben am Beispiel von Thüringen dieses Jahr gesehen, dass die CDU mit der AfD liebäugelt. Wir sehen das aktuell in Sachsen-Anhalt, dass Teile der CDU mit der AfD liebäugeln. Ich glaube nicht, dass die aktuelle CDU beziehungsweise die, die im nächsten Jahr in den Bundestag landet, mit der AfD liebäugeln würde. Aber dieses Problem, dass wir jetzt keine Entwicklung in der Parteilandschaft sehen, dass wir progressive Politik erleben könnten, also mehr Klima, also endlich mal Klimaschutz, sozial Schwache aus ihrer Situation holen, ein anderes ökonomisches System etablieren oder helfen in Europa oder global das zu ändern, das sehe ich natürlich mit Friedrich Merz nicht. Er ist ja der Inbegriff, die Personalisierung aller, ich würde mal sagen, globalen Probleme. Kapitalismus, diese Art von Kapitalismus, Fremdfeindlichkeit, wir haben es zum Beispiel von Moria erlebt und das macht mir Sorgen. Frauen ist er jetzt auch manchmal nicht so gut gesandt. Ja, Minderheiten hat er an sich ein großes Problem mit, nicht nur, Frauen sind ja keine Minderheiten, aber auch mit Schwulen hat er ein Problem, mit Flüchtlingen sowieso. Das macht mir am meisten Sorgen, dass wir quasi nach Merkel und das erinnert mich jetzt spontan an Obama, dass wir quasi nach Obama Trump bekommen haben. Wir haben jetzt quasi nicht die, das ist nicht so radikal mit Merkel und Merz, aber wir würden auch einen gewissen Rückfall haben, würde ich sagen. Ich habe eine Frage, bevor du loslegst, weil du vorauseilender Gehorsam für die Albrecht. Es stehen ja immer noch tatsächlich dann Laschet, Merz und Röttgen zuweil. Ich hatte jetzt noch so einen ganz anderen Namen auf der Liste und wollte mal fragen, was ihr dazu sagt oder ob das überhaupt möglich wäre. Bevor es Merz wird, was wäre denn mit Ralf Brinkhaus? Wer? Nein, der ist gut. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde Ralf Brinkhaus nach den letzten Aufstellungen, das ist aber keinerlei ernsthafte Überlegung, das sage ich auch dazu. Ich wollte es einfach mal reinwerfen. Ich sage mal ganz ehrlich, das ist der Mann, der in meiner Wahrnehmung, in seinen Bundestagsreden, ich weiß nicht, du kennst ihn ja anscheinend auch dann oder hast die Reden verfolgt, der mir ungemein imponiert hat, das muss ich wirklich sagen und da würde ich auch sagen, anscheinend haben wir das gleiche Grundgefühl, sonst würdest du ja vielleicht nicht fragen, bei dem ich den Eindruck habe, dass auch eine Überzeugung dahinter steht, sage ich ganz ehrlich. Ich fand den Mann echt beeindruckend. Ich glaube, der kämpft übrigens interessanterweise auch sehr deshalb, das hat auch wieder mit Macht zu tun, aber er hat einfach ein großes Redevermögen auch, ich habe das davor nicht so wahrgenommen, er hat echt überzeugend, für mich in beiden, den beiden letzten Reden absolut überzeugend, vor allem die vorletzte Rede, völlig frei, die Krise stark beschreibend, ich könnte das gar nicht wiedergeben, aber ungemein stark geredet, aber da darfst du auch nicht unterschätzen, es geht auch darum, eine Machtfrage. Er hat nämlich Angst, dass er mit der nächsten Regierung seinen Fraktionsvorsitzposten an Jens Spahn verlieren wird, das darf man interessanterweise auch nicht vergessen, aber ich finde den Hoch beeindruckt, den Mann, ich muss sagen, der hat ungemeiner Statur gewonnen, er hat das Parlament stark vertreten, er hat ja auch dann gegen die Regierungspolitik sich getraut, wieder vehement, diesmal sogar gegen Merkel und die Tatsache der Entparlamentarisierung zu schießen, zu sagen, also wir müssen hier mehr beteiligt sind, er hat auch die Umlagefrage und die Finanzierungsfrage angesprochen und ich nehme dem Mann ein gewisses Ethos ab, das muss ich ehrlich sagen, aber der kommt aber nicht als, der kann nicht als Kanzlerkandidat noch in Betracht kommen, das weiß er auch ganz genau, dafür ist er viel zu unbekannt, das Rennen wird von diesen drei unter sich ausgemacht, da bin ich ganz sicher, es kommt auch kein Jens Spahn, weil die Frage, ich hatte eigentlich mit der Frage gerechnet, Jens Spahn kommt auch nicht mehr ins Rennen, kann gar nicht, weil Jens Spahn, erstens glaube ich, dass Jens Spahn auch in seiner Wählbarkeit noch sehr überschätzt wird, der ist jetzt eine Projektionsfläche, weil die anderen drei offensichtlich nicht hinreichend taugen für die CDU und Spahn hat das Riesenproblem, er hat sich zum Team Laschet gemacht, er ist jetzt Teil des Teams Laschet, Laschet wäre erledigt, da muss man immer sehen, der ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wenn der jetzt sagen würde, ich ziehe für Jens Spahn zurück, ist sein Nimbus als der stärkste Ministerpräsident erledigt und der müsste zurückziehen, damit Spahn überhaupt an die Spitze kommen kann, weil sonst gelte er quasi als Königsmörder, der hat keine Möglichkeit, da rauszukommen und ich glaube, Spahn weiß das auch und kann damit auch gut leben, Spahn ist so jung, der hat so viel Zeit, der muss immer noch seine Beliebtheitswerte steigern, nein, es geht um diese drei und wenn ich jetzt direkt auf deine Sache eingehen darf, du müsstest eigentlich, jetzt drehe ich den Ball mal um, du müsstest eigentlich von deiner Logik her auf Friedrich Merz hoffen, denn es gibt nur zwei Parteien, die sehr auf Friedrich Merz hoffen, weil sie darin ihre letzte Chance sehen, das sind die Grünen und die SPD, das ist der eigentliche Witz und das ist auch meine Wahrnehmung und deswegen ist die CDU mit dem Klammerbeutel gepudert, wäre es, wenn sie Friedrich Merz wirklich aufstellen würde, die CDU ringt flehendlich darum, dass dieser Mann es nicht wird, die würde auch weit mehr und besser mit Herrn Röttgen leben können, der dann also Söder zum Kanzlerkandidat, hat er ja schon gesagt, machen würde, weil Friedrich Merz, ich gebe dir ja recht, er würde ob seiner Antiquiertheit das Land derartig polarisieren, er würde einen großen Teil der Mitte, dich zum Beispiel, deine ganze Community, Feministin, ja ist doch so, Frauen, die angehen, würde er mit seiner reaktionären Art und Weise, seine Schwulenäußerung, auch übrigens die Tatsache, genau wie du sagst, er ist der Inbegriff des Neoliberalismus, er ist die Verkörperung der Symbiose von Staatsmacht und Finanzkapital, seine ganzen Blackrock-Positionierung, das wäre auch übrigens eine absolute Identifikationsfigur für die AfD, um zu sagen, seht ihr, jetzt steht hier gewissermaßen dieses Kapital an der Macht, ich halte ihn damit auch, da sage ich, da gebe ich dir vollkommen recht, ich halte ihn auch für eine Gefahr in der Hinsicht, er ist auch ein Abschied von einer klassischen christdemokratischen Politik, das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun, was Friedrich Merz verkörpert. Deswegen glaube ich, ist das eine Riesengefahr auch für die CDU, weil sie damit viele, viele Wähler in der Mitte, und das ist übrigens die einzige Hoffnung, die übrigens Olaf Scholz noch für meinen Verständnis hat, eine ein Stück weit der seriösen, braven Merkel-Wählerinnen in Richtung SPD verlieren würde, Olaf Scholz könnte dadurch ein Stück weit profitieren, und es würden natürlich viele der Merkel-Wählerinnen, die aus grünem Empfinden, aus liberalem Empfinden, von den Grünen zu Merkel und zur Union gegangen sind, die würden Richtung Habeck wandern. Also, will sagen, Merz wäre vielleicht die letzte Chance, in deiner Richtung, Thilo, vielleicht sogar noch sowas wie Rot-Rot-Grün zu Wege zu bringen, weil der ließe die CDU mächtig schrumpfen, und der könnte erhebliche Wähler und Wählerinnen zu SPD und Grünen treiben. Damit musst du dir, glaube ich, gar keine so große Sorge machen, dass Merz der Kanzler der AfD würde. Und er wird es übrigens auch nicht. Das ist meine Prognose. Ich wollte aber nur, es wäre ja schlimm, wenn Friedrich Merz es werden würde. Ich halte einfach nur diese Logik, die du ja gerade wieder wiederholt hast, dass Merz gut wäre für alle anderen Links von der CDU, also SPD, Linke, Grüne, das halte ich für eine gefährliche Logik, weil die in anderen europäischen Ländern, auch in Amerika, nicht eingetroffen ist. Also diese automatische, der ist ja so weit rechts und so neoliberal, dass alle anderen Links davon profitieren würden. Das halte ich für nicht ausgemacht. Ich halte das, das ist natürlich naheliegend, aber wir wissen nicht, ob das so ist. Es könnte ja auch genau das Gegenteil sein. Da ist endlich mal einer, der für seine Meinung einsteht, der klare Kante ist. Das kann ins genaue Gegenteil sich wenden. Hast du völlig recht. Ich kriege bloß von vielen mit, ich kriege bloß von vielen mit, gerade würde mich auch sehr deine Meinung. Ja, aber wir leben in einer Blase. Ja, nein, aber ich kriege auch von, gerade von denen außerhalb der Blase mit, jungen Frauen beispielsweise, die sehen diesen Mann, die sehen Friedrich Merz, wir würden mich interessieren, wie deine Community das wahrnehmen. Die sehen ihn und sagen, das ist ja eine Erscheinung, nicht gleich aus dem 19. Jahrhundert, aber der kommt mir ja vor, der redet ja in einer Weise, wie wir das seit 20 Jahren nicht mehr gewohnt sind. Also, der Merz wird also als wirklich reaktionär zum Teil wahrgenommen. Und ich frage mich, hast du den Eindruck, dass der bei deinen Leuten wählbar wäre? Ja, pass auf, wir hatten letztens die Situation, da war er, glaube ich, war er bei Anne Will, ich weiß nicht irgendwo. mit Baerbock, mit Baerbock. Genau, mit Baerbock die Situation, die habe ich dann bei mir hochgeladen, weil ich, wollte ich einfach mal zum Ausdruck bringen, finde ich nicht cool und gendern sollte man dann vielleicht auch noch. Und die Reaktion war tatsächlich sehr spannend, denn es haben sehr, sehr viele Frauen geschrieben, so schlecht ist er doch gar nicht. Und er sagt endlich mal seine Meinung und er steht da, das, was Thilo gerade gesagt hat, war, ich kann ja nicht sagen, ob es genau die Hälfte war, aber ich war überrascht darüber, was tatsächlich diskutiert wurde unter diesem Video oder wie. Ist natürlich total legitim, da darf ja auch jeder und jede seine Meinung haben, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich doch so pro März beziehungsweise so Sympathien für März da sind. Wundert mich nicht. Ich zitiere mich mal selbst, wir Menschen brauchen Sicherheit und Sicherheitsversprechen. Und das ist eine Dimension, die liegt ein Stück weit quer zu kulturellen und politischen Einschätzungen. im Zweifelsfall setzt sich in unsicheren Zeiten das Sicherheitsbedürfnis durch. Und Friedrich Merz ist, weil er so ist, wie er ist, weil er eigentlich ein Typ mindestens des letzten Jahrhunderts ist, er ist ein Stück weit für konservative Menschen und die gibt es in allen Generationen, vielleicht sogar bei Frauen in eigenartiger Weise manchmal besonders ausgeprägt. Ich weiß es nicht, aber es kann sein. Für die ist Merz auf eine eigenartige Weise eine Art Sicherheitsversprechen, mit denen du hast das eben angedeutet. Der steht wenigstens dazu, der ist klar, da habe ich nicht das Gefühl, das mag mir zwar vielleicht nicht alles passen, was er sagt, aber der ist wenigstens echt, der steht für seine, das sind alles Sicherheitsbeschreibungen. Deswegen kann ich mir vorstellen, so wie auch Trump. Die Parallele ist das. Trump hat bei konservativen Frauen Sicherheitsbedürfnisse erfüllt. Und deswegen wundert mich das nicht, dass es wenigstens einen relevanten Anteil gibt, auch von jüngeren Frauen, für die dieses Sicherheitsversprechen, ich weiß jetzt kein besseres Wort, dass sie bei Merz irgendwie eher sehen, als bei anderen. Dass das vielleicht viel mehr wiegt, als kulturelle sagen, eigentlich passt der, eigentlich ist das doch ein schmieriger Typ oder so, oder was ist das denn? Politisch. Das ist ein reaktionär. Ja, ich glaube Hans, das sind so Werte, das sind einfach so bestimmte Werte, die dann vielleicht auch gerade wieder besonders dieses Jahr dann irgendwie herausstechen, so weißt du, und man dann sagt, ey, der Typ, bei dem habe ich das Gefühl, der setzt das auch wirklich um, was er hier die ganze Zeit sagt. Klare Kante, was du gesagt hast. Das ist interessant. Er verkörpert ja quasi natürliche Autorität. Ja, das weiß ich nicht. Ja, also wenn er eines verkörpert, auf eine reaktionäre Weise, verkörpert er wie kein anderer in der CDU, Autorität. Ey, mach das so, wie es sein soll. Und das wird Leute ansprechen. Du musst den Unterschied machen zwischen Autorität, du meinst eher das Autoritäre. Ja, ja. Und das ist ein Unterschied. Ich sehe, dass er das Autoritäre verkörpert, auch das, man könnte es böse sagen, auch das Chauvinistische ein Stück weit. Ja, ja. Das ist ja evident, das Schwulenfeindliche, manch anderes noch. So, all das ist da, und du hast auch da in gewisser Weise recht, weil das Autoritäre, man darf ja die Nähe zur Autorität nicht verkennen. Also manche Leute machen den Kurzschluss. Der tritt autoritär auf, ah, das ist eine gewisse Autorität. Das Interessante ist nur, und deswegen, ich finde deswegen die Überlegung echt interessant, Tito, die du aufgeworfen hast. Ich bin ja auch sehr schnell bei der Meinung gewesen, okay, der treibt die Wählerinnen und Wähler eher den anderen Parteien zu. Das ist echt eine, das ist eine riskante, naheliegend ist es, klar. Der hat eine riskante Rechnung. Vielleicht polarisiert er aber auch nur. Wie bitte? Er polarisiert und treibt auf der einen Seite die Wähler dazu, das stimmt. Wenn aber in der Unterströmung er diejenigen, die eben zur Sprache kommen, bestärkt als Orientierungsfigur, dann kommt es drauf an, wie sieht das in der Bilanzierung aus. Ja, natürlich, und Trump muss man auch dazu sagen, es geht auch um die Frage, wen holt der möglicherweise an Nichtwählern wieder in die Wahluhren. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn er auch so viele in seine Richtung aktivieren kann, dann ist das ein Riesenfund. Nur mit der Sicherheitskategorie, da finde ich doch eine Frage ungemein spannend. Die Sicherheits-, die Figur der Sicherheitsgewährleistung konnte er natürlich auch mit deinen Kriterien in diesem Jahr überhaupt nicht sein, weil er gar keine Politik gemacht hat. Der Mann ist ja zwölf Jahre raus. Das heißt, und nochmal Söder ins Spiel bringend, Söder hat diese Sicherheitskomponente offensichtlich dieses Jahr für viele Leute, ob wir das nur als Performance-Effekt werten oder als echten Politikeffekt oder Macher-Effekt, er hat sie zumindest personifiziert. Da hast du recht. Er hat diese Leute quasi angezogen. Die eigentliche Wette ist jetzt die, und das macht es immer so spannend, Merz, das ist ja der Punkt, warum viele ihn fürchten, Merz wird, wenn er CDU-Vorsitzender ist, dezidiert Kanzler werden wollen. Da gibt es gar kein Vertun. Wenn der Merz Kanzlerkandidat, dann ist er Kanzlerkandidat. Und das wissen die Leute in der CDU. Die fürchten diesen Moment ja auch, weil dann ist er durch. Bei allen anderen, meine Prognose wäre sogar so, der Laschet wird am Ende sagen, ich nehme das an, damit er nicht gänzlich verliert, wird er sagen, ich will gerne Parteivorsitzender werden, aber ich werde nicht Kanzlerkandidat. Ich ziehe zugunsten eines Stärkeren eben für Markus Söder zurück. Wenn die Werte bleiben, dann ziehe ich zurück. Wenn es aber Merz wird, dann gibt es dann diese knallharte Wette, und das wissen wir nicht, da hat Thilo vollkommen recht, verkörpert der auch die Sicherheit, so wie es momentan offensichtlich der Söder tut? Oder ist er eben nur Polarisierer und treibt er zum Beispiel die Leute, das so hofft ja ein Scholz, ich weiß ja doch, wie die SPD rechnet. Die SPD sagt sich, ich bin doch jetzt eigentlich die wirkliche Verkörperung für Angela Merkel. Wenn einer jetzt, guckt euch mal an, wie der Scholz durch die Gegend läuft, der dackelt mal salopp gesagt, immer nur hinter Merkel her und hofft, also wenn es dann um die Seriösitätskarte geht, wenn Merkel erst mal weg ist, das ist die einzige Hoffnung, die die SPD noch hat, dann sagt sie sich immer, oh, wenn Merkel erst weg ist, dann wacht das Land auf, und dann denken sie alle, jetzt macht es der Olaf, der ist auch ein seriöser Typ. Da habe ich allergrößte Zweifel. Ich sehe nicht, dass die SPD nur irgendwo wächst, aber es kann dann in der, und das ist die Hoffnung, die Kletzdorfen, es könnte in dem Abgleich März gegen Scholz vielleicht doch das Gefühl geben, oh, der Scholz ist zwar eine Trantüte und nun wahrlich kein Mann, der uns irgendwie nur leidenschaftlich mitreißt, aber er hat es ja ganz solide gemacht, bleiben wir doch bei der SPD. Aber was sagt ihr denn jetzt, wer jetzt... Hilary Scholz hat ja auch funktioniert. Ja, das ist wahr. Hilary Scholz. Ich möchte mal darauf hinweisen, es ist ja gar nicht ausgemachte Sache, Alles gut. Sorry, es ist gar nicht ausgemachte Sache, dass Söder es werden will. Jeder glaubt das gerade, aber das wissen wir auch nicht. Also da sage ich auch, du musst dir vorstellen, wo kommt der Mann her? Der Mann ist mit Söder, ist über Jahre mit Strauß... Vom Bayerischen Rundfunk. Ja, auch, auch, auch. Clever, deswegen weißt du auch, wie er mit den Medien umzugehen hat. Der Mann ist über Jahre mit Strauß, das ist seine Geschichte, mit Strauß über dem Bett zu Bette gegangen. Der hatte ein Riesen-Strauß-Bild über dem Bett hängen. Da muss man sich mal vorstellen, erstens ist der Mann sowieso in diesem Jahr total über die Landespolitik rausgewachsen. Der macht Bundespolitik seit einem Jahr. Der hat da Blut geleckt. Und die Vorstellung, dass ein CSU-Parteivorsitzender das erreichen kann, was weder Franz Josef Strauß, sein großes Vorbild, noch Stäuber erreicht haben, bei dem er groß wurde, als sein Zögling, dass das ein Machtpolitiker wie Söder dann nicht wollen soll, ist für mich absurd. Ich glaube auch. Der muss sich biografisch fragen lassen, warum hast du da nicht zugegriffen? Denn das ist ja die Ausgangsfrau. Jeder Kandidat der CDU, CSU muss unter normalen Voraussetzungen Kanzler werden. Deswegen muss der Söder das wollen. Das halte ich nicht für ab, wegen ich das ausgeschehen. Und dann, weil er jetzt ja ein Feminist geworden ist, wo Braunko ist, dann holte sich noch Doro Bär. Ja, die hat er doch längst, klar. Oh Gott. Ja, aber so, oder? Natürlich. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so macht. Natürlich, natürlich. Aber da sind wir jetzt schon sehr tief in der Kaffeesatzleserei. Eben. Das ist, aber in der Tat, also weil du sagtest Strauß, Strauß hat es mal probiert. Klar. Strauß hat eigentlich... Ist kläglich gesteilt. Ist kläglich. Man kann sagen, die Kandidatur Strauß hat Schmidt die Kanzlerschaft dann nochmal gerettet. Straußens Gegenkandidat war der Papa von Uschi von der Leyen, ein gewisser Ernst Albrecht. Er hat als CDU-Kandidat unterlegen. Er hätte, glaube ich, bessere Chancen gehabt, mit Sicherheit. für die CDU damals die Wahl zu gewinnen und Kanzler zu werden. Aber das ist sozusagen... Nee, aber das ist eine lustige Sache, die man noch sagen muss. Weißt du warum? Die SPD mag jetzt sogar noch hoffen. Das ist, weil du das bald mit Strauß bringst. Strauß war die Polarisierungsfigur schlechthin. Strauß hat das Land in einem Maße polarisiert. Darüber ist ja die ganze Generation nochmal 80 in Bewegung geraten. Die Grünen auch dann entstehen. So, diese Polarisierung, meinem Eindruck nach, wird der Söder gerade nicht leisten. Die SPD hofft natürlich auch, dass vielleicht ein Kandidat Söder nochmal polarisieren wird. Nein, ich glaube, dass auch Söder es schafft durch diese... Ich finde, Hans hat den entscheidenden Begriff genannt. Es wird im nächsten Jahr um Sicherheit... Entschuldigung. Es wird um Sicherheit gehen. Es wird eine absolute Sicherheitswahl sein. Eine absolute Sicherheitswahl. Und diese Sicherheitsverkörperungen, keine Experimente, irgendwie auf Kurs bleiben, auch mit einem harten Kampf erstmal gegen die Grünen, aber dann auch regierungswillig. Ich glaube, diese Verheißung verkörpert der Söder eigentlich am stärksten im Lande. Deswegen glaube ich, ist der als Polarisierungsfigur auch eben lange nicht so geeignet wie ein Friedrich Merz. Und deswegen haben die Leute in der CDU Angst vor Friedrich Merz. Vielleicht auch mit Luisa einbinden. Warum sollte man eigentlich auf eine Sicherheitswahl setzen? Vielleicht können wir das jetzt als Chance nutzen. Wir sind in einer Krise, die zum Beispiel die Wirtschaft gerade nicht zum Erliegen bringt, aber da ist eine gewisse Bremse drin. Wir können das jetzt quasi als Chance nutzen, jetzt erst recht in Sachen Klimaschutz, progressive Politik zu sagen, okay, jetzt die Chance mit dieser Art von konservativen, kapitalistischen Politik der CDU und SPD aufzuhören. Thilo, ich bin da voll bei dir. Ich glaube aber, dass wir in einer Bubble sind. Und ich glaube, dass es viele gibt, die trotzdem auch nächstes Jahr eher auf Sicherheit setzen. Ja, das ist ja klar. Aber machst du Politik, um das zu machen, was andere wollen? Oder machst du Politik als Partei, als Kanzlerkandidat? Ja, das ist ja das, was ich vorhin gefragt habe. Und ich würde mir eher wünschen, das, was wir auch im Journalismus als unsere Aufgabe verstehen sollten, nicht den Leuten das zu geben, wonach sie schreien, sondern ihnen das zu geben, was sie lesen, hören. Aber Jeremy Corbyn ist mit der Strategie gescheitert. Ja, und es ist noch ein viel entscheidenderer, verdammt, Entschuldige, das letzte Wort, damit du nicht trinken musst, spreche ich nicht aus. Momentum. Du musst etwas anbieten, Thilo. Erstens, und die Vorstellung, jetzt sage ich auch das, da merkst du, gebe ich auch zu, wie konservativ ich durchaus in Teilen bin. Dieses Land tendiert, ja, das mag man ja auch wissen wollen oder können, dieses Land tendiert aus gutem Grund nicht zu einem waghalsigen, einem waghalsigen Manövr, in einer Nicht-Alternative, die gar nicht erkennbar ist. Ja, das war ja mein Grund zu dem, dass die linken Parteien, die sich links nennen, keine Alternative anbieten. Das bedauere ich sehr, das müssen sie bloß dann auch zu Wege bringen. Und solange, sagt die CDU, ist doch geil. Und solange, solange dieser Weg absolut verrammelt ist, kann man meinem Eindruck nach nur in dem Land hoffen, dass eine kluge, ich sage sogar bewusst, eine bürgerliche Regierung, denn die Grünen sind auch stinkbürgerlich, so, da habe ich gar nichts dagegen, also, dass eine bürgerliche Regierung, die einerseits die Sicherheit gibt, dass das irgendwie weitergeht, in einer absolut chaotisierenden Zeit, Hans hat ja das richtige Wort, an nomischen Zeit fast, dass in dieser Zeit aus dieser Stärke echte Reform gemacht wird. Was anderes würde, ja, das ist die einzige Option, die leider, glaube ich, in diesem Land denkbar ist. Die Parteien, die CDU und CSU, die seit 20, 30 Jahren diese Reform verschlafen und bekämpfen, sollen jetzt diejenigen sein, die sie umsetzen. Das ist leider, ich sage ganz ehrlich, das ist leider momentan bei einer starken, ich sage zwei Punkte, die entscheidend sind, eine starke grüne, ja, Entschuldige, eine starke grüne Partei, die so stark werden muss, dass sie eine, Du hast eine halbe Flasche. Ja, du bist großartig, dass sie relevanterweise, nein, du wirst immer besser, du wirst immer besser, du wirst immer besser, du wirst immer besser. die Grünen müssen so stark werden, dass sie relevante Kräfte in dieser Regierung sind. Absolut. So, und zweitens muss es eine, und das gibt es dann, eine linke Opposition geben, die dieser Regierung von links, meinetwegen auch noch grün, mit einer grünen Liste, was auch die dann kommt, Feuer unterm Hintern macht. Dann hast du quasi eine Regierung, die weiter getrieben wird. Das ist wesentlich sinnvoller, als eine, guck dir doch nur, Du hast völlig recht. Vielleicht mal an Luni Frage. Ja, bitte sehr. Würdest du es gut finden, wenn die Grünen sagen, wir wollen mit einem Politikwechsel haben, dementsprechend einen Regierungswechsel und dementsprechend sagt Habeck, Baerbock oder wer auch immer am Ende Kanzlerkandidat wird, wir wollen einen Regierungswechsel und das heißt Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot, raus mit der Union, die genau für diese Probleme und das Bremsen steht. Sollen die damit in den Wahlkampf gehen oder sagst du, naja, Hauptsache, die bekommen so viele Stimmen und am Ende will es halt Schwarz-Grün, weil das ist das Problem, was ich vorhin noch ansprechen sollte. Luisa, wenn sie jetzt sagen würde, wählt die Grünen oder ich bin grünes Mitglied, ich bin dafür, dass sie Grün wählt, dann hat Luisa ganz schnell das Problem, ja, ich habe jetzt Grün gewählt, wegen dir am Ende, jetzt ist schon wieder die CDU an der Macht, die wir doch zerstören wollten. Sie will es ja hoffentlich nicht, aber gut. Nee, aber darauf wird es ja, also, ja, darauf wird es ja aber, glaube ich, schon hinauslaufen, oder nicht? Also, das ist ja das Zynische, was die Grünen gerade machen. Sie sagen nicht, dass sie einen Regierungswechsel wollen, sondern einfach nur, dass sie der neue, der Koalitionspartner der CDU sein wollen. Für mein Verständnis, da aber nochmal eine Frage, was ist denn, wird es nicht für die Grünen auch generell nochmal schwierig, wenn das nächste Jahr ein Krisenjahr bleibt, weil, wenn es dann auch um das Thema Wirtschaft zum Beispiel geht, da ist ja, wenn ich das jetzt so sagen darf, die Grünen sind ja nicht so stark, Wirtschaft ist ja noch nicht deren... Boah, ich glaube, ich glaube, die haben eine realistischere Wirtschaftspolitik wie die CDU. Die geben ja nur den Reichen und den Starken. Also, die würden den Wählerinnen und Wählern Sicherheit geben in dem Thema, wenn es ein Krisenjahr bleibt und weiß nicht, wenn es zum Konjunktureinbruch zum Beispiel kommt. wenn es um das Narrativ Sicherheit geht, das ist natürlich das geile Thema für die CDU, dafür stehen sie seit Jahrzehnten. Wenn aber das Narrativ des Wahlkampfs ist, wir haben jetzt die Chance dafür eine Veränderung, wir können den System Change angehen, dann haben die Grünen... Nee, nee. Du hast jetzt einen zu engen Sicherheitsbegriff, einen geradezu konservativen. Oh. Ja. Albrecht hat, glaube ich, recht, es wird im nächsten Jahr eine Sicherheitslage. Wir werden im nächsten Jahr immer noch unsichere Zeiten haben. Corona wirkt fort mit Folgewirkungen, die wir alle heute noch gar nicht abschätzen können. So, das heißt, eine Wahlentscheidung wird bei ganz vielen Menschen davon abhängen, wem trauen wir am ehesten zu, durch diese, ein guter Kapitän oder eine gute Brückenmannschaft in diesem Schiff in rauer See zu sein. Das ist die Sicherheit. Nicht Sicherheit im engeren Sinne, nicht mehr Polizei oder so, sondern ob sich das dann festmacht und das wissen wir jetzt auch noch nicht an Gesundheitspolitik oder an Bildungspolitik, an Infrastrukturpolitik, Digitalisierung, an, hoffentlich, Umweltpolitik, weil die Klimakatastrophe nimmt ja keine Rücksicht auf Corona. Also, woran sich die Sicherheitshoffnung festmacht, wissen wir heute nicht. und je nachdem, wie sich da die Grünen im Angesicht dieser Verhältnisse positionieren und je nachdem, wer wie die CDU sich positioniert und auch je nachdem, wer wie wo die SPD sich positioniert, werden die Stimmenverteilungen bei dieser Wahl dann aussehen. Ich bin im Prinzip in der ähnlichen Einschätzung wie Albrecht, wenn die Grünen am Ende 20 Prozent kriegen, dann sind sie ziemlich, ziemlich gut bedient. Das ist, die waren bei allen bisherigen Bundestagswahlen, wo sie im Vorfeld der Wahl zum Teil dolle Ergebnisse haben, waren sie so ein bisschen dann wie bei Jim Knopf und der Wilden 13, die Scheinriesen, die kleiner wurden, wenn man sich je näher das heranrückte. Das heißt, die Grünen haben, glaube ich, ein Stück weit auch Bammel vor dieser historischen Erfahrung, sie wollen nicht schon wieder mit 23 Prozent ins Wahljahr reingehen und nachher bei 17 oder so landen. Der Punkt der Punkt ist, achso, ja, entscheidend. hau rein, hau rein. Wir sind uns einig, es braucht ein System Change. Ja. Wir müssen damit anfangen und ich glaube einfach nicht, wenn die Grünen mit Schwarz-Grün zusammengehen, dass es denen in irgendeiner Weise geben wird. Ich weiß nicht, was du mit dem Begriff, da bin ich dir schon gar nicht deiner Meinung. Aber ist das nicht dann vielleicht das kleinere Übel? Natürlich ist es das kleinere Übel. Natürlich ist Schwarz-Grün besser als diese Union-SPD-Regierung. Aber ist es genug? Nein. Nee, aber erstens, wolltest du was sagen, Luisa? Am Ende sind immer noch die an der Macht, die seit 20 Jahren für diese Misere verantwortlich sind. Ich befürchte nur, das wird sich halt nicht ändern. natürlich. Und dann ist halt die Frage, wer ist an deren Seite? Aber wir reden jetzt ja nicht darüber, was passieren wird. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das am wahrscheinlichsten ist. Bin ich völlig bei dir. Aber ich rede ja davon, was passieren sollte. Und da finde ich, das Entscheidende ist, dass die Union in die Opposition geht. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Die AfD würde verschwinden. Das sind sich alle Politikwissenschaftler einig. Hast du mir, glaube ich, auch in unserem Interview gesagt, wenn die Union in die Opposition kommt, dann würde die AfD automatisch verschwinden, weil die Union dann auch mal ein paar rechtere Positionen einnehmen konnte, die die AfD aktuell macht. Und gleichzeitig hätten wir eine progressive Regierung. Das sehe ich heute nicht mehr so, weil die AfD so rechts geworden ist, dass die CDU und die Union nie mehr diese Position wird einnehmen können. Die Radikalisierung Die sind ja auch noch rechts gewonnen. In bestimmten Bereichen. Na gut, aber die AfD hat eine Radikalisierung angenommen, die die CDU bei Verlust ihrer Mitte, selbst in der Opposition, nie wieder einnehmen wird können. Die Frage ist eher die, wie weit schrumpft die AfD. Aber das ist eine völlig andere Frage. Das sollte man mal im Feld haben. Das ist eine andere Frage. Aber ich will nochmal, das ist ja wirklich ein anderes Fass. Ich bin aber trotzdem nochmal ganz anderer Meinung. Du malst dir immer die Welt in dem Sinne schön, als du bis heute, das müssen wir uns vielleicht wirklich das nächste Thema vornehmen, die Rechnung permanent ohne das Elend auf der Linken ausgemalt hast. Du kannst doch nicht immer die Alternativen denken, in einer Konstellation, die eine SPD, ich mach's mal, müssen wir leider vielleicht doch diskutieren, die am Ende ihres Lateins ist, völlig erledigt, eine Parteispitze, die man versteckt nach einem Jahr, wo Frau Esken einmal sagte, wir wollen 30 Prozent, die jetzt gerade bei 15 Prozent steht, bei einem Parteivorsitzenden Olaf Scholz, den wir als das Letzte, da sind wir uns wahrscheinlich wirklich wahr. Er ist kein Parteivorsitzender. Nein, entschuldige, nennen wir ihn Spitzenkandidat. Ein Olaf ohne Land, der nicht mal die Partei hinter sich versammeln konnte, aber jetzt die Kastanien aus dem Feuer holen soll, also als Spitzenkandidat. Der letzte, das letzte Aufgebot der Schröder-Rianer ist, der zwar jetzt versucht, eine gewisse linke Anmutung zu vertreten, der aber keinerlei Ausstrahlung hat. Wie soll ein solches Gebilde, und dann will ich über die Linkspartei, die ja noch nicht mal einen Parteitag zu Wege gebracht hat, überhaupt in einem Vakuum existiert, mit einer gescheiterten Parteiführung von Herrn Rixinger und von Frau Kipping, die keinerlei klare Linie erkannt erkennen lassen. Ich will gar nicht von einem Godesberg der Linkspartei reden, was natürlich längst erforderlich wäre. Du kannst ein solches Land wie die Bundesrepublik nicht ernsthaft glauben, mit einer solchen System, mit einem System-Change dieser Couleur bewerkstelligen zu können. Und das ist leider das Problem. Du malst dir eine Alternative aus, Thilo, die es nicht gibt als eine regierungsfähige Alternative. Ich sag mal ganz zugespitzt, was noch nicht mal in Berlin irgendwie tauglich gelingt mit einer rot-rot-grünen Regierung, wo wir ein ziemlich trostloses Gebilde haben, was übrigens nur deswegen unanfechtbar ist, weil wir gar keine Opposition haben. In Berlin haben wir eine trostlose CDU und eine AfD, die auch jenseits von Gute-Böse, das willst du doch nicht auf Bundesebene dir vorstellen. Das heißt, es führt leider, und da bin ich leider ganz realistisch, es führt kein Weg dran vorbei. Und das haben die Grünen leider erkennen müssen, ob des Elends auf der linken Seite, dass diese Grünen irgendwann mit den Schwarzen werden versuchen, etwas anfangen zu müssen. Und das hat mit System-Change nichts zu tun, sondern es geht um gesunde, irgendwie ökologische Reformpolitik, die, wenn irgend möglich... Dafür ist es aber zu spät. Ja, aber das ist... Das würde ich ehrlicherweise unterschreiben. Dann mach doch Politik. Dann sag ich einfach, dann mach doch Politik. So, dann geht in die Parteien. Du kannst doch nicht einen Journalisten sagen, nur weil sie dagegen ist, was du sagst. Mach es doch selber. Aber wir stecken doch gerade... Leute, wir stecken doch aber einfach nur in ein Dilemma dann. Also es ist ja... Ja, sie sind natürlich so ein Dilemma. Ja, genau. Und aus dem kommen wir ja irgendwie nicht... Ich habe gerade gesagt, wir reden immer über das Ideale. Ja, das kannst du, das machst du immer. Das ist rührt, das mag ich ja auch, finde ich ja auch gut, aber das hat bloß mit den Realitäten nichts zu tun. Ja, aber wir reden gerade über Idealismus. Leute, aber Realität ist, dass nach der Pandemie das Thema Klimakrise uns alle komplett einmal ins Gesicht schlagen wird. Also ja, das ist ja ein Thema, das ist einfach... Ja gut, wenn wir das wissen, dann ist es aber trotzdem ein Dilemma, das wir gerade haben, weil es einfach keine Partei gibt im Bundestag. Ja, es ist nun mal so, die sich diesen wichtigen Thema so einfach das auf die Liste schreibt. Ja, aber was willst du da machen? Das ist aber für mich keine befriedigende Antwort. Doch, das ist die Frage, musst du dir dann ehrlich gesagt, wenn du das Thema so ernst nehmen willst, wie diese ganze Generation, ihr sprecht ja immer von der ganzen, ich sehe da leider sehr viele, die es um sich nicht tun, dann müsste die Frage, und es geht auch um die Zukunft, da geht es durchaus. Aber woran machst du das aus, dass nicht so viele sich das tun? Weil ich zum Beispiel auch ganz deutlich sage an dem Punkt beispielsweise, Fridays for Future war ein Riesenereignis vor zwei Jahren, Riesenereignis. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser Friday for Future Bewegung ist die Straße genommen gewesen in diesem Jahr, das stimmt. Trotzdem ist diese Bewegung offensichtlich, und das hat nicht nur damit zu tun, dass der Raum nicht mehr da war, ist fast zum Erlöschen gekommen. Nett, das also fast zum Erlöschen gekommen. Dann sag mir doch, wo die politische Relevanz... Wenn Albrecht keine Demos auf der Straße sieht, dann ist es für ihn zum Erlöschen gekommen. Aber es findet doch alles digital. Ich wollte gerade sagen, Instagram und so weiter, das ist riesiger als vorher. Ihr müsst euch bei aller Bedeutsamkeit, das ist hochinteressant, da wird es nämlich jetzt spannend. Deswegen würde ich auch diese Absage an die Grünen... Das ist ein scheinender Punkt. Ja, nein, ich sage jetzt immer, heute ist das Begriff ein sehr schöner Begriff. Du musst dir die Absage an die Grünen schon ernsthaft überlegen, was das zum Beispiel politisch bedeutet. Du kannst dir immer sagen, auch da, ich wünsche mir jetzt eine ganz andere Partei. Das ist mir klar. Deswegen habe ich doch mal kleineres Übel gesagt. Ja, das ist schon eine Menge. Genau, deswegen würde ich sagen... Aber das habe ich ja gesagt. Ja, das ist doch gut. Dann hast du doch bei den Grünen immer ein kleineres Übel, die ziemlich entschieden sagen... Das ist das kleinere Übel, aber das reicht ja nicht aus. Das ist ja nicht ausreichend. Das ist ja das, worüber wir trotzdem reden müssen. Ich kann dich ja auch verstehen. Also ich verstehe ja deinen Punkt, aber du musst ja auch bitte den Punkt verstehen, dass wir hier an einem Punkt sind. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Das ist nochmal ganz bedeutend, auch für die nächsten Jahre, wie die Politik ausgerichtet wird. Und da sind wir halt in einem Dilemma, wenn es darum geht, dass gerade Klimapolitik eigentlich das Thema sein muss für unsere Zeit. Ja, das ist doch die... Eilrecht. Ja. Um das zu unterstützen, was Lu gerade gesagt hat. Ich würde mir... Ich meine, ich kritisiere natürlich auch die Grünen und auch die Linken. Also ich finde es immer ganz schön schäbig von dir, mich da irgendwie mit der Linkspartei in Verbindung zu bringen. Ich habe da ganz wenig. Hast du von gemacht? Nein, ich habe nicht... Können die Leute im Chat nochmal nachgucken? Ich weiß nicht, das geht mir nicht darum. Hast du wortwörtlich so gesagt? Nein, mit dem Verfassungsschutz, da bist du... Weil du bist ja... Du suchst dir... Sag mal, ich könnte es viel lustiger nehmen, du suchst dir die Fundiposition an allen Ecken und das ist ja in Ordnung. Du hast die Linkspartei hinwirft, da bist du gegen den Verfassungsschutz, bei den Grünen bist du bei den... Wir sind halt keine Politiker. Wir können... Das kann man doch auch mal. Das ist ja legitim. Das ist ja richtig. Das ist legitim. Ich will nur sagen, es ist auch unsere Aufgabe als Öffentlichkeit, als Influencerin, als Journalisten, als Kolumnisten und so weiter, auch die Politik der Grünen, die noch nicht mal an der Macht sind, zu kritisieren. Ich bin natürlich der Meinung, die Grünen wären besser in der Regierung als irgendeine Partei, die jetzt gerade in der Regierung ist. Und trotzdem ist es wichtig, sie aktuell zu kritisieren, weil sie jetzt schon die Kompromisse mit sich selbst machen, die sie eigentlich erst in den Koalitionsverhandlungen machen können oder sollten, wenn sie nicht 50 Prozent bekommen, was wahrscheinlich ist. Sie gehen aber jetzt schon mit sich selbst Kompromisse ein. Anderthalb Grad ist jetzt aber... Also du meinst, sie müssen jetzt eigentlich selbstbewusster noch an dem... Sie haben doch die Fakten und das Narrativ der modernen Generationen, jetzt nicht mit jungen Generationen, aber die modernen, progressiven in Deutschland, auf ihrer Seite. Klimaschutz und so weiter und so fort. Sie könnten eigentlich viel radikaler sein, weil das eigentlich gar nicht radikal ist. Das Utopische, das Radikale ist, kommt eigentlich von den anderen. SPD und Union, die sagen, es geht einfach so weiter, wie es aktuell ist. Wir müssen da nichts Großartiges ändern. Wir müssen keine klimaschädlichen Subventionen und so weiter ändern. Da hast du recht. Und so verstehe ich meine Aufgabe zum Beispiel, warum ich die Grünen und natürlich auch die Linken kritisiere und auch kritisch interviewere, wenn sie nicht das nötige, was die Wissenschaft fordert, beziehungsweise aufzeigt, was wir machen müssten, wenn sie noch nicht mal das fordern, obwohl es jetzt nicht um die Regierungsarbeit geht, sondern um ihr eigenes Programm. Ich verstehe dein Argument, nur der, um es nur nochmal so, wie ich es verstanden habe und ich glaube, du meintest es so, ich will es mal in meinen Worten sagen, die Radikalität ist die Realität. Das ist das Problem. So, das teile ich fundamental. Wir haben eine so radikale Situation und das ist die Schizophrenie natürlich unserer Politik. Die Realität ist so radikal, dass die Politik in ihrer Nichtradikalität nicht hinterherkommt. Aber das ist die Kluft. Das ist die riesige Kluft. Auch Herr Haltmeier weiß um die Problematik, was an CO2-Emissionsreduktion notwendig wäre. Er weiß aber im Zweifel auch, dass wenn er es durchsetzen würde, die Opposition im Lande sehr schnell auf den Barrikaden wäre und ihm sagen würde, was du willst, uns unseren Lebensstandard hier in dem Maße reduzieren, was du willst, die Automobilindustrie ans Ende bringen, was du willst hier in dem Punkte, das, was wir bisher als unser normales Leben begreifen haben. Welche Opposition würde das sagen? Die gesellschaftliche Opposition. Die FDP und die AfD. Durchaus, durchaus. Und die FDP vielleicht sogar auch. Ob die Grünen und die Linken würden sagen, wenn hier Wohlstand gegenüber Klimaschutz eingebüßt würde, dass sie da meckern würden? Die Grünen würden nicht, das wäre aber die einzige Partei. Und die Linkspartei würde sich das auch sehr schnell überlegen, um es mal ganz deutlich zu sagen. nicht eine überzeugte Grüne gewesen wäre. Es gibt natürlich in allen Parteien Verteidiger des Bestehenden. Und das hat auch gute Gründe. Gute, in Anführungszeichen, es hat Gründe, die auf der Hand liegen, weil die Sorge, mal ganz hart gesprochen, dass vielen Leuten das Hemd näher ist als der Rock. Weil sie wissen, wenn wir radikale Ökologen, oder jedenfalls fürchten, wenn wir radikale ökologische Einschränkungen machen, dann gehen uns Industrien sukzessive pleite. Also auch ein gesellschaftlicher Gegenwind. Guckt euch nur mal an, was in den Gewerkschaften los ist. Wisst ihr, was die Gewerkschaften fürchten? Die fürchten, dass ihnen die Rechten quasi... Das ist doch Realität. Wir müssen die klimaschädlichen Industrien abschaffen, beziehungsweise... Und dadurch gibt es doch auch neue... Also dadurch entsteht ja auch neue. Das klingt immer alles ganz dolle, aber ehrlich gesagt, gegenwärtig... Ja, du, dieser, das klingt schön, das entsteht alles neu, aber gegenwärtig macht dieses Land in hohem Maße seine Gewinne, beispielsweise in der Automobilindustrie, weil sie SUVs wie Blöde nach China verkaufen. Und das schädt, das schadet dem Planeten halbreich. Das weiß ich doch. Damit müssen wir aufhören. Tino, da will ich gerne mit aufhören, aber dann bring den Leuten bei, dass sie ab dem Augenblick zu einem erheblichen Teil ihre Arbeitsplätze verlieren. Das ist der harte Kampf, den die Realos in allen Parteien, interessanterweise übrigens bis in die Grünen, Herr Kretschmann und Co. führen. So, das ist die Realität. Die entscheiden sich am Ende für die leichtere Variante anstatt wirklichen Klimaschutz mit Arbeitsplätzen macht geil. Herr Kretschmann hat das ersichtlich getan, nachdem er, ich kenne die Geschichte, nachdem er einmal den bemerkenswerten Satz gesagt hat, ich strebe an, da war er gerade Ministerpräsident geworden, es wäre ein erstrebenswertes Ziel, weniger als mehr Autos zu produzieren, womit er meinte, wir machen kluge Verkehrssysteme und anderes. Den hat er einmal gesagt, den Satz, danach hat er nie wieder gesagt, weil er von seiner Automobilindustrie Mercedes und Co. so viel auf den Deckel gekriegt hat. Und da sind wir bei glaubwürdigkeit. Ja, aber trotzdem, Tito, jetzt ist doch der Punkt. Ich sag mal jetzt noch mal polemischer. Ich will nicht mal entscheiden, das ist nicht entscheidend. Weißt du, ich sag mal jetzt spöttisch gegen die von dir gutierten Fridays und Co. Was? Naja, du bist ja, du bist ja, du bist jedenfalls, ich will die auch nicht dissen, ich will die gar nicht dissen. Aber du hast vorhin, weil ich war vorhin so irritiert, weil du sagtest, Luisa muss ja nicht zu den Grünen gehen. Ich dachte an die andere Luisa. Hast du ihr ja geraten? Nein, ja, weil ich das, ich sag auch warum, weil ich der Meinung bin, diese Parteien, die diesen Scheißweg, der kompromisslerischen Arbeit machen müssen, Frau Baerbock, die wirst du wahrscheinlich als eine sehr integere, ich tue es jedenfalls, glaubwürdige Politikerin erstmal schätzen, die wird knallharte Kompromisse in der nächsten Koalition machen. Herr Habeck, die werden alle, und ich schätze da, ich schätze übrigens bei anderen Parteien auch viele Leute, nicht nur bei den Grünen, aber bei den Grünen werden sie es wahrscheinlich machen müssen. Diesem Weg entziehen sich all die anderen, die, also ich nehme mal das andere, die viel bekanntere, du bist auch sehr bekannt, aber die Frau Luisa Neubauer, die wird sich ein Deibel tun, natürlich in die Grünen zu gehen, weil sie weiß, diese Forderung einer Fridays for Future Bewegung, Du weißt, welche Partei Zugehörigkeit Luisa Neubauer hat. Ja, die ist Grüne, die wird aber nie ins Parlament gehen. Aber du sagst, sie ist ja bei einer Partei. Ja, sie ist bei den Grünen, aber sie ist doch klug beraten, weil sie ganz genau weiß, die Kompromisse, also erstens, es sind auch übrigens viele, ich sag auch da, viele Gallionsfiguren der Bewegung sind in den Grünen dann sehr gescheitert, das muss man sich auch bewusst machen. Die bekannteste und wichtigste Figur der Grünen war nicht Joschka Fischer am Anfang, das war Petra Kelly, das ist doch ganz klar, das war eine absolut überzeugende Bewegungsfrau, die ist aber in der Parteipolitik radikal gescheitert, weil sie eben dann weder Taktikerin war, Kompromisse auch nicht machen wollte und Luisa Neubauer hat es natürlich, ich sag's mal, das hat Fridays for Future auch wahnsinnig leicht. Fridays for Future geht mit dem moralischen Impetus an die Öffentlichkeit, sagt, folgt der Wissenschaft, setzt endlich eure Gesetze um, alles völlig berechtigte Forderungen. Aber, das Einfache daran ist, die Kompromisse, sie dann in der harten Politik umzusetzen, das muss diese Bewegung sich nicht unterziehen. Ja, aber es ist ja auch nicht deren Aufgabe. Ja, aber die Aufgabe müssen leider irgendwie andere machen und mein Problem ist einfach, die anderen müssen wir, du kriegst, du kriegst, die Bewegung sollen sich den Parteien anpassen. Nein, die Bewegung sollen, die Bewegung haben ihre Berechtigung, aber die, ja nur als Beispiel, die Grünen, ja konkretes Beispiel, die Grünen haben den sehr berechtigten Weg angetreten, aus einer Anti-Parteien-Partei, die sie am Anfang waren, aus zunächst mal Bewegung, der ganze Gedanke der Grünen bestand darin, zunächst mal das Parlament nur als Spielwiese, das war ihr Spielbein, das Standbein war die Bewegung, das Spielbein war, das war das Parlament, das war die Partei, sie wollten eigentlich nie normale Partei werden. Bis sie den Weg realisiert haben, Trittin und Co. über hunderte von Kompromissen, beschimpft von Tilo, damals wären die Tilos, hätten ihn genauso beschimpft, da war er noch nicht dabei, Anfang der 90er Jahre, Anfang der 2000er, Trittin hat alle verraten, so den Weg des Kompromisslerischen, weil du die Politik dann umsetzen musst, das ist das eigentlich Harte und da muss man eben diesen Weg gehen, denn sonst kriegen wir keine starken Parteien und sonst kann man immer nur, wie die Bewegung Fridays for Future sagen, ihr müsst, ihr müsst, aber es braucht diese Leute, die diesen Weg gehen und das ist mein Petitum, deswegen sage ich, das ist nicht immer das, was du denen vorwürfst, Tilo, die werden dann unglaubwürdig. Wer in die Politik geht, mal hart gesprochen, kommt darin um, der muss die Kompromisse machen, auch wenn er was durchsetzen will, das ist einfach so. Ja, okay, Politik heißt ja immer Kompromiss. Halt, halt, halt. Wir beenden das Thema an dieser Stelle, wir haben dieses Thema an dieser Stelle, wir haben über vier Stunden schon hinter uns. ja gut, ohne Pause. Ja, nee, 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 ja, mit der Pause. Finales Thema. Sekunde. Noch eins? Abschlussrunde. Ich möchte das jetzt sagen, was wir hier erlebt haben, das Verhältnis vom Notwendigen zum Möglichen, das ist Max Weber, den Albrecht vorhin zitiert hat, er hätte seine helle Freude an dieser Debatte gehabt, ich kann jedem nur empfehlen, diesen wunderbaren Aufsatz von Max Weber, Politik als Beruf zu lesen, darin führt er aus, diese beiden Begriffe, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, die hier sozusagen auch aufeinandergeprallt sind und das Interessante ist, Max Weber kommt zu dem Ergebnis, dass er sagt, es geht nicht darum, um entweder Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik, er sagt, realistische, verantwortungsvolle Politik bedeutet die Verbindung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. So, und ich finde, was wir jetzt hier erlebt haben, war von mehreren Seiten her, eine Annäherung über die verschiedenen Zugänge an dieses Thema, eine Lösung werden wir hier nicht finden, würden wir auch nicht finden, wenn wir noch zehn Stunden weiterreden würden. Ich hoffe ja, dass wir zumindest einen Teil des Publikums auch abgebildet haben. Ja, ja, natürlich. Darum geht es ja am Ende. Wir haben sozusagen, wir wollen ja jetzt am Ende nicht hier Kumbaya, eine Luisa, Albrecht. Nein, wir haben sozusagen die Facetten, die zu dieser Schwierigkeit gehört, glaube ich, nochmal ziemlich deutlich gemacht. und ich finde, weil Luisa heute im Grunde für zwei da sitzt, mindestens, ja, du sollst das letzte Thema vorschlagen können. Auf deiner Liste stand mal, dass dir Feminismus wichtig ist. Soll das die Schlussrunde sein oder lieber was anderes? Oh weia, wir haben noch Zeit für ein Thema. Ja, natürlich. Ein letztes. Ein letztes, das müssen wir nicht so besonders eine Schlussrunde. Wir hatten letztes Mal das Thema, dass wir keine Frau in der Runde hatten und dann gab es schon intern hier Protest. Wir können gerne nochmal drüber quatschen. Ja, warum war dir das, warum war, ist dir das Thema wichtig? Warum mir das Thema, also das Thema Feminismus ist mir generell, oder sagen wir mal so, ich habe, seitdem ich mich politisch irgendwie, äußere oder engagiere, gemerkt, dass ich immer in solchen Runden sitze auf dem Panel und es gab auch mal eine Situation, in der wurde ich eingeladen mit Philipp Amthor vorne zu sprechen und im Publikum saßen viele Männer, eigentlich nur Männer und die haben mir dazwischen geredet, wenn ich was über Klimapolitik gesagt habe und es war so dieser Schlüsselmoment, in dem ich dann auch geguckt habe und gesagt habe, ey, Männer, habt ihr irgendwie was zu sagen? Dann bitte ins Mikro, aber ansonsten lasst mich aussprechen. Und der Abend, der war für mich, das war so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, okay, hier läuft noch irgendwie so viel schief und woran liegt es, dass Frauen a, nicht so oft vorkommen in so einen Runden und b, dann doch denen immer nicht so irgendwie die, also nicht so diese Kompetenz geschenkt wird, weißt du, das ist so mein Problem gewesen. Deswegen ist das Thema Feminismus für mich ein ganz großes Thema und ich finde auch, in der Politik müssen noch viel mehr Frauen, aber es muss generell im Bundestag, wenn wir darüber sprechen, viel mehr Diversity stattfinden und damit meine ich nicht nur Frauen, damit meine ich generell, finden da POCs, also People of Color, finden da so wenig statt schwarze Menschen. Ja, Punkt. Das ist so, das war mir ein Anliegen. Ich hatte das gar nicht so groß draufgeschrieben, das war so mein Wort dazu nochmal. Ja, deswegen ist es ja auch eine Schlussrunde, weil ich finde schon, du wirfst da einen Stein ins Wasser, der nicht nur diese Runde hier, sondern die gesellschaftliche Wirklichkeit an einem ziemlich wunden und empfindlichen Punkt trifft und deswegen, du wirst vielleicht ja nicht dein ganzes Leben lang sozusagen eine bewusste Feministin gewesen sein, richtig? Nee, überhaupt nicht. Vor drei Jahren habe ich darüber echt noch gelacht. Drei Jahre? Ja. Wirklich? Also da habe ich dieses Thema überhaupt nicht bewusst auf der Agenda für mich gehabt, weil ich so in meiner Blase war, da war alles cool, da musste ich mich nicht mit anderen Männern irgendwie rumschlagen, ich war in meiner Fit, also das kam einfach nicht vor und ich merke das einfach jetzt erst und habe das für mich festgestellt und deswegen lebe ich das jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen und auch einfach durch Geschehnisse, die dann dazukommen, wie zum Beispiel das Thema Black Lives Matter dieses Jahr. Ich bin ehrlicherweise froh, dass wir das nicht besprochen haben hier heute, weil dann wäre die erste Antwort gewesen, Leute, wir sprechen hier wieder über Rassismus und darüber, was sich geändert hat, ohne dass wir eine Person in der Runde haben, die wirklich Rassismus erfährt. Also wisst ihr, was ich meine? Und solche Sachen, die gehen mir erst durch den Kopf und haben für mich erst eine Relevanz, ja, seitdem ich damit auch in Berührung irgendwie komme. ist ja vielleicht für euch auch nochmal ganz gut drüber nachzudenken, dass also in solchen Runden es dann auch immer mal wichtig ist, so ein bisschen mehr Diversity zu haben. Albrecht, letztes Mal hast du Shit bekommen für deine Schlusskommentare in der letzten Sendung. Ach so. Bist du Feminist? Ach, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Begriff Feminist, der beispielsweise an einen Mann gerichtet amüsant ist. Ich habe mich damit nie getragen. Ich wäre wahrscheinlich anmaßen, wenn ich mich jetzt als Feminist, bin ich nicht Feminist. Aber du zählst dich doch zu einem linken Lager, sollte man da als Mann nicht auch Feminist sein? Also ich wünsche mir mehr Männer, die sagen, sie sind Feminist. Ich sage mal, jetzt sage ich mal was ganz Böses. Wenn ich mich gerieren würde, jetzt sagen würde, ich bin Feminist, in bekenntnishafter Weise fast. Ich bin noch nicht mal, auch wie du so schön sagst, ich fühle mich noch nicht mal dem linken Lager. Hast du dem gesagt? Ja, ob ich dem linken Lager gesagt habe, glaube ich nicht. Ja, aber der Begriff, der wird mir ja auch zugeschrieben, weil ich natürlich in einer Zeitschrift für eine Zeitschrift arbeite, die man klassischerweise dem linken Lager zuschreibt. Das ist doch klar. So, ich bin aber, habe ich doch selbst heute auch gesagt, ich bin in gewissen Teilen, Anteilen konservativ. Ich bin absolut für Gleichberechtigung. Aber mich jetzt als Feministen, ich habe mich mit der feministischen Tradition nicht gründerlich, ich empfinde eins als ärgerlich. Deswegen bin ich da ganz ehrlich und ich werde vielleicht wieder einen Shitstorm kriegen. Letzte war übrigens sehr lustig, da habe ich Thilo gesagt, lass doch mal dein schönes Haar hier runter. Das würde jetzt, ich sagte, das war doch der Grund, warum ich den Shitstorm dann kriege. Nur er wollte, dass ich die Frau spiele. das war der Witz. Weil er so lange Haare hat, habe ich mir erlaubt, so richtig altbacken zu sagen, so völlig, völlig un-un-un-un-gender-like. Aber mit dem Begriff... Was genderst du denn? Ich kann das noch nicht mal reden. Ich werde es noch eines Tages lernen. Du meinst, die richtige Innensagen. warte mal, da gibt es ja, was gibt es da, viel zu lernen oder nicht viel zu lernen. Mikro. Mikro. Du weißt ja, du weißt ja, was gendern ist und du weißt ja auch, Sprache besitzt Macht. Und generell haben wir hier heute die ganze Zeit auch oft, nur deswegen habe ich das einmal reingesagt und wollte es nicht den ganzen Abend sagen, wir haben jetzt hier ganz viele Zuschauerinnen auch gehabt. Und ich verspreche dir, dass dadurch, dass wir nur über Politiker oder einen Politikär gesprochen haben, dass du damit sendest, dass wir hier die ganze Zeit nur über Männer sprechen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du das Thema so vielleicht für dich einfach mal aufnimmst und denkst, okay, gendern, alles klar, kann ich ja zumindest probieren, um einfach eine Realität zu erschaffen, um jungen Menschen, du willst ja, dass junge Menschen in die Politik gehen, dann willst du auch, dass Frauen in die Politik gehen. Und Frauen gehen in die Politik, wenn du sie ansprichst. Und ansprechen tust du sie, wenn du sagst, Leute, da gibt es Politiker und Politikerinnen, damit ich einfach ein Gefühlbild dich dafür bekomme. Das habe ich in der Tat sogar heute gemacht. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen. Ich finde sogar momentan, übrigens auch in meiner Zeitschrift. Jetzt bin ich so oft auf Erfahrung. Ich habe, nein, jetzt kommt der Entschlag, Entschuldigung, bleib weg damit. Jetzt kommt meine Bemerkung an der Stelle. Ich kann mich, sage ich ganz ehrlich, bisher habe ich mich bisher zu dem, ich sage mal, diesem Punkt, PolitikerInnen, diese Sprachdiktion, habe ich mich bisher nicht dran gewöhnt. Ich sage dann eher die Bürgerinnen und Bürger mal. So, wie ich auch dann eben. Ist ja auch fein. Genau, das habe ich auch heute, glaube ich, ein paar Mal versucht. Ich weiß jedenfalls, dass ich es am Anfang versucht habe. Danach ist es mir vielleicht sicherlich auch mal wegrutscht, als ich dann nur von Politikern oder was rede. Das ist sicher so. Und ich teile sogar auch seine Meinung. Ich bin ganz ehrlich, diese Meinung, dass man das vielleicht machen sollte, weil ich natürlich weiß, dass Sprache eine Menge macht. Ich arbeite mit nichts anderem als die Sprache. Ich mache meine Zeitschrift und trotzdem, auch da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich erst schwer getan, zu sagen, wir, und ich mache es auch in meinen Texten nicht, sage ich auch wieder. Aber warum? Was stört dich daran? Nein, das kann ich dir sagen. Dieses Sternchen finde ich nicht. Du brauchst ja kein Sternchen und kannst auch einen Doppelpunkt machen. Finde ich auch nicht gut, sag mal ganz ehrlich. Aber das tut dir doch nicht weh. Doch, es geht um, es geht um, guck dir mal, es gibt auch Gründe, warum, jetzt haben wir dein Thema gefunden, ihr seid ja auch, musst du jetzt nochmal kommen, jetzt wollen sie mal, riecht die mir richtig ein, wollten mal richtig die Sache, das sind natürlich alte Kanäle. Heul doch, heul doch, heul doch, heul doch, das Leben, letzte Folge hast du es aufgemacht, also musst du damit leben. Ich lebe doch damit, ich lebe doch ganz gut damit, ich habe damit gar kein Problem. So, aber, ich sage jetzt folgendes, sämtliche Zeit, wir sind so, wir gehen so weit, wenn Autorinnen und Autoren, du merkst, wie ich das kann, Autorinnen und Autoren, ja das sage ich sonst immer, so Autorinnen und Autoren, wenn die Autorinnen und Autoren ein Interesse daran haben, zum Beispiel den Stern zu setzen, ins Mikro bitte. Ja bitte. Wenn die ein Interesse daran haben, den Stern zu setzen, dann machen wir das. Ich schreibe in meinen Texten, es gibt auch mal Stellen, wo ich es nicht mache, sage ich auch unumwunden, dann ist die männliche Form da. Ich habe zum Beispiel gerade in meinem neuesten Text, lese das 12er Heft, da habe ich eine Stelle, weiß ich genau, da spreche ich vom Steuerzahler. Ich habe mir überlegt, schreibst du rein, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wäre nicht mal unwieb. Du siehst, ich habe mir absolut Gedanken gemacht, weil ich weiß, verdammt, nicht dass gerade Luisa sofort guckt, bisher hast du die auch nicht gelesen, das macht auch nichts, weil ich den Eindruck erwecke, Steuerzahler, ich hatte bloß keinen Platz mehr, verdammt nochmal. Ich hatte dann überlegt, schreibst du nur Steuerzahlerinnen, hätte ich auch ein bisschen schräg gefunden, wäre aber vielleicht berechtigt gewesen. So, dann hätte ich die Männer mal weglassen. So, ich will damit sagen, diese Sache mache ich, ja, ich will es nur kurz, und jetzt ist das, worauf ich hin an will, es schreibt noch keine der großen Zeitungen, keine, FAZ, Spiegel, Zeit, die Taz glaube ich, ich weiß nicht, ob die Taz es macht. Das ist ein Eingriff in Sprache, der bei aller Wertschätzung von Gendern und so weiter, dass da schon einer ist, den ich als nicht unerheblich finde, dass man sagt, ich schreibe plötzlich überall ein Sternchen. Es wird aber besprochen, Albrecht. Ja, es wird besprochen, ja klar. Ja, genau, es wird drüber, und es machen auch. Wir sprechen ja auch drüber. Und selbst wenn es die Großen nicht machen, wüsste ich nicht, warum sollte man als kleineres Blatt es nicht dann auch machen. Ich muss aber natürlich auch sagen, ey, wir sprechen drüber, und wenn es nicht dein Ding ist, dann ist es nicht dein Ding, dann haben wir einmal irgendwie unsere Meinungen ausgetauscht und mir ist ja auch immer ein Anliegen daran, jeder muss ja seine Meinung irgendwie haben dürfen und die aushalten dürfen. Nur der Punkt für mich zu sagen, für Steuerzahlerinnen war kein Platz mehr im Text. Also da, ey, Scusi, das ist so. Sag ich doch, sag ich ja, du bist ein bisschen ganz stark. Merk, jetzt sag ich, jetzt freuen sich die Herren hier an der Seite, die solche Zeitschriften gar nicht machen. Völlig richtig. Ja, aber... Dann merkt man, wie gut du, wie stark du bist, wenn deine Felder kommen. Finde ich auch beeindruckend. Redigierst du das? Ey, war ich sonst heute nicht stark? Doch, doch, doch. Du warst unumfondert. Nein, es war es unumfondert. Habe ich dir auch ausgedrückt gesagt. Ich fand das super. Ich fand das auch eine super Debatte. Aber jetzt kommt es mal, jetzt kommt richtig Feuer in die Bude. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nein, Feuer in die Bude. Das ist wahr. Ich habe es doch selber gesagt. Ich war bloß verdammt knapp. Es hätte, ich hätte mir, du glaubst gar nicht, wie solche Hefte manchmal... Naja, aber... Das ist ein anderes Heft. Das ist doch nicht mein, das ist das letzte Heft. Das ist nicht jeder. 12, 20 hast du... Ich rede schon vom Januarheft. Nein, es ist auch nicht bei allen drin. Wieso kommst du drauf? Nee, ich gucke nur... Ich will mir nur ein Bild davon machen, wie das aussehen könnte, dass für Steuerzahlerinnen kein Platz mehr ist. Naja, ich sag jetzt... Das ist immer so... Finde ich auch übrigens bemerkenswert. Eure... Ich mach mal jetzt mal einen kleinen... Redigierst du das eigentlich Albrecht? Also machst du das raus? Jetzt mach ich mal einen kleinen Gag. Eure Generation finde ich auch bemerkenswert. Ja, sagen wir mal was Ehrliches. Viel zu ehrlich. Aber das ist aber ganz, ganz... Vielleicht noch pointierter, um nicht den Punkt zu bringen. Ihr schredet alle wahnsinnig. Und das ist ein... Dieses Projekt zum Beispiel zu machen, wie das läuft auf den letzten Meter, wenn du bist zum Schluss... Ja, ist ja so. Man kommuniziert. Du bist ja auch. Tino ist ein Mann des Podcastings. Dieses Heft wird dann am Schluss manchmal noch sehr, sehr knapp gemacht. Und ich hab ja so die Flanke aufgemacht. Ich war so blöd, dir das hinzuschmeißen. Ja, ich hätte in dem Ding noch mal... Ja, hätte ich gar nicht sagen müssen, dass ich so... Das war doch ein verdammt dummer... Wie gesagt, das war ein dummer Move von mir mit deinem Wort. So, ich hab am Schluss noch gesagt... Halbrecht, du kannst ja auch Feminist sein, ohne die Gender-Sternchen zu... Aber du hast gesagt, du bist kein Feminist. Nein, selbst das, weißt du... Hast du gesagt? Du wolltest jetzt nicht dich als Feministen bezeichnen. Ja, ich will mich nicht als einen solchen... Ich sag, nein, ja, auch das kann man differenzierter beschreiben. Aber was stört dich denn so an dem Begriff? Nein, was stört dich denn so an dem Begriff? Nein, das will ich dir gerne sagen. Jetzt sag ich mal was. Auch da wieder versuche ich, sehr ehrlich zu sein. Ich finde diese Begrifflichkeiten, die sich mancher jetzt an den Hals hängt, ich hab mir nie Gedanken... Ich hab vielleicht manchmal sogar mehr feministische Sachen gelesen als manche andere. Ich hab mir Simone de Beauvoir und manche andere gelesen, die vielleicht manche, die sich heute schnell als Simone als Feminist bezeichnen, gar nicht gelesen haben. Ich hab auch manche Debatten über Feminismus. Ich hab auch Judith Butler. Wir bringen auch einen Text von Judith Butler. So, gerne und immer wieder. Ich führe also seit 20 Jahren manche in der Diskussion. Aber dass ich mich jetzt anheischig machen sollte, Feminist, ich bin ein Feminist, um zu sagen, was hätte das für Implikationen? Okay, pass auf, Albrecht. Wäre doch... Ich will das mal ganz kurz... Das ist mir wichtig. Weil auch Thilo, jetzt rennt er da raus und muss aufs Klo. Ist auch nicht schlimm. So, das ist typisch. Jetzt rüft er so ein Ding in den Raum. Er ist natürlich Feminist. Ich könnte jetzt wieder... Ich muss mich schon sehr am Riemen reißen. Nee, aber nein, bitte nicht abschweifen. Nein, nein, jetzt bleibe bei dir. Ich bleibe ganz bei dir. Jetzt könnte ich mich, um mich da opportun zu machen, wahrscheinlich sogar, für eine gewisse Community, weil es wahnsinnig auch simpel ist, Fishing for Interest oder for Compliment zu sagen, könnte ich jetzt sagen, ja, ich bin natürlich Feminist. Nee, Albrecht, und stopp. Jetzt möchte ich ganz kurz... Nein, jetzt müssen wir ganz kurz einen Punkt machen. Das hat nichts mit Fishing for Compliment zu tun. Natürlich. Das hat damit... Ja, sagst du, ich finde, es hat was damit zu tun, wenn es Männer gibt, die auch gerade, die auch irgendwo eine Reichweite haben oder eine starke Meinung. Und wenn die öffentlich sagen können, ich bin Feminist, ich weiß, dass da noch Ungleichheiten herrschen. Das weiß ich. Ja, gut. Das weiß ich. Genau, und du willst ja auch... Warte, nein, jetzt lässt du mich mal bitte kurz auswählen. So Gleichberechtigung, du möchtest doch auch, dass Frauen gleichberechtigt sind. Das finde ich sehr anstrebenswert, um es klar zu sagen. Absolut anstrebenswert. Okay, dann sag ich dir als Frau, es fehlen noch viel, viel Männer, die genau diese Message, ich bin Feminist, ich möchte gerne, dass Frauen gleichberechtigt sind. Diese Männer fehlen einfach und ich wünsche mir diese Männer. Also kann ich doch zu dir sagen, ich wünsche mir das von dir, weil wenn wir eigentlich der gleichen Meinung sind, dann ist es einfach nur das Wort, das du aussprechen musst und das hat nichts mit Komplimenten zu tun, die du irgendwo dir aus dem Teich fischen musst, sondern einfach was damit, dass du mir als Frau damit meiner Meinung nach zumindest einen Gefallen tust, weil du da mit anderen Männern zeigst, ah, okay, da ist ein Typ, der kann sagen, er ist Feminist und ist trotzdem eine coole Socke. Ja, danke sehr, wenn ich das so nehmen darf, aber ich finde, ich assoziiere mit dem Feminist viel, viel mehr, als zu sagen, ich bin für die Gleichberechtigung der Frauen. Das ist der eigentliche Witz. Feminist ist ein Riesen-Rattenschwanz der Diskussion dahinter. What? Rattenschwanz ist jetzt aber auch ein Kurswort dafür. Nenn es mein Ding anders. Nenn es wegen, da frage ich dich mal konkret. Was für Nachteile hättest du, wenn du dich als Feminist bezeichnen würdest? Thilo, jetzt ist doch, ich finde es fast schon amüsant, ich kann darüber schmunzeln. Ich bin gerade geschockt. Aber sollten wir nicht. Ich bin gerade geschockt. Thilo, sei du geschockt. Ich finde es auch regelrecht lustig, das bestärkt mich nur noch mehr und das finde ich auch fast schon amüsant. Wenn ich jetzt, wenn es in einem Vermeidung, ich habe auch mit dem Begriff übrigens progressives Lager, was man so schnell sagt, eine gewisse Aversion, weil die Selbstzuschreibung als progressiv, eine ungeheure Anmaßung immer bedeutet, das sind die anderen nicht. Und wie du jetzt auf mich fast doktrinär oder indoktrinierend eingehst und sagst, bekenne dich als Feminist, sonst gehörst du nicht. Ich bin geschockt. Also ich sag mal. Das haben wir ja nicht gesagt. Ja, das hast du selber. Vor zwei Minuten hast du das gesagt. Du scheinst ja die Ideale vom Feminismus zu vertreten, aber gleichzeitig willst du nicht dich als Feminist bezeichnen. Was ist das Problem? Selbstbestimmung, Freiheit, Gleichberechtigung. Ja du, das ist ja wunderbar. Die kann ich alle unterschreiben. Super. Dann bist du Feminist, Albrecht. Jetzt bin ich Feminist. Ich bin, also ich winke in die Kamera. Tino Jung hat mich heute gemeinsam mit Luisa Dellert haben mich zum Feministen gekürt. Wunderbar. Ich bedanke mich. Ein schöner Abend. Ob ich den Sprachgebrauch für mich in Zukunft zu eigen machen Vielleicht kannst du das auch ins nächste Magazin mit reinbringen, oder? Sicherlich, da steht in Zukunft alles drin. Der entscheidende feministische Punkt, Albrecht von Lucke in den Blättern. Nein, ich freue mich, dass ich mir, ich freue mich. Aber was ist dein Problem, dich als Feminist mit sein? Das würde ich gerne verstehen. Ich wollte es doch gerade sagen. Also es wird ja immer noch als Schimpfwort teilweise in manchen gesellschaftlichen Kreisen benutzt. Nein, um es nochmal auch dazu zu sagen. Ich empfinde es gar nicht als Schimpfwort. Ich empfinde es sogar, wenn es Leute mit Überzeugung, ob es Männer oder Frauen sind, mit einem gewissen intellektuellen Background für sich reklamieren, weil sie sagen, ich habe eine lange, intensive Beschäftigung damit, dann finde ich das absolut überzeugend. Ich sage ganz ehrlich, ich habe die nicht. Ich bin absolut auf dem, das kann ich sogar mal sagen, ich stehe da glatt auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Gleichberechtigung ist ein erstrebendes Ziel. Ich bin absolut für die, das ist alles fast schon banal. Aber deswegen würde ich nicht für mich reklamieren, ich bin Feminist. Okay. Jetzt kommt nicht der Punkt. Nicht der entscheidende. Das würde jetzt, jetzt nicht der witzige Punkt dabei, der wirklich entscheidend ist. Du hast es eigentlich sehr zu Recht gesagt. Du verlangst ja mehr von mir und jetzt wird es wirklich spannend. Nein, sie verlangt ja mehr. Ich habe nur getrunken. Ja, das ist gut. Das ist prima, Tito. So, sie verlangt ja mehr von mir. Du verlangst, und das muss ich ernst nehmen. Und das finde ich wirklich auch ernst zu nehmen. Du sagst ja, es wäre toll, wenn du wirklich als Feminist agierst. Und das ist wichtig. Du sagst, du willst eigentlich mehr, du willst, dass ich mich wirklich offen dafür einsetze. Und da gebe ich unumwunden zu, das war nicht meine Hauptkampffläche bisher. Ehrlich. Aber ich finde es super, wenn wir da zusammen kämpfen können. Ja, das würde ich auch gerne machen und ich freue mich, dass wir alle zusammen, das finde ich auch gut. Und ich finde es auch gut, ich fordere dich sofort auf, schreib uns einen flammenden Text, Luisa. Fände ich super. Ey, gerne. Wären sich meine Leute freuen. Bitte sprechen das Mikro. Ja, mach ich. Würden sich viele Leute freuen. Ich fordere dich regelrecht auf, mach das. Und ich sage sogar auch da, glaubst gar nicht zum Beispiel, das ist hochinteressant. Ich bin nicht der Dränger, gebe ich unumwunden zu in meinem Blatt, weil ich oft sage, ich muss mich um eine Qualität in dem Blatt unwahrscheinlich kümmern. Ich hänge da seit 17 Jahren sehr viel Herzblut rein. Seitdem bin ich Redakteur, bin schon länger dabei, aber seitdem mache ich das. Seitdem macht das meine Redaktion hier in Berlin. Und ich sage zum Beispiel, das Verhältnis von Frauen und Männern ist absolut noch immer nicht so, wie es sein müsste. Was tust du dafür? Genau. Ich tue mit dem Maße nicht das, was man machen müsste. Sag ich ganz ehrlich. Das ist auch fein. Also fein in dem Sinne, gut, dass du es aber siehst. Ich sage das unumwunden. Ja, ich sehe das absolut. Ich sage dir auch warum. Weil ich meine, ich habe schon jetzt mit dem Blatt ungeheuer viel zu tun, weil ich mich sehr anstrenge, große und starke Texte in die Blätter zu beholen. Und die können auch von Frauen kommen. Können. Jetzt ist aber der Entscheid, ein wichtiger Punkt. Ein Silopos, ein wichtiger Punkt. Und das müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Es sind Männer nach wie vor weit offensiver, erstens in publizistischer Hinsicht. Sie schreiben mehr, sie sind meinungswilliger. Ich will das, wir wissen die Gründe wahrscheinlich auch. Ja, aber sie sind auch offensiver in dem Willen, an die Zeitung heranzutreten. Sie sind auch publikationsfreudiger, was Bücher anbelangt. Daran muss man was ändern. Ja, und weißt du wie, Albrecht? Indem du Frauen supportest, in dem du sagst, alles klar, ich habe verstanden, dass da ein Ungleichgewicht herrscht und deswegen supporte ich Frauen. Ich nehme die an die Hand. So? Ja, du kannst da so viel, du kannst ein Förderprogramm, was, all der noch, da gibt es ganz viel, was du machen kannst. Und eine Sache noch, du kannst nicht sagen, dass man, also du hast gerade so ein bisschen davor ausgedrückt, dass man Feminismus oder sich als Feminist oder Feministin nur bezeichnen darf, wenn man das jahrelang irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, gelesen hat und durchlebt hat, finde ich gar nicht. Feminismus bedeutet nicht eine Ausbildung. Und bei mir ist es ja auch so gewesen, dass ich quasi von heute auf morgen gecheckt habe, dass da ein Ungleichgewicht herrscht und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe auch keinen Führerschein für den Feminismus bekommen und mir fehlt auch noch ganz, ganz viel, ganz viel bestimmt. Und es gibt ja auch unterschiedliche Strömungen oder auch im Feminismus dann nochmal unterschiedliche Definitionen. Aber es geht doch im Grunde erstmal darum, dass man versteht, da ist ein Ungleichgewicht, das muss man irgendwie beheben und das hast du jetzt ja festgestellt, dass das in deinem Heft quasi stattfindet, das Ungleichgewicht. Absolut. Und dann musst du das auch lösen. Und dann bist du aber für mich auch, wenn du dich dafür einsetzt, dass du mehr Frauen da drin haben willst und wenn du auch verstanden hast, dass vielleicht Frauen sich manchmal nicht angesprochen fühlen in deinen Texten, dann bist du für mich, wenn du das verstanden hast und umsetzt, bist du für mich ein Feminist. Nein, dann ist das mir recht. Auch wenn du den Begriff dann... Nein, ich will die Zuschreibung ja durchaus sogar noch... Warum fremdelst du so damit? Nein, ich habe es doch gerade versucht zu beschreiben. Ich will, erstens, ich habe versucht, ich war ja für mich ein gewinnendes Gespräch, aber ich habe damit zum Ausdruck bringen wollen, dass für mich, ich spiele mal den Ball zurück, jetzt mal hier in die grandiose Männerrunde, jetzt werde ich mir mal ein kleines Späßchen erlauben. Hier sitzen mir drei geschätzte Kollegen entgegen, nämlich der geschätzte Thilo Jung, die Hans-Jessen-Show und da hinten sitzt der am allermeisten und natürlich genauso gleichermaßen geschätzte Tyler. So, eine absolut feministische Truppe, wo also so richtig, wir haben es beide gemerkt, Luisa, so richtig die Frauen am Start sind. So, jetzt kannst du dich natürlich, Thilo, als Feministen bezeichnen. Ich würde so weit nicht gehen, weil dann die Anfrage von Luisa berechtigt wäre, was machst du eigentlich, dass die Gleichberechtigung herrscht? So, damit will ich sagen, ich begreife... Kann ich dir sagen. Ja, ist ja gut, aber ich sage für meinen Teil, ich gehe sogar noch weiter, meine Lebensenergie, mein Kampf oder das, was ich versuche... Ja, das war anders gemeint. Die Lebensenergie, wofür ich mich einsetze, sage ich ganz ehrlich, ist begrenzt. So, und ich habe mit meinem Tun und auch mit der Hauptinteresse, das ist die ökologische Frage in ganz großer Dimension, das ist auch die Frage, wo geht dieses Land hin? Damit bin ich so beschäftigt und bin auch in dem Heft hinreichend beschäftigt, dass ich sage, ja, ich finde es gut, ich habe es in meiner Redaktion übrigens auch gesagt, wir sind ja nicht nur, ich bin ja nicht alleine. Ich habe gesagt, ja, ich bin dafür, dass wir diese Frage, diese Flanke stärker beackern, aber es ist nicht meine Hauptbeschäftigung, sage ich ganz ehrlich. Deswegen, und auch das ist der Grund, warum ich sage, ich würde mich von der Zuschreibung, du bist Feminist, so in Anspruch genommen sehen beziehungsweise mit einem solchen Pathos bekleiden, dass ich sagen würde, dann musst du diese Frage natürlich auch, früher hätten wir, Hans Weißes, vom Haupt- und Nebenwiderspruch gesprochen, ich will davon gar nicht sprechen, weil ich die feministische Frage als sehr wichtig wahrnehme, aber für mich ist die Hauptfrage gegenwärtig eine andere, das sage ich ganz ehrlich, das ist tatsächlich die Frage, du nennst mein Ding die Systemfrage, du hast sie ja angesprochen, die Frage, wie kommen wir eigentlich hier mit diesem Kapitalismus zu Rande, wie kommen wir ökologisch weiter, vielleicht übrigens auch die Friedensfrage, über die wir auch hätten reden können, all diese Fragen, die Krieg und Frieden, das sind die Fragen, sage ich ganz ehrlich, die mich noch anders umtreiben und deswegen sage ich, wenn ich für mich reklamieren würde, ich bin Feminist, würde ich damit gleichermaßen für mich den Anspruch erheben, dass ich mich dieser Aufgabe in einem solchen Maße widmen würde, wie ich es ehrlicherweise nicht tue, sage ich unumwunden und ich sage auch sogar, ich gehe sogar so weit zu sagen, das werde ich auch in meinem Leben wahrscheinlich nicht schaffen, wie es ein Feminist für mein Verständnis, wie ich zum Ästhet tun müsste. Okay, dann ist das ja auch ehrlich, du hast ja eine Sache noch, du hast gerade gesagt, du kümmerst dich in deinem Buch halt mehr oder in den Publikationen ja darum, wo geht es mit dem Land hin? So, darum kannst du dich aber eigentlich nur kümmern, wenn du eben alle einbeziehst und denen auch eine Stimme gibst. Das machen wir denn? Ich weiß ja nicht, ob da drin schwarze Menschen vorkommen, vielleicht Transgender, viel mehr Frauen, also dann, wenn du wissen willst, wo es mit dem Land hingeht, dann muss es auch in deiner Publikation stattfinden, da müssen da die unterschiedlichsten Menschen drin vorkommen. Unabhängig vom Feminismus jetzt irgendwie. Ich freue mich, Luisa, dass wir mit dir in Zukunft eine engagierte Leserin der Blätter haben, dann würdest du feststellen, dass wir zum Beispiel... Schenkst du ihr ein Abo? Selbst das richtig gerne ein, sie ist ja eine Influencerin, dann wollen wir sie mal influencen. Ich will damit sagen, diese ganze Debatte, wir haben es heute leider, ist eine ganz wichtige Debatte, wir haben diese Debatte über die Frage von George Floyd, haben wir dieses Jahr in dem Heft enorm geführt. Ich selber habe persönlich sehr mit ihm daran gearbeitet, dass ein schwarzer Journalistkollege hier mit seinem Erlebnisbericht vorkommt in den Blättern. Übrigens ist das eine, sag ich mal, wenn man mal ein positives Bilanz ziehen wollte in diesem Jahr, eine ausgesprochen immerhin positive Bilanz, so tragisch das ist, dass viele Schwarze ihr Leben lassen mussten, aber wenn ich daran denke, was gestern da in Istanbul passiert ist, dann wird man sagen müssen, das Thema Rassismus, das Thema Black Lives Matter hat einen Stellenwert und hat etwas ausgelöst, was Kreise zieht. Das finde ich schon auch, und das haben wir in den Blättern enorm, wir bringen also nur, ich bin ja nicht alleine, wir machen alle Anstalten zum Beispiel auch die Queere und die schwarze Position aus den Vereinigten Staaten zu bringen, also das ist alles, nur, das ist lustig, dass du sagst, dann erwarte ich das. Was heißt dann erwarte ich das? Also das geht für mich einher, also es ist für mich inzwischen einfach so logisch und wahrscheinlich, weil ich mich halt, ja, mit dem Thema auseinandersetze und ich will dir auch gar nicht meine Meinung aufzwingen. Ich wollte dir einfach jetzt damit ein paar Anreize geben und vielleicht geht ja aus unserer Debatte daraus hervor, dass du mehr darüber nachdenkst und ich nochmal mehr darüber nachdenke, wie man vielleicht Menschen für das Thema Feminismus noch anders abholen kann. So, also wir haben jetzt beide unsere Meinung gesagt und ich glaube, wir können ja auch so aushalten und ich glaube aber, dass man dir damit vielleicht nochmal ein, zwei Ansätze trotzdem mit auf den Weg geben konnte. Das fand ich ja, ich fand es ja ausgesprochen gewinnt, da kann man wieder mal Tilos große Qualität des Agent-Provocateurs auf den letzten Metern wieder mal nur herausstellen, so ein Gespräch hätte ich mir natürlich beim besten Willen jetzt nicht am Ende mal so als kleine, kleine Mutmacher-Debatte so. Meine Freundin hat mir auch gerade beschrieben, du machst mich fertig, ich bin seit Beginn dabei und jetzt kommt das besonders Interessante. Jetzt nach fünf Stunden. Genau, die beiden da drüben, das ist immer dasselbe, die hauen einen raus, jetzt machen wir noch ein kurzes Pass auf. Wir würden uns als Feministen bezeichnen, würde ich sagen. Ihr seid ja auch großartige zwei, ihr seid so richtig klasse, ihr seid so die, ach, ich will gar nichts sagen, ich verspare mir meine Polemik, aber deswegen, ich fand es anregend, ich fand, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich nun Feminist bin, ich glaube tatsächlich, dass ich es als Anmaßung empfände, aber deinen Input kann ich nur sagen, du glaubst gar nicht, wie meine Leute in der Redaktion wieder begeistert sein werden, weil sie sagen, ja, wir müssen da noch mehr ran. Ich sag nur, ich, ja, Thilo, aber, jetzt sag ich es dir, es macht verdammt viel Arbeit. Aber das darf kein Argument, das darf kein Argument sein. Weißt du, Luisa, jetzt, weißt du, ich finde das immer rührend. Die Leute, denen ich heute Abend zutrage mal ab und zu mit einer kleinen, subtilen Botschaft, du, es könnte Politik sogar noch ein bisschen weitergehen und man könnte vielleicht sogar noch ein bisschen anders an die Sache ran gehen, die sagen mir jetzt, so salopp, oh ja, das musst du alles noch machen. Albrecht. Finde ich amüsant. Ich sag nur, und ich will nur, okay, eine Sache und dann darf ich auch noch machen. Dann darf das selbstverständlich. Aber ich will nur eins sagen, es ist eben, nur weil du das sagst, das darf kein Argument sein. Das Problem besteht wirklich darin, und das finde ich übrigens auch in der Feminismusfrage echt relevant. Es ist nicht leicht, in einer Landschaft publizistischer Art, in der eben Frauen auch zu manchen Themen sich nicht hinreichend positionieren, wo Männer weiterhin über, dominant sind, in vielen, vielen Feldern ist es enorm schwer, dieses, dieses, dieses Paritätsverhältnis ohne, ich sag's bewusst, ohne Qualitätsverlust und ohne, ich hab begrenzte Kräfte, ich versuche, glaube, also, ich hab auch noch 24 Stunden und ich mach eine ganze Menge, glaube ich, auch in politischen, ich mach auch nicht nur die Blätter, ich mach auch noch viel, sonstiges Radio und was nicht alles. so, es ist da nicht ganz leicht zu sagen, ich versuche auch noch, jetzt um ein schönes Wort aufzunehmen, Feminist in den Blättern zu sein und damit meine Hauptwerbe oder Ja, es wäre aber geil. Ja, wäre geil, finde ich ja gut. Und du hast es aber, das Problem schon gerade selbst nochmal erkannt, viel zu viele Männer, so, und was kannst du machen? Du kannst ja für, also, du kannst ja Aushängeschild sein, dass du da einfach auf einem besseren Weg bist. Letzte Sache, dann will ich auch zum Schluss kommen, du hast gesagt, mehr Arbeit darf kein Argument sein und ich habe eigentlich noch ein gutes Beispiel dafür, ich habe letztens auf Instagram ein Video gepostet und dieses Video, oder ich habe lange Videos gepostet, ohne Bild, ohne Untertitel, so, für mich war das selbstverständlich, weil ich immer gesagt habe, ey, die Arbeit, mir abends noch machen und jetzt Untertitel einfügen, schaffe ich jetzt einfach nicht mehr, nicht, ich hatte keinen Bock, ich schaffe es einfach nicht mehr, bis ich dann, darauf aufmerksam gemacht wurde, Lu, du schließt hier Menschen mit aus, nämlich gehörlose Menschen, so, und es, es hat sich eine, eine Frau ganz verletzlich gezeigt, mir gegenüber, völlig berechtigt, die gesagt hat, Lu, ich, es ist für mich so verletzend, ich kann dein Content nicht, nicht aufnehmen, weil ich es einfach nicht verstehe, weil ich gehörlos bin und du sagst, ähm, das macht dir mehr Arbeit, also habe ich das Gefühl, ich mache dir als Person mehr Arbeit und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dieses Argument, das darf man einfach nicht bringen, weil das kann andere Menschen verletzen, wenn man sagt, ähm, sich jetzt mit dem Feminismus auseinanderzusetzen oder mehr, sich für mehr Diversity irgendwie einzusetzen, macht mehr Arbeit, damit verletzt du Menschen, ganz sicher. Jetzt machst du wieder ein Riesenfass auf. Ja, oder wir nehmen es jetzt einfach so hin. Ja, das nehme ich ja eh hin, ich nehme es auch gerne mit, äh, es ist bloß leider eine ganz reelle Beschreibung und natürlich wird man sagen müssen, jeder hat Grenzen seines Inputs, man könnte auch sagen, ich sage es mal jetzt, den Beispiel ich jetzt mal zurück, mit jeder Nichtbeschäftigung, die du auf anderen Feldern tätigst, und das hast du ja dein Leben lang auch an vielen Bereichen gemacht, ich finde es, ich habe es vorhin nur uns oft gesagt, ich finde das echt beeindruckend, ich finde das deine Rolle wichtig, ich finde auch, wie du dich, hast du ja selbst gesagt, den Prozess von einer Fitness-Influencerin zu einer politisch, und das hat mir heute wahnsinnig Spaß gemacht, auch gewinnbringend, ich habe auch viele Anregungen bekommen, auch nicht zuletzt das letzte, die Feminismusfrage war für mich sehr gewinnbringend, ich gebe es unumwunden zu. Offensichtlich nicht. Doch. Tilo, Tilo, genau, ich kann es nicht mal mal sagen, Hans, genau, ich fand es als gewinnbringend, aber ich will deine letzte Sache auch sehr ernst nehmen und vielleicht auch dann nochmal zurückspielen. Wir alle entscheiden uns durch Nichtbehandlung an Themen, die auch relevant sind, Dinge zu negieren. Und ich sage ehrlich gesagt, ich sage ganz ehrlich zum Beispiel, für mich ist die Frage hochrelevant, wie die junge Generation, die hochsensibel ist bei diesen Bezeichnungsfragen, auch hochsensibel in den eigenen Problemen ist, hochsensibel ist, was ist Frau, was ist vielleicht auch das Sternchen, also was ist die nicht benannte, so, ich würde zum Beispiel sagen, wo ist die große Frage der dritten Welt beispielsweise? Wo ist das Engagement, das in den 70er Jahren ein ganz, ganz zentrales war, nämlich zu fragen, was ist eigentlich da los in Afrika? Wo ist die, das ist ein Movens gewesen, was ganz viele getrieben hat. Und in dieser Generation, diese Selbstdefinitionsfrage, ja, was bin ich? Das ist eine Sache, die lasse ich in der Tat ein Stück weit aus, gebe ich unumwunden zu, ich kann mich auch mit der Lehrstelle, ich finde das zwar trotzdem, das finde ich übrigens hochrelevant, da wollte ich auch nochmal sagen, kann sehr relevant sein, dieses zu lernen, will ich auch wirklich zugeben. Ich habe es ja heute Abend nicht getätet, ihr sagte, Politiker, innen, weil man damit, will ich auch berechtigt, als ein absoluter, das gebe ich sogar zu, kann ein berechtigter Lerneffekt sein. Aber wir alle lassen, indem wir uns auf manche Themen nicht in gleichem Maße mit beschäftigen, wir lassen die Leute links liegen. Das muss man leider auch zur Kenntnis nehmen und deswegen will ich den Ball nur zurückspielen. Dann müssten wir sagen, also, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit? Und das, das, ja, und das finde ich, ja, weil du bist, du bist, du hast, sag du, dann mach ich nur den letzten Punkt. Für mich ist das ein bisschen Whataboutism. Also, indem du von dem einen, ja, Ich kann Whataboutism. Also, indem du, also, warum darf ich, wenn ich, ähm, du sagst jetzt, ja, weiß ich nicht, damit verletzt du jetzt auch wieder Menschen, warum müssen Menschen sich sofort mit der dritten Welt auseinandersetzen, wenn sie einfach nur möchten, dass sie mit erwähnt werden, dass sie mit Sternchen erwähnt werden oder dass wir, ähm, ja, einfach zeigen, okay, ihr gehört alle in die Gesellschaft. Ich verstehe, was du meinst. dann kannst du ja nicht gleich sagen, ja, aber wenn ihr das wollt, dann verstehe ich nicht, warum ihr nicht darüber nachdenkt. Also, das ist ein falscher Ansatz. Im engeren Sinne, ich sag sogar, im engeren Sinne hast du recht. Ich mach ein anderes Fass auf, geb ich zu. Ja, oder wir machen jetzt einfach mal eine Essenspause. Wir sind ja gleich am Ende. Ich will nur trotzdem, weil es mir wichtig ist, jetzt macht ihr so ein Ries, die beiden Kollegen, die schmurzeln sich ein, wir beiden werden nochmal aufeinander gehetzt. Das ist aber in Ordnung. Jedenfalls fühlen wir, ich finde es auch produktiv. Ich will nur trotzdem sagen, deswegen war mir das so wichtig, ja, du hast recht. Ich vergleiche, nicht Äpfel mit Birnen, aber du hast recht, wenn das das Whataboutism ist. Ich lenke ein Stück weit vielleicht von der Frage, die du sehr im engeren Sinne meinst. Du benennst Leute nicht und grenzt sie damit aus oder du hast es ja gebracht als Unterschreibung und damit werden Leute, danke sehr, Tito, da werden Leute nicht hinreichend gesehen. Okay, ich habe eine ziemlich weite Übertragung getätigt, dem ich gesagt habe, wir sehen und blenden auch jeder von uns. Damit haben wir nämlich heute das Gespräch, wir blenden vieler Hinsicht auch aus und das war vielleicht nur das, was ich sagen wollte und ein bisschen, vielleicht ist es trotzdem eine viel grundsätzliche und Generationsdebatte. Ich habe vieles von, ich habe den Eindruck und das finde ich auch ein Problem, es spielt sich wahnsinnig viel auf dem Feld der Benennungen ab. Wie benennt man richtig? Sprache ändert sich, ja, es entwickelt sich weiter. Ja, leider ist der Sprachkampf nur ein Feld. Ja, das weiß ich doch, ich mache doch, ich glaube, dass ich nicht weniger mit Sprache arbeite seit langem und ich glaube, vielleicht auch nicht nur untalentiert, das ist mir bekannt und ich glaube, deswegen schreibe ich nun manches Stück und deswegen weiß ich, was Sprache für eine Bedeutung hat. Das muss mir, glaube ich, keiner nur primär erklären, aber trotzdem sage ich, die Benennungsfrage, die Fragen, die sich darüber, und auch übrigens, deswegen war ich bei der Verletzungsfrage so sensibel. Ihr wisst, wie das zum Teil, wie Verletzungsdiskussionen geführt werden. Ich will gar nicht von den USA reden. Das sind zum Teil auch Ausgrenzungs- oder Diskussionen, die zum Teil in eine Nicht-mehr-Nennbarkeit gehen. Und das finde ich ein Stück weit ein Problem, weil ich ganz ehrlich sage, man kann auf diesem Feld der symbolischen Benennungen Ergebnisse zielen oder auch vielleicht manchmal Triumphe, Siege. Thilo konnte heute mächtig die Fahne spielen und sagen, was, du bist kein Feminist? Ich bin ja entsetzt. Damit, finde ich, ändert sich nur relativ wenig. Es kann jetzt sagen, ich habe vielleicht auch klargemacht, warum ich unter Feminist, wenn ich es denn für mich mehr verstehen würde, mir ist es manchmal zu einfach zu sagen, es spielt sich da alles auf dem Feld der Benennung ab. Ich glaube, da werden Schlachten ausgefochten, die man früher woanders ausgetragen hätte. Aber wo denn? Ich habe ja ein Beispiel, das wirst du mir wieder sagen, wurde Autismus, das finde ich aber nicht so. Mich interessieren vielleicht wirklich noch primär andere Felder. Die Frage von wir haben ja mit Moria ein Thema gehabt beispielsweise. Das spielt sich nicht primär an der Frage der Benennung ab. Es gibt viele, viele Felder, wo ich diese Frage der Benennungskämpfe, die sind da nicht so absolut relevant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe, Albrecht, aber wenn du Benennung meinst, geht es ja auch. dein letzter Punkt. Okay. Bei dem Thema Moria, klar geht es ja auch um Sprache, oder? Es geht ja auch darum, wie wir etwas ausdrücken und wie wir über Menschen reden. Also war das jetzt richtig? Nein, es geht aber nicht um die Frage, die Geschlechtlichkeitsdebatte ist da nicht die, da wirst du mir sehen, ich meine auch nicht Wodebautism, aber die ist nicht die primäre. Es geht nicht nur um Benennungsfragen, also unsere Realität, so sehr sie aus Sprache gemacht werden, ist nicht nur Sprache. Es gibt materielle Faktoren, die ein Stück weit jenseits der Sprache liegen. Und ich habe momentan den Eindruck, es führt ein Teil, ich glaube auch aus einer Hilflosigkeit, ein Teil der, ich weiß nicht, ob das nur Linke sind, aber ein Teil der gegenwärtigen, intellektuellen Debatte, wird ganz stark auf dem Feld der Semantik ausgetragen, auf dem Feld der Besetzung, auf dem Feld der Sprache. Wenn man da auch zum Teil Siege erzielen kann, oder Benennungen, oder auch ein Stück weit von Progressivitäts- und Reaktionärsbenennungen schreiben kann, für manche werde ich jetzt Reaktionär sein, weil ich nicht sage, ich bin Feminist. Aber das ist für mich etwas, wo ich finde, die Debatte geht manchmal für mich an den, ja, ich habe es ja ganz ehrlich gesagt, an den vielleicht für mich relevantesten Feldern, die mich am meisten auch emotional, und nicht nur emotional, sondern auch als intellektuell, aber auch vielleicht als die wirklichen, wenn man es ganz groß will, Menschheitsfragen interessieren, geht sie für mich dran vorbei. Und es wird manchmal ein Benennungsdiskurs geführt. Der absolut legitim ist. Ich widerspreche doch nicht, dass er illegitim ist, aber ich frage dich dann mal zurück, ob dieser Benennungsdiskurs immer an die Wurzel der echten Probleme geht. Das ist meine Frage. Aber über deine echten, ach so. Das war's. Nein, das war's. Wir hatten gesagt, letzte Punkte, weil wir sitzen, ich, also ich, der älter Statement hat das letzte Wort. Möchtest du weiterhin nicht als Feministin sein? Das diskutieren wir noch in so manchen Sendungen. Das wird ja auch noch fast ein Running Gag. Ich hab echt nicht verstanden. Nein, ich hab das doch... Thilo, also... Also, wir führen die, wir führen die Diskussion jetzt nicht noch weiter, weil wir könnten sie eine, zwei, drei Stunden weiter führen. Ich glaub aber, die, äh, Grundpositionen sind deutlich geworden. Ihr habt sie, denke ich, auch gegenseitig und wechselseitig, äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, das finde ich gut. und wenn, ihr werdet euch mindestens diesen Teil, glaube ich, beide nochmal, äh, hinterher angucken und anhören. Und man stellt ja manchmal erst im Nachhinein fest, wo der andere eigentlich tatsächlich recht gehabt hat und inwiefern man das, was der andere sagte, versuchen sollte, in die eigene Position, äh, einzuhalten. Ich hab das, ähm, richtig gerne mit gehört. Ich hab auch viel dabei gelernt, das will ich auch, ähm, sagen. Thilo hat jetzt Redeverbot, äh, für den Abschluss. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt einen Schlusssatz noch brauchen. Ja, nee, wir brauchen keinen Schlusssatz mehr. Thilo hat Redeverbot, weil er, weil er, weil er, weil Thilo hat Redeverbot, weil er die Ankündigung dieses Trinkspiels, immer wenn ein entscheidender Punkt genannt wird, äh, deine Schuld. Jaja, es sind immer die anderen Schulden. Also Thilo hat das umgesetzt, deswegen hat er jetzt, hat er jetzt, hat er jetzt Redeverbot. Ähm, ich fand, das war ein schöner Abend, der hoffentlich allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Entschuldigung jetzt. Vor allem, vor allem, denen, die das, äh, gesehen haben, die das kommentieren, da bin ich mal gespannt, was da noch so, äh, alles kommt. Lu, du warst ein wunderbarer, weiblicher Gast. Danke. Bitte komm wieder. Bitte komm wieder. Ja, super gern. Oder machen wir nochmal nächstes Jahr so eine Runde? Wir machen gerne. Hast du dabei? Ja, ich wäre auf jeden Fall nochmal dabei. Hätte ich Bock drauf. Dann machen wir unbedingt mit Luisa. nochmal. Oh, sie war doch toll. Ja, Albrecht, bist du auch dabei? Ja, aber sehr gerne. Mit Luisa? Ja, ja, ich will jetzt nicht deine, ich, äh, ich, äh, ich bin mir sicher, also laut dem Chat scheint das jetzt schon eine legendäre Ausländerung zu sein. Ich nehme das wieder an, Luisa, es war mir eine große Freude, auch, das sag ich auch nochmal in eure Richtung, auch die letzte, äh, das letzte Intro von dir war auch wieder mal sehr gelungen, Tito, und, äh, es ist, ihr habt nichts ausgelassen, es war aber toll. Ich bin ja froh, dass, ich bin ja froh, dass du einen entscheidenden Punkt nicht zu oft gemacht hast, sonst würde ich hier, naja, sonst würde ich jetzt, würde ich hier echt neben mir Tisch legen. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr weit davon entfernt. So, ähm, wir hoffen, dass das, dass das für alle, die es gesehen haben, dieses Verfolgen, die es, die dann die Aufzeichnung noch sehen, auch ein schöner, lehrreicher, vielleicht auch kontroverser Abend war, dieses Format, wie alle Programme dieses Kanals, gibt es nur durch eure Unterstützung. Das wisst ihr, und vielleicht ist das heute auch ein kleiner, weiterer Impetus geworden, zu sagen, da bin ich dabei. Ich möchte vielen Dank bei Luisa für die Teilnahme. Lass uns unbedingt das nächste Jahr noch weitermachen. Und die, der Hinweis am 20. Dezember geht sogar schon weiter mit Constanze Kurz an Luisa Stelle. Wir sind gespannt, wir sind gespannt, Albrecht, wie du dich dann mit Constanze auseinandersetzt. Ihr werdet wieder was Schönes finden für mich. Das habe ich jetzt gelernt. Ich muss aufpassen. Ja, Luisa und Constanze finden das ja von sich selbst aus. Wir sind im Blätterwald unterwegs. Dankeschön. Ich werfe noch ein letztes Intro. Wer noch, das muss ich jetzt auch anrufen, mein kurzer Werblog, nachdem natürlich jeder weiß, dass für diese wunderbare Sendung anschließend gespendet werden kann. Darf ich noch sagen, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, sei gehalten, nachdem auch Luisa jetzt mit großem Interesse in Zukunft sicherlich als Autorin bei uns, in welcher Form als Feministin auch immer bei uns tätig wird. Jeder kann sich darauf vorbereiten und ist geladen, ein Abo der Blätter zu zeichnen. Ich kriege, glaube ich, sogar hier eine der wunderbaren Fake-Masken. Halt sie die Kamera. Ich nehme an, Luisa hat viele bekommen. Ihr könnt euch das sicherlich dann auch mitnehmen. Es gibt ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Ihr seid eingeladen, diese Zeitschrift zu erwerben und dann zu gucken. So, Albrecht als Influencer in eigener Sache. Das ist sehr schön. Der Rabattcode war nicht. Darf ich dich bescheren? Guck mal, gefällt es keine Chance hier nochmal? Die letzten Worte von Luisa. Ja, Entschuldigung, jetzt ist Schluss. Die letzten Worte? Ja. Männers, hat mir Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Sehr schön. War okay. Mein allerletztes Wort ist vielen Dank an Tyler. Ja, vielen Dank. Oh ja, vielen, vielen Dank. Vier Stunden in diese Rennung gefahren hat. Und bis zum 20. Dezember, dann gibt es eine neue Folge. Albrecht Lucke, Hans Jessen, Konstanze Kurz und Thio Jung. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, vielen Dank. Also olive Glodar damals in der Fall bacteria. Und bis zum 20. Begrust 0 Ô IC2 1993 für unsронie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020